Hier spielt Ostra. Das ist Pokémon Schwert bzw. Schild bei mir, glaube ich zumindest. Jawohl, Pokémon Schild ist es bei mir. Wir gucken da mal rein. Ich bin gespannt, wie es ist. Ich freue mich auf die neue Region irgendwie. Ich weiß nicht, ob das was für ein Stream ist. Ich weiß nicht, ob das überhaupt irgendjemand sehen will. Das ganze Game wird nur gehatet. Mir selber wird nachgesagt, ich hate über das Game. Habe ich zwar jetzt nicht gehört, aber das ist ja nicht so schlimm. Ich habe mal gesagt, mir gefällt das Team nicht und Punkt. Und ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht wird. Deswegen spiele ich es ja. Dann kann ich mir eine Meinung bilden. Ich nehme mal den da. Meine Software ist, also wie gesagt, meine HDMI, Capture Card, Elgato, Dingsbum, Software Card. Gebt langsam den Geist auf. Das heißt, ich sehe nur alle, ich sehe, wenn ich von der Switch aufnehme, immer nur ungefähr alle 30 Sekunden sehe ich Bild. Ihr seht die ganze Zeit durchgehend Bild. Ich sehe nur alle 30 Sekunden ungefähr Bild. Weil dann geht die Software aus. Das wird also ein tolles, 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 tolles Erlebnis für uns alle. Weil ich definitiv die Cut-Szenen genießen kann. Auf geht's. Wie heißt du? Ich kann aber auf die Stream über sich gucken. Das ist jetzt nicht so, als ob ich komplett blind bin. Aber es ist halt mit Verzögerung dran. Kann ich mich zwölf? Nein, dann leid ich nur Ostra. Das ist okay. Dann heiße ich nur Ostra. Ostra ist in Ordnung. Derweil der Sprache ist endgültig. Außerdem habe ich gelesen, Vorsicht für alle, die gerade die digitale Version haben. Anscheinend kann davon die MicroSD kaputt gehen. Ich habe das Spiel komischerweise auch auf MicroSD. MicroSD. What the fuck is going on? Was ist das? Pokémon Tube? Kein Voice Over. Willkommen in der Welt von Pokémon. Willkommen in der Welt von Pokémon. Die Galaregion ist eine wunderbare Ort voller unberührter Natur und bezauberter Städte. Okay. Ein fantastisches Flecken Erde, auf dem wir in Einklang mit zahlreichen Pokémon leben. Und genau um diese Pokémon geht es hier. Und hier? Was hast du versklavt? Was das? Kenn ich nicht. Wundersame Lebewesen, die aus unserem Alltag gar nicht mehr wegzudenken sind. Ob in den Tiefen des Meeres, den Weiten des Himmels oder den Gräuserklüften der Städte. Pokémon leben überall um uns herum. Ich finde die Intromocke irgendwie merkwürdig. Manche Menschen wetteifern miteinander, indem sie die Pokémon, die sie trainieren, die sie trainieren im Kampf gegeneinander antreten lassen. Wir kennen sie alle als Pokémon-Trainer. Pokémon ist das richtige Wort. Der ist nur ein Fan. Oh, ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Rose. Und ich darf Ihnen nun den allermächtigsten Pokémon-Trainer von Galar präsentieren. Es ist Zeit für einen Schaukampf unseres Champion Delion. It starts with a bang, huh? Natürlich ist der Umhang. Und Wimpern. Gezupfte. Und Glurak. Er ist der Stereotyp eines Pokémon-Trainer. Sehr gut. Er kann nur bis drei zählen. Cool. Verabschiede dich schon mal von deinem Spitznamen Delion, der Unschlagbare. Das hättest du wohl gern. Ich verliere nie. Okay. 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 Ich habe gelesen, das sind Raid-Pokémon. Also Pokémon, wo man mehr als ein Po- Schild. Wäre ja kein Champion ohne Skate. Nee. Nee. Nicht so. Nee. Das gefällt mir schon mehr. Das wird schon mehr ein Einstieg in deinem Pokémon-Game. Die Grafik ist krass übrigens. Die Grafik ist Hardcore krass. Die Grafik ist richtig krass. Guck mal, wie ich da sitze mit meinem Tablet. Poke-Tablet. Mit meinem Poke-Shirt. Ich habe euch nächstes Mal ein Hemd angezogen für den ganzen Plan hier. Hallo, ich bin's. Jemand zu Hause? Wer ist ich? Hey, Ostra. Was hast du denn da? Ist das ein neues Smartphone? Sehr cool. In der Welt von Pokémon. Hast du dir den Schaukan von meinem großen Bruder darauf angeguckt? Wie? Hoffentlich hast du auch seine Glurak-Pose mitgemacht, um ihn anzufeuern. Nein, nein, mitgemacht ist so eine Sache. Das ist so. Du machst es auch, aber ein bisschen anders, um ihn anzufeuern. Zu verspotten... Ist so ein Rivalen-Ding, verstehst du nicht? Ja. Oh, was machst du denn hier, Hopp? Ja, vor allen Dingen, wer hat dich reingelassen? Ist heute nicht der große Tag? Genau, heute ist es soweit. Ich wollte nur noch schnell Ostra abholen. Das Match kann er sicher später noch anschauen. Ich nehme sowieso alle Kämpfe von meinem Bruder auf. Also komm, lass uns gehen. Ach ja, und denk an deinen Beutel. Wir stauben bestimmt ein Mitbringsel ab. Ich warte draußen auf dich. Die Pokémon-Wohnung zu Hause war noch nie so krass eingerichtet, wie ihr guckt euch das an. Ich habe Möbel. In Mumfox Schlafkörbchen liegt etwa... Manchmal Essensrichte verstreut. Ein eingebauter Kamin. Er hält einen selbst im tiefsten Winter schön kuschelig warm. Mama sieht sich auf diesem Fernseher gerne ihre Comedy-Serien an. Aha. Guckt euch das an. Der erste Pokémon-Raum ist das erste Pokémon-Wohnzimmer, was Möbel hat. Hier sind viele Bücher und Zeitschriften über Pokémon. Aber alte Heizkörper. Alles modern. Ich habe ein neues Smartphone. Ich habe zwei Heizkörper in einem Raum. Na gut, es ist ja ein großer Raum und kleiner Heizkörper. Aber diese Heizkörper sind nicht mehr modern. Warum haben wir keine modernen Heizkörper? Sie ist erst mit Fußbodenheizung. Oh mein Gott. Ist das euer Ernst? Was fehlt mir hier? Ja, es gibt keine Tür. Genau so ist es. Was ist das denn für eine Privatsphäre? Kein Wunder, dass ich ausziehe und auf Reisen gehe. Ich kann nicht mal das neueste Poké-Boy-Magazin gucken. Guck dir das an. Guck dir das an. Gummistiefel. Das ist auch nicht okay im Haus. Die ganz riechigen Füße bestimmt dann. Den ganzen Tag. Guck mal, zumindest habe ich eine Switch. Und ein Jojo. Was ist? Neben dem Fernseher steht die neueste Spielekonsole. Wo ist es? Du schnappst dir den alten Beutel deines Papes. Oh Gott, der ist super handlich. Der Papes Rucksack. Das ist ein Koffer. Ein Umschneu-Koffer. Ja. Aber? Also. Mit dem X-Knopf ist das Spielmenü. Okay, alles klar. Okay, gut. Äh, ich habe eine Katze. Oh, Rotum. Kann ich... Wetteranzeige? What? Man kann irgendwie... Man... Seht ihr, was ich meine? Die ganze Zeit geht meine Aufnahme-Software an und aus. Überall, wo Wetteranzeigen sind, sind das alles Routen? Ja. Smile. Okay, alles klar. Cool. Einstellung. Kann ich einstellen, dass der nicht Autospeichern soll? Text-Tempo. Oh, also wie gesagt, meine Aufnahme-Software ist okay, aber es nervt mich gerade so ein bisschen. Wechseln, nicht wechseln. Team und Box manuell. Ich sehe halt nur die Hälfte vom Spiel. Ich hoffe, wenn der Ton abbricht, müsst ihr auch Bescheid sagen. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, weil ich habe die ganze Zeit... Ich habe jetzt einen 5-Sekunden-Takt, sehe ich das Bild nicht. Videosequenzen überspringen. Achso, Änderung nicht. Na, shit. Beutel. Wie ist der denn aufgebaut? Ich habe schon einen Trank im Beutel. Ich habe meine Pokéball-Tasche, Kampf-Tasche, Beeren-Tasche... Beeren? Ja. Training. Tim. Schatztasche. Zutatentasche. Abenteuerfibel und eine Angel. Ich habe jetzt schon eine Angel. Okay, cool. Bei Marm. Gut siehst du aus. Der Beutel steht dir. Dann mal spielt viel Spaß euch zwei. Okay. Was ist das hier? Niemand weiß, was in dieser Kammer ist. Das ist das einzige Zimmer mit Tür. Aber die Grafik ist echt krass. Außerdem sind alle Alerts, auch die, ähm, auch die Wüstlings-Alerts, sind, äh, tatsächlich alle mit Pokémon-Sachen vollgefüllt, falls das jemanden interessiert. Weil, ich meine, klar, ich will es mit niemanden nutzen, weil, äh, Follow oder sowas, Support allgemein, das ist so eine Sache, über die ich immer predige, die jeder ignoriert, weil das ist nicht nötig, dass der Channel weiterlebt, weil das ist euch egal. Äh, und deswegen, äh, das gibt es alles jetzt in Pokémon-Optik. Auch das, also die coolen Sachen in Pokémon-Optik sind wirklich die für die Wüste, äh, für den Sand. Alles so, ähm, ich weiß nicht, ich gucke mal gerade, ob ich das hinkriege. Info-Infosant, Info-Infosant, da hast du es jetzt. Da gibt es so richtig coole Sachen, äh, die sind neu. Wow, was ist das denn für einen Beutel? Einen größeren hast du nicht gefunden, was? Haha, aber wenn mein Bruder uns extra große Pokémon schenkt, bist du damit natürlich fein raus. Schau mal an Vulu, was macht das denn hier? Die Tür aufmachen. Es weiß nicht, was Türen sind. Ich würde genauso vor dieser Tür stehen, wenn ich in so einem Haus aufgewachsen wäre. Lass mal schön den Zaun in Ruhe. Der hat jedoch nichts getan. Außerdem fängt da hinten der Schlummerwald an. Mit den Pokémon dort ist nicht zu spaßen. Hoffentlich hat es das begriffen. Aber jetzt zu uns, Ostra. Lass uns ein Wettrennen machen. Wer zuletzt bei mir zu Hause ankommt, ist dein Name, ist Viscora. Mit deinem großen Beutel auf dem Rücken hast du keine Chance gegen mich. Hehe, sagt er. Und rennt vor. Und sagt nicht 3, 2, 1, los. Der Sack. Und der stand vier Meter weiter vorne. Die Wissenschaft kennt keine Grenzen. Man kann jetzt mit anderen Leuten Kämpfe austragen und Pokémon tauschen, indem man einfach nur durch die Gegend spaziert. Ist das nicht der Hammer? Oh cool, so ein Battleplatz. Das sieht schon Anime-mäßig aus hier, ne? Dieser Kampfplatz sieht extrem Anime-mäßig aus. Das mag ich ganz gerne eigentlich. Das ist cool. Ist das ein Zuhause? I don't know. Da ist irgendjemand zu Hause. Hallo. Oh, anscheinend ist es eins. Cool. Ich bin wieder da, Mom. Hallo, Hopp. Oh, und Ostra ist auch dabei. Wie schön. Hey, Moment. Wo ist Delion? Dein Bruder ist doch nicht da, wie du siehst. Du und deine Ungeduld, Hopp. Aber sein Zug sollte jede Minute am Bahnhof von Brasbury ankommen. Ah, dann gehe ich ihn besser abholen. Delion hat einen schrecklichen Orientierungssinn. Bei ihm weiß man nie, ob er den Weg findet. Alter, er findet 100% den Weg nach Hause. Da hast du leider recht. Wenn du ihn abholen könntest, hätte ich eine Sorge weniger, Hopp. Du willst mir erzählen, er ist Pokémon-fucking-Champion. Er muss die ganze Region durchgereist haben. Er ist der Pokémon-Boss dieser Region. Und er verläuft sich, wie Zorro. Labe mich nicht voll. Er findet sich mal den Weg nach Hause vom Bahnhof? Natürlich tut er das nicht. Du hast meinen großen Bruder immer noch nicht kennengelernt, stimmt's, Ostra? Das müssen wir unbedingt ändern. Komm und lass uns nach Brasbury gehen. Ich warte draußen auf dich. Mann, der hat es aber eilig, ey. Der ist nur am Rennen der Junge. Guck mal, die Frau hat Türen. Guck mal, die hat mehrere Türen. Wer bist du? Delion ist so beschäftigt, dass er nur noch selten nach Hause kommt. Er findet den Weg nicht. Trotzdem sollte sein Zimmer für den Fall der Fälle immer schön sauber und aufgeräumt sein. Der Frag ist es. Handeln, ein Trainingsgerät, das wohl oft im Einsatz war. Pokémon können es bestimmt auch nutzen. Ja, buff Pikachu, auf geht's. Das war mit Kappen und Hentai. Das ist Manga, das ist alles Hentai-Manga. Und dieses Zimmer gehört dem anderen Jungen. Ich meine, hier oben wohnen nur die beiden Jungs. Die brauchen keine Tür. Das ist schon in Ordnung. Ah, Opa ist auch da. Cool. Furb ist ein großer Bruder, so etwas wie ein Superheld. All diese Pokal- und Propheten gehören dem Champ. Bald nicht mehr. Bald nicht mehr. Ich meine nur. Wo ist der jetzt schon wieder hin, der Sack? Ich war da draußen auf dich. He's gone. Start klar, dann los. Ah, pass auf, dass du dem hohen Gras nicht zu nahe kommst. Wie du weißt, streuen dort lauter wilde Pokémon rum. Ich habe ja zum Glück meinen Wuhli, falls mich eins der wilden Pokémon angreifen sollte. Aber du bist völlig wehrlos, weil du noch kein Pokémon hast. Also bleib weg vom hohen Gras. Okay. Route 1. Wie die... For real? Die haben sich dazu entschieden, dass es wieder eine Route 1 gibt? Okay. Wenn du kein Pokémon bei dir hast, solltest du lieber vom hohen Gras firm halten. Ach Gott, ich spieche die voll. Ich mache die kaputt mit der Hand. Geh mir meinen Bruder abholen. Der Bahnhof ist gleich da vorne. Ja, 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 ja. Aber das ist schon cool. Guck mal, jetzt müssen wir mal kurz ehrlich sein, oder? Man kann so richtig... Ich mag diese... Third-Person-Perspektive aus diesem Weitwinkel. Das mag ich total gerne, weil du siehst, einfach mehr oder weniger schon die Welt über seine Schultern hinweg. Und das ist schon ganz gut. Woher weiß er, dass ich da ins hohe Gras gehen wollte? Was er sagt. Hör auf damit. Hör auf damit! Hör auf damit! Alle kennen dich. Du bist ja aufgewachsen, du Depp. Das ist peinlich. Der Glugware ist voll klein, übrigens. Hallo, Blastberry! Euer Champ Delion ist wieder hier. Ach, du Scheiße. Du wohnst hier, du Depp! Das kann doch kein Champion sein! Was für ein Empfang! Das gibt mir neue Kraft für meinen nächsten Kampf. Alter, dein Glurak ist voll winzig. Ich habe Ash-Skrurak gesehen. Da konnte man drauf sitzen. Der Champ, er ist wirklich... Delion ist hier. Du und dein Glurak, ihr seid einfach unschlagbar. Danke, danke. Trainiert ihr auch fleißig eure Pokémon? Ich zähle fest darauf, dass ihr mich eines Tages zum Kampf herausfordert, um mir meinen Titel steitig zu machen. Na klar, ist doch Ehrensache. Du bist schließlich unser Vorbild. Wir sind fleißig am Trainieren. Okay. Genau, aber so stark wie dein Glurak werden meine Pokémon bestimmt nie. Gute Einstellung, Junge. Geht zurück nach Hause. Mein Glurak ist sehr mächtig, das ist wahr. Aber auch andere Pokémon haben ihre ganz eigenen Stärken. Größe zum Beispiel. Und genau deshalb will ich gegen die allerbesten Trainer unter euch kämpfen. Mein Wunsch ist es, dass die Trainer Galas aneinander wachsen. Ich will, dass ihr alle gemeinsam Mare Stärke erlangt. Ah, okay. Hey Bruderherz. Ah, hopp. Wenn das mal nicht mein größter Fan ist, der mich da abholen kommt. Oh wow, du behandelst deinem Bruder wirklich so? Du bist der größte... Ah, rrrrsch. Entschuldigung. Lass dich ansehen, Mann, bist du groß geworden. Das sind gut drei Zentimeter mehr. Ha, dann guck mal in meine Hose. Gut geraten. Dein Blick entgeht wirklich nichts, aber das wundert hier sicherlich keinen. Und wem gehört dieses leuchtende Paar Augen? Boah, hör auf mit mir zu flirten, junger Mann. Halt, sagt nichts. Hopp hat mir schon allerhand von dir erzählt. Du musst Ostra sein. Ich bin Delion, der amtierende... Ja, ich weiß, dass du der Champion bist. Du bist der Champion und gehst in der Heimatstadt und... Hallo, ich bin's, euer Champion. Macht ein paar Posen mit mir. What the fuck, Junge? Du bist hier aufgewachsen. Schöner. Meine Fans nennen mich deshalb auch Delion, den unschlagbaren. Wie du vielleicht schon gemerkt hast, bin ich außerdem ein riesiger Glurak-Penn. Ja, so riesig jetzt auch wieder nicht. Genug geplauscht, ihr zwei. Jetzt machen wir erstmal ein Wettrennen bis zu unserem Haus. Ich weiß auch, nee. Hopp und seine Wettrennen. Immer muss er sich mit anderen messen. Das wäre doch cool, ja, dankeschön. Wenn er doch nur einen ebenbildigen Rivalen hätte. Das würde ihm bestimmt dabei helfen, sein Potenzial voll auszureizen. Bitte nicht. So, Freunde, ich muss... Hör! Das nächste Mal heißt das wieder It's Champ Time. Champ Time! Voll die... Was ist das? Ich hab erst gedacht, oh mein Gott, der hat einen Cape wie jeder Champion. Nein, jetzt einfach nur... Guck, das ist voll die Werbetafel. Das ist... Das ist voll die Werbetafel. Er ist nur gekauft. Guck, guck dir das mal an. Da war sogar ein Crow's Nest-Sticker drauf von Final Fantasy 15. Fast Food-Kette. What the fuck? Ich find's cool bis hierhin übrigens. Also, das ist kein... Das ist kein Hates, aber ich muss mich... Ich muss mit den Rivalen schlecht reden, sonst will ich nicht gegen den kämpfen. Jetzt spannt uns nicht länger auf die... Jetzt spannt uns nicht länger auf die Folter, Bruderherr. Wo ist das versprochene Geschenk? Oder hast du das etwa vergessen? Keineswegs. Ich bin ein Mann meines Wortes. Wenn ihr die Allerbesten sein wollt, braucht ihr auch die Allerbesten Pokémon. Ich will, dass ihr stark werdet, deshalb habe ich mich auch nicht lumpen lassen. Wieso verschenkt er jetzt seinen Glurak? Los, meine Kleinen. Zeigt euch beiden. Franzes Pokémon Chimpep. Das Feuer Pokémon Hopplo. Und das Wasser Pokémon Meme... Meme? 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 Moment mal. Ihr wollt mir erzählen? Ihr wollt mir erzählen? Oh Gott, Emotionen. Hau ihn mit dem Stock. Ihr wollt mir erzählen, bei dem Hasen, wenn er aufstampft, da kommt Flammen raus? Ist das euer Ernst? Für welches Poké hast du dich entschieden? Wenn der Hase aufstammt, kommen da Flammen raus! Beim Auftreten! Komm Flammen! Auch wenn er heißt wie mein nicht so guter Freund. Hopplo ist ein Feuertyp Pokémon. In ihm brennt die Flamme der Begeisterung. Entscheidest du dich für das Feuerpoké und Hopplo? Äh! Flammen! Möchtest du Hopplo ein Spitzlam geben? Ja. Das heißt, Sayo. Der mit Sayo immer an meiner Seite ist. Hopp. Bär, Fissmann. Ah, du hast dir also Hopplo ausgesucht. Gute Wahl. Ich weiß. Sagt Hopp. Dann entscheide ich mich für Schimp... Irgendwas ist hier faul, Grabwächter. Irgendwas ist hier faul. Irgendwas ist hier faul. Das ist mein Rivale. Er hat verdammt nochmal meine Schwäche zu wählen. Äh, warum wählt ihr das Pflanzen-Pokémon? Wo? Ist mein Spiel kaputt? Ist mein Spiel kaputt? Ist vielleicht mein Spiel kaputt? Das war bei Sonne und Mond auch so. Das habe ich gekonnt, ignoriert. Das hat das Sayo. Wir sehen uns beim Training so richtig... Wir werden uns beim Training so richtig reinhängen, okay? Ich will nämlich der nächste Champion-Event. Alter, hast du eigentlich rosa Zähne? Hopp. Das ist nicht gesund. Mein Rivale hat... Der Rivale hat mich... Mein Rivale hat da stärkere Pokémon zu nehmen. Zumindest typmäßig da stärkere Pokémon. Oder meine Typschmäche. Was ist das denn für eine Nummer? Das habe ich mir schon gedacht, Hopp. Deshalb habe ich nicht nur dir, sondern auch Ostra ein Pokémon geschenkt. So könnt ihr miteinander wetteifern. Das ist die beste Methode, um zu stärker zu werden. Der kann nicht mit mir wetteifern. Der hat den fucking... Affen genommen mit Stock. Und ich habe Feuerbein-Dase. Wer gewinnt wohl? Wer weiß. Vielleicht schafft ihr es ja irgendwo, irgendwann so gut... ...wie ich zu werden. Entschuldigung, du wirst in der Wirknis ausgesetzt. Sorry. Und du kommst mit mir, kleines Pokémon. Du und Glurak werden hoffentlich gute Freunde. Oh Gott, du wirst leiden. So, jetzt wird aber mal gegessen. Für eure Pokémon ist natürlich auch gesorgt. Okay. Okay. Der so, grill schneller, Mann. Okay. Ah ja, gleich zwei Grillfackeln, ne? Was ist das für ein Geräusch? Am nächsten Tag. Gibst zu, Hopp. Du bist gestern bestimmt bis in die Puppen wachgeblieben, um mit deinem neuen Pokémon zu spielen. Stimmt's? Ich wette, ihr kommt schon richtig gut miteinander aus. Und ob, Bruderherz. Oster und Hopplo haben sich auch schon angefordert. Das weißt du nicht. Sehr schön. Gegenseitiges Vertrauen ist das A und O für einen Trainer und sein Pokémon. Was hat der gerade für mich geschickt? Ich bin bei mir zu Hause und mache Dinge, die ich mache in meinem Raum ohne Tür. Und er weiß, was ich gemacht habe? Das ist merkwürdig. Behaltet immer all den Glauben aneinander. Gebt nie auf und kämpft. 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 Nur dann werdet ihr irgendwann zu meinen würdigen Rivalen. Oh Gott, er züchtet sich. Er züchtet sich einfach Gegner heran. Komischer Champion. Hallo? Was schaust du ihnen dabei an? Wenn hier jemand ein Rivale wird, dann ja wohl ich. Erwarte. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ab heute sind Ostra und ich Rivalen. Im Kampf darum, wer dann Rivale sein darf. Hört sich kompliziert an. Jetzt sind wir waschechte Trainer. Aber wie du weißt, werden Pokémon nicht von alleine stärker. Das heißt, wir müssen unsere Pokémon trainieren und mit ihnen Kämpfe bestreiten. Moment mal, ob ich es verdient habe, euch waschechte Trainer zu nennen? Entscheide ich. Und um das herauszufinden, will ich, dass ihr gegeneinander kämpft. Mit Messern oder mit Pokémon? Wie sieht es aus? Bist du bereit für den ersten richtigen Pokémon Kampf nach Pokémon? Okay, von mir aus. Glaub an eure Pokémon und schließt sie ins Herz und sorgt euch immer gut um sie. Irgendwann entwickelt ihr dann ein Gespür dafür, welcher Takten das Beste aus ihnen herausholt. So manchen Kämpfe auch gleich so machen. Kämpfe auch gleich viel mehr Spaß. Lesen hilft. Seid ihr in eure Pokémon bereit für den Kampf? Dann lasst du es mal krachen. Ich habe jeden einzelnen Kampf meines Bruders gesehen. Ich kenne alle Zeitschriften und Bücher, die er in seinem Zimmer hat. In- und auswendig. Alle Bücher und Zeitschriften, mein junger Freund. Ob dir das hilft? Mir macht keiner was vor. Ich weiß genau, wie man einen Pokémon-Kampf gewinnt. Was ist das für eine Mucke? Ich hoffe, so muss ich nicht immer kämpfen. Pssst. Du hast schon zwei Pokémon. Ja, du sollst die Schnauze halten, während wir kämpfen. Hier reden unsere Fäuste. Woolly Level 3. Oh, ich sitze genau im Lebensbalken von Sayo. Ah, es ist nicht so schlimm. Wartet, doch, es ist schlimm. Ihr wollt bestimmt die Lebensbalken meiner Pokémon sehen, oder? Ich versuche es mal da. Wenn ich euch da aufrauche, sagt kein Bescheid. Tackle und Heule an der Suche. Die, ich habe Feuer. Ich hätte vorher mal Feuer in die Füße. Jetzt nicht mehr. Ich glaube, mein Hopplo ist kaputt. Wo sind meine Feuerfüße hin? Ich glaube, ich habe noch ein Ass in den Ärmel. Nein, du hast ein zweites Pokémon. Gut. Weißt du was? Weißt du? Weißt du etwa schon über Bescheid, über die Schwächen und Stärken? Geh mir einfach nicht. Na, sag. Ssh. 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 Sagt nix. Sagt nix. Blick dich einfach hin und stirbt. Oh, ein Volltreffer. Nice. Ein Volltreffer? Na ja, Anfängerglück ist auch eine Art Talent. Wow, das ist gescriptet. Ich glaube, ich bin Level 7. Pokémon Trainer. Na ja, sowas ähnliches. Ich hatte zwei Pokémon dabei und habe trotzdem verloren. Jetzt hänge ich in der Textbox. Also, ich hänge über den Lebensbalken. Ihr könnt jetzt meckern, wenn ihr wollt, aber ich hänge über den Lebensbalken ab. Okay. Gut. Du gewinnst 400 Poké-Dollar. Nice. Wow, du bist unglaublich. Jetzt weiß ich, warum mein Bruder nicht nur mir, sondern auch dir ein Pokémon geschenkt hat. Was für ein packender Kampf. Nein, nicht so ganz. Aber na ja. Um ein Haar hätte ich Gluragraus gelassen und selbst mitgekämpft. Bitte das nicht, dein Gluragraus. Danke. Habt ihr euch groß... Ja, ihr habt euch großartig geschlagen. Eure Pokémon waren auch einsame Spitze. Aber jetzt mache ich sie erst mal fit. Wir sind bestimmt erschöpft. Du hast echt Talent, Oster. Deshalb würde ich dich gerne um etwas bitten. Ich will, dass du Hobbs-Rivale wirst, damit ihr einander wachsen und gemeinsam stark werdet. Das ist doch schon durch, das Thema. Ich will doch schon sein Rivale. Ich will doch viel, viel stärker werden. Was sagst du, Bruderherz? Bin ich bereit für meinen ersten Arena-Kampf? Äh, du machst wirklich keine halben Sachen. Du willst also in der Arena-Challenge teilnehmen und dem größten Turnier Galas. Wenn das so ist, dann solltet ihr euch zuallererst mehr Wissen über Pokémon aneignen. Vor allem du, Ostreicher. Was bedeutet vor allen Dingen ich? Ich habe gerade diesen Kampf gewonnen. Oh mein Gott, der hat mich fertig gemacht. Ich will, dass du sein Rivale wirst. Vor allen Dingen du solltest lernen, wie man Pokémon, wie was Pokémon. Du solltest das lernen. Danke, Papa. Ein Pokédex wird euch helfen, die Stärken und Schwächen eurer Pokémon zu verstehen. Lass uns so sagen. So gesehen ist ein Pokédex nicht bloß mit Daten, sondern auch mit der Liebe eines Trainers zu seinen Pokémon gefüllt. Versteht ihr? Nein, nicht so ganz. Wenn mein Bruder sagt, dass echte Trainer sowas brauchen, dann ist es so. Schauen wir gleich ein Pokémon bei Bor vorbei und holen unser... Ich sage der Professorin Bescheid. Okay, das ist schon mal gut. Mein Traum ist es, der nächste Champ zu werden. Den Pokédex kriege ich mit links vervollständigt. Man wird sich noch lange an meine Taten... Man wird sich noch lange von meinen Taten erzählen. Die Legende von Hop beginnt. So solltest du noch deiner Mutter Bescheid sagen. Hey, was soll das für ein Geräusch? Hast du das auch gehört, O-Ruster? Von meinem Arm. Und das war das Hopplo. Äh, das Vulu. Oh nein, das Tor ist offen und das Vulu ist schwul, das ist verschwunden. Das ist mir doch egal. Das ist einfach nur ein Pokémon, was weg ist. Es hat vorhin doch immer wieder versucht, das Tor einzurennen. Es war gestern übrigens, weil es hieß vorhin am nächsten Tag. Sag mir bitte nicht, dass es da reingerannt ist. So ein Mist. Das ist doch... eigentlich Zutritt verboten. Als die Enklin der Professoren noch klein war, ist sie im Wald angeblich mal in ernsthafte Schwierigkeiten geraten. Ihre Großmutter muss sie danach wohl ordentlich zusammengestaucht haben. Was machen wir jetzt, Ostra? Retten wir das Pokémon. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Klar, eigentlich ist es hier zu verboten, aber das zählt ja wohl eindeutig als Notfall. Da hilft nur eines Augen zu und durch. Komm, Ostra, jetzt wird rangeklotzt. Ich verzeihen muss. Kann ich gehen? Okay, ich hab's nicht so eilig. Ich roleplay das jetzt. Ich hab's nicht so eilig, wer. Deswegen geh ich einfach nur dahin. Aber das mag ich. Ach, ich sag, das ist ein Bild gewesen. Okay, das ist tatsächlich die Grafik. Hallo, Volo. Volo? Volo heißt das? Mist, wo ist es bloß hin? Oh Mann, und jetzt verdichtet sich auch noch der Nebel. Wenn wir das Pokémon nicht bald finden, haben wir ein Problem. Random Kämpfe? Was bist du? Ein Raffel. Was zur Hölle ist ein Raffel? Kuss auf den Sack. Geh weg, geskripteter Kampf. Die Effekte sind, also wie gesagt, das Game ist super pretty. Die, äh, 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 also die, bis jetzt ist, alle Dialoge sind sehr wonky. Ähm, 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 ähm. ist minimal merkwürdig und dieser hopp ist noch merkwürdiger ich will gar nicht mit dem reden ich will einfach weitergehen wir müssen ein pokémon fangen ist das nur gescriptet oder ist es und das will ich haben ein mai rock micro 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 ja irgendwie stahl oder so stahl flug das ist dieser arbeite immer gesehen hat sehr gut sehr gute attacke silberblick ich finde jetzt irgendwie es hieß so ja das von aufwendig animiert und so war es ja bis jetzt finde ich das ist genauso wie bei den teilen davor also bei den bei den bei den 3d teilen davor die kamera fahrt habe ich gemacht es ist so ja heute stehen halt rum auf der stelle und machen irgendwas und bei teckel ist ja hingelaufen okay das stimmt schon bei teckel ist ja hingelaufen und ist da gab es nicht nur diese 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 teckel animationen wir achten mal ein bisschen mehr auf die attacken und wie es serviert was war das für ein geräusch hast du das eben auch gehört war das ein pokémon ruf und nein sehe ich jetzt direkt die legenden am anfang macht es nicht game kommt schon schon wieder so ein viech geh weg sammeln müsse für den winter aber gehen wir nicht auf die muss oder was man hier bei der muster ich mache mir riesige sorgen um wo die wo die wird er jetzt ausgesprochen also der nebeleffekt ist geil ich wünsche ich könnte die kamera ich kann über die kamera nicht bewegen falls ihr euch das fragt ich kann die kamera nicht drehen oh nein das habe ich nicht gemacht nein das habe ich nicht das ist euer ernst dass ich diese dreckige pose auch mache wir haben ein problem oh wir haben ein richtig dickes problem dieser nebel gefällt mir gar nicht man könnte fast meinen der wald will uns nicht hier ein kesseln habe ich glaube ich gelesen weiß ich nicht deine zähne gefallen mir irgendwie nicht die haben irgendwie gar nicht hier sind gar nicht weiß das macht gar keinen stück das macht ja keinen sinn sie komisch ist also mit der kong nein macht das nicht game was ist das ich bin sicher dass das machen will aus unerklärlichen gründen kannst du gerade nicht fliehen blut was zum die attacke war völlig wirkungslos ja danke game du kannst nicht fliehen du kannst immer noch nicht fliehen heuler der angriff der kanal der wirkung jetzt kann ich gar nichts mehr sehen alles in ordnung bei dir ist da geht so aber es hilft nicht der angriff zeigt keinerlei wirkung der nebel wird immer suppiger okay das war's ich sehe überhaupt nichts ja okay ich mache ich mache im wald bubu im wald perfekt aber der andere macht auch wie hast du uns gefunden ich meine du verläuft sich doch sonst bei jeder gelegenheit das ist nicht witzig ihr könnt vom glück reden dass ich euch gefunden habe ihr seid ewig nicht aufgetaucht da musste ich euch einfach suchen gehen ich habe mir wahnsinnige sorgen gemacht da fällt mir ein was ist eigentlich mit wuli es hatte sich im wald verlaufen und wir wollten das retten deswegen sind wir überhaupt hier ist es gerade dem geht es gut wie ihr seht aber als ich hier ankam was ihr alle wusste es hört mal auch wenn das ganze eine rettungsaktion war ihr wisst dass ihr den wald nicht treten dürfte einfach loszustürmen ohne ohne mir bescheid zu sagen war verantwortungslos und gefährlich aber gleichzeitig habt ihr auch eine menge mut bewiesen das muss ich euch lassen ja zum glück ging alles noch mal gut aus dieser wahnsinnige nebel war ja noch noch harmlos aber der kampf gegen dieses abgefahrene pokémon hätte auch anders ausgehen können naja ende gut alles gut moment welches abgefahrene pokémon das hättest du mal sehen sollen delion es hat eine unglaubliche ausstrahlung unsere attacken hatten gar keine wirkung es war als würde alles durch es durchgehen die attacken sind durch es durchgegangen im schlummerwald soll es tatsächlich ein merkwürdiges pokémon geben aber habt ihr es wirklich gesehen oder war das nur eine illusion ich hoffe dieses erlebnis hat in euch den wunsch geweckt stärker zu werden vielleicht schafft ihr das war eine standpauke ja bestimmt dieses erlebnis war bestimmt richtig krass für euch ich möchte dass ihr deswegen stark wird ich möchte dass ihr aus diesem leid und aus dieser erfahrung euch nähert euch daran labt werde zu würdigen gegner die zeit quetschen kann okay ja cool bevor wir nach brusberry gehen solltest du aber noch deiner mutter bescheid sagen das hat sich schon mal vorher mutti die steppe schon wieder in der küche oder jawohl ich muss noch mal gucken dass ich das gleich hinkriege oh das ist mal ein süßes hopplo ihr wollt nach brusberry um euch den pokémon bedorgen ich war den wir schon davon erzählt hier ein kleines taschengeld für meinen großen sohn kauft ihr davon im pokémon center ein paar tränke im pokémon center und kümmere dich gut und der hopplo vergiss nie wie sehr es sich für die wie sehr es sich für dich anstrengt verlange ihm nicht zu viel ab okay und du hopplo passen gut auf mein ostra auf ja du weißt ja wenn irgendwas ist kannst du dich immer zu hause ausruhen wiedersehen mutti atmosphärisch finde ich das sehr schön solange ich solange niemand redet sobald ihr irgendwie wird sagen ist es ob man bitte lasst das mutti oder mutti war okay aber der rest gerade er hier okay es geht los das ist der erste schritt auf meinem weg zum titel des champs ich werde im hohen gras ein bisschen mit meinem champignon trainieren wir treffen uns ein pokémon labor ja das ist das gebäude mit dem violetten dach mit dem roten pokéball vorne wo labor dran steht genau hier gibt es nämlich gar keine random kämpfe pass auf dass du die schlafenden buli nicht aufwächst naja und das hindert mich jetzt daran daran zu gehen oder was das ist gar nicht so schlecht und auch männlich sehr gut ich mag es wenn sie männlich sind okay okay das erste pokémon gotcha da bin ich gesagt das finde ich übrigens ein gutes feature da finde ich ein austral eines gutes feature wenn ich das so sagen darf falls ihr nicht gesehen was das war weil ihr nicht wisst was ich für ein fuchs oh mein gott das so ein fuchs wenn ich wissen was ich für ein feature meint ist das was bist du ein klepp die fuchs wie kleptomane das auch man auch männlich ist mir ein männliches männchen der männlichkeit und level 6 es ist prügler ein einmal getroffen ich hatte getrifft einmal okay ich bin mir sicher dass wir nochmal angreifen könnten aber ich mache direkt hier ich mag den einsatz von pokémon gerne sehr sehr dass es auf einer extra taste liegt also gameplay technisch macht schon spaß das zweite pokémon unserer reise ach ja da war ja was ach die kriegen alle erfahrungen aber ich finde es gut dass man beim ich finde es gut dass man beim fangen auch erfahrung kriegt ich weiß das ist jetzt so ein pokémon let's go ding aber auf der anderen seite finde ich das extrem geil dass du einfach gerade wenn du dann gegen das pokémon kämpfst dass du auch erfahrung kriegst weil du ja gegen das pokémon gekämpft hast ein stärkeres glurak habe ich noch nie gesehen der champ ist hier auch nö auch kann er mich nicht einfach in ruhe nach ach man geh weg du hast heraus du hast her gefunden gut gemacht als ich zum ersten mal nach brosberry musste habe ich mich erstmal gründlich verlaufen ich habe es nicht so mit der orientierung wenn man mit pokémon unterwegs ist sieht man gleich ein bisschen mehr von der welt was ohne glurak würde ich mich nie und nimmer zurechtfinden danke fürs rumlotsen partner aber genug gequatscht kommen lass uns reingehen auch viele bücher unglaublich wie viele interessante bücher professor mcgonigal zusammengetragen hat magnolica nicht dass ich etwas anderes von ihr erwartet hätte woll 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 guck dir die ganzen werbe stick an delion was für dich diesmal hierher willst du wieder von mir wissen was das allerbeste pokémon aller zeiten ist oder irgendein ähnlichen unsinn ich habe wirklich keine zeit für sowas ist das die professorin und das ist die tochter der professoren wer sie professoren das habe ich einen neuen crush Hallo woll die nah mein kleiner danke dass du mich immer sicher an mein ziel bringst dieses pokémon heißt woll die ich habe dir ja schon gesagt dass ich einen fürchterlichen fürchterlichen orientierungssinn habe wohl die hat mir schon oft aus der patsche geholfen wenn ich mich mal wieder verlaufen hatte und diese junge dame dort ist seinen trainer niemand kocht schnell kocht schneller als sie hallo so stellst du mich hallo so stellst du mich vor glaubst du unsere gemeinsame zeit als arena challenger ist ein freifahrtschein für blöde witze da musste ich den mindestens genauso oft aus der patsche helfen wie wollte ich bin dann ja die assistentin des professors noch besser nur nimmst mich mal wieder viel zu ernst aber weiter im text das ist ostra ein frisch gebackener pokémon trainer würdest du ihm ein paar tipps mit auf den weg geben ich werde woanders gebraucht ja bei irgendeinem werbevideo oder du musst weitere sticker auf deinen umhang bügeln immer weg Sonst noch irgendwelche wünsche der herr dieser typ denkt immer nur an sich selbst kein wunder dass er sich ständig verläuft wenn sein kopf immer in den wolken hängt Du bist du hast ja auch ein smart rotum ach du nein bitte hey rotum So ein smart rotum ist schon was tolles besonders die karten und navifunktion Dankeschön mann und frau chaos stecken hier mal geld in den pukuläntchen dankeschön Ich wollte schon sagen was das für ein geräusch habe ich habe ich ein item gefunden ich habe gar nichts bekommen Dankeschön das war das gute ne das war fünfer war schon Vielen 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 dank Das hat eigentlich niemand mehr verwirren Niemand mehr verlieren kann also ich war gerade verwirrt dankeschön 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 für den support Wie gesagt ich wünschte die anderen grabwächter würden ja auftauchen aber vielleicht ist es zu früh oder vielleicht ist es zu pokémon oder vielleicht ist es doch nicht so viel hype wie sie alle wollten aber ich freue mich gerade hier zu sein weil nochmal ich mache mich über das ich mache mich über das game lustig nicht weil ich das game schlecht finde sondern weil ich gerade so richtig in die welt eintauchen Kennt mich wer mich kennt der weiß ganz genau wenn ich so blöde witze reißen sondern dann das denn deswegen weil ich mich in der weil ich mich in der welt ganz wohl fühle und mich auch mit meinem charakter und meinem drumherum Identifizieren kann und habe da einfach spaß mich in der welt zu bewegen und das so zu kommentieren wie ich das wie ich das aus meiner sicht sehe Deswegen nicht verzweifeln Nochmal das game sieht super aus Ich weiß nicht warum ich ein smart rotor brauche in der welt von pokémon das macht aber nichts Die neuen pokémon die ich bis jetzt gesehen habe waren ganz cool ich fand das blöd dass mir sofort die Hier ihr wisst schon die die cover legende das ist natürlich jetzt nicht meine gewesen das war das war nicht das schild pokémon sondern das war wahrscheinlich das schwert pokémon Ich fand es doof dass mir das direkt vor die nase geworfen wurde weil Ihr kennt die alten pokémon teile noch da ist so ja du hast zum beispiel ich sage jetzt mal meine lieblings edition einfach gold und silber da hast du zwar bei der gold silber und Diamant was war das platin egal die 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 andere edition diese die die gemeinschaftliche edition ihr wisst schon welche ich meine kristall oder was auch mal Und da habt ihr auch sekun gesehen oder ihr habt auch ho und lugia gesehen aber von denen habt ihr einfach nie was gesehen Und dann habt ihr irgendwann mal ein wandbild gefunden oder so und dann kam das erst mal dass man die Irgendwann an diese legende rankam hier soll ja hier ist die legende bam es ist so schlimm pokémon wieder ein bisschen mystisch zu machen Ich finde es cool eigentlich die mystische welt von pokémon nicht die 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 werbegebügelte jacke von pokémon naja Aber sonst macht mir das sehr viel spaß ja ihr habt recht ich würde auch wieder einen wie in richtigen rivalen haben der sich das richtige pokémon aussucht nämlich das pokémon was gegen mich gewinnen kann Und nicht so der kumpel christus ist der irgendwie so ein bisschen Irgendwie so ein bisschen dämlich ist erscheint so ein bisschen dämlich zu sein der haupt der ist nicht ganz der ist nicht ganz richtig in der biere Meiner meinung nach der sind jetzt der ist ein bisschen verpeilt Und der delion kanal champion nicht rumlaufen und kann nicht sagen ich verlaufen nicht immer so funktioniert es nicht aber gucken Wie es weitergeht und jetzt sag mal wie gut kennst du dich eigentlich schon mit pokémon aus ich bin ein profi Na sieh mal einer an dann bleibt mir ja nur nicht mehr viel zu tun als den pokédex von auf den smart rotum zu installieren pokédex ist jetzt eine app Pokédex ist einfach eine fucking app für meinen smart rotum Ach ja der pokédex ist übrigens ein geschenk von professor mcgonagall meiner großmutter ah ja Könntest du bei ihr vorbeischauen und ihr sagen dass ich den pokédex installiert habe Sie sollte sich gerade auf in ihrem haus ganz am ende der von route 2 aufhalten Hallo saio Na du Ganz wenig ist noch da Das war auch ganz wenig für mich noch da Also Ich hab so eine kelle so genommen Das ist ja sowieso She is my new crush My new crush Guck mal wie die sich freut wenn ihr mich sieht Delion hat sich zu einem hervorragenden champ gemausert Während ich mich mit der arbeit als selbsternannte assistentin zufrieden geben muss Selbsternannte assistentin Wie macht man sowas Hey baby Wie macht man selbsternannte assistentin Wollte nicht auch mal eine selbsternannte assistentin werden Hallo junger pokémon trainer tut mir leid dass ich dich einfach aufhalte Du warst doch gerade im pokémon labor oder Dann hast du ja bestimmt auch einen pokédex bekommen Ich hab ein pokédex app bekommen danke Ich kann einfach nichts anders als neue trainer anzusprechen und ihnen etwas über die arme Und ihnen etwas über die arme zu greifen Hier für dich Du hältst einen trank Du hältst gleich eine ohrfeige vom ohrfeigenbaum Geh weg Das ist ein trank Setz ihn ein wenn eines seiner pokémon kampf kraftpunkte oder kurz kp verloren Hey Dankeleif für noch mehr pokéwelle Ja James Streichel Snobili Cut Streichel Snobili Cut Hardcore Tu's Vielen, 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 vielen Dank Pokéwelle on grande Tränke kannst du übrigens auch in Kämpfen einsetzen Das werde ich aber nicht tun Wissen ist Macht Wer sich informiert hat schon halb gewonnen Geh bitte weg Warum wird die Tutorial Sequenz immer länger bei pokémon Willst du Wenn du dich auf deiner reihe Auf den reisen für ihr Es hilft einen blick auf die karte Und dann haben alle Tutorial Ein Haus Kann ich einfach random hauser gehen Ich kann Hat das ein Knochen Hat das Eichhörnchen den Knochen Also ein kleines Haus Sah von außen Das sah von außen größer aus Das ist nicht so schlimm Ich weiß noch was auf dem Schild stand Das es hier mal gab Nach rechts geht es zum pokémon Und auf der anderen Seite Bahnhof Ach ja Das war ein schönes Schild Und jetzt steht er hier breit gebaut Der Adonis der ist Oh nein Saniya hat den Pokédex auf deinem Smart Rotom installiert Stimmt's Dann geht's Jetzt richtig los Such dir ein paar richtig starke Pokémon Für dein Team Ab jetzt werden wir bestimmt mal Immer öfter in Kämpfe geraten Schließlich wimmelt es da draußen Nur von wilden Pokémon Und übereifrigen Trainern Wenn dein Team erschöpft ist Dann such schnellstmöglich So ein Pokémon Center auf Alle Pokémon Center sehen gleich aus Du kannst dich also gar nicht verfehlen Komm werfen wir mal einen Blick hinein Mir nach Osterb Bitte erklär mir nicht Was ein fucking Pokémon Center ist Das ist ein fucking Pokémon Mall geworden Was ist denn hier los Das ist ein erster Besuch Äh Nein Ich kenn mich aus Na da muss ich dir ja nichts erklären Geh weg Wenn ihr echt über Pokémon Trainer werden wollt Müsst ihr auf jeden Fall Tränke mitnehmen Gute Idee Danke Osterb Ich geh schon mal zu Route 2 Komm nach Wenn du fertig bist Das ist Pokémon Barista Sehr wohl Ich bin dein Ansprechpartner In Sachen Pokémon Was darf es sein Einen Namen bewerten Und Sayo Ah Sein momentaner Name Lautet also Sayo Damit hast du dir schon viel Mühe gegeben Wollen wir nicht an besseren Namen verpassen Füllst du Paufs Maul Was kann Nein Ich will nicht Spitznamen Mach doch mal Mach doch mal fünf Minuten Pause jetzt Lass mich doch mal gucken Was es hier noch gibt An eine Art An eine Attacke erinnern Eine Attacke vergessen Okay Du siehst aus Ob du Kaffee servieren würdest Und du sitzt Was ist das? Das sind die PC-Boxen Okay Und was bist du? Im Pokémon Supermarkt Was möchtest du? Irgendwie mag ich die Pokémon Musik Hier drin nicht Es ist die Pokémon Shop Musik Das ist das Pokémon Center Team Nur irgendwie abgewandelt Uch Hallo Schwester Joy Guck dir mal an wie steril Guck mal Das ist Pokémon Magie Was hier passiert Guck dir das an Das ist überhaupt keine persönliche Behandlung mehr Das ist einfach voll der Tisch Ja und dann werden die mit irgendwelchen Steroiden vollgepumpt Das ist doch kein Krankenhaus Ändert ihr euch noch Wie sich nur ans Krankenhaus gekommen ist Oder Glumanda Und dann ist Chaneera gekommen Mit einer fucking Trag Und hat Glumanda in den OP gebracht Heute gibt es kein OP mehr Heute gibt es Steroide Das ist nicht gut Was ist das? Was ist das? Wusstest du Dass jeder Laden Andere Sachen verkauft? Oh Das gute Das 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 gute Das gute Freddy Krüger Shirt Sind das verschiedene Pokémon Marken? Designer Jeans Und Skinny Jeans Socken Lange Socken Brille mit dicken Rahmen Ablegen Okay Kann ich nochmal ein Oberteil ablegen? Schlichte Handschuhe Ja das ist geil Handschuhe sind geil Das finde ich cool Ich kann leider nicht mein Hemd Ich dachte gerade wirklich kann mein Hemd ausziehen Das wäre eine geile Nummer gewesen Das wäre eine geile Nummer gewesen Kann ich mal eine Mütze ausziehen? Kann ich was kaufen? Kann ich was kaufen? Bequemes Shirt in schwarz Oh Gibt es was blaues? 900 Ich habe 31.000 Pokodollar Kleines Taschengeld von meiner Mutti Also Auf geht's Gestreift Sieht überhaupt nicht aus Grabwächter Oh guck dir das an Oh guck dir das Ando Mega Feature Oh die Halbschuhe gehen gar nicht Das ist so richtig japanisch Oh Oh ne das lass mal Ich lass mal meine Schuhe an Die sind alle nicht so gut aus Ich hätte gerne ne Gucci Ne Gucci Reisetasche wenn es geht Weißblau Ne Oh ne Ballonmütze Das ist ja geil Ich drück mit Sie geht auch gar nicht Oder Komm wir nehmen Die schwarze Ballonmütze So richtig Fassösischer Adeliger mäßig Das gab es In Sonnenmon auch schon Aber so krass Oh fuck Jetzt habe ich hier richtig Handschuhe Marineblaue Handschuhe Die will ich haben Entschuldigung Wenn ich jetzt ein bisschen Einkauf Aber Wir müssen Wir müssen uns schon Wir müssen uns schon Wohlfühlen Oder was meinst du Wir müssen uns schon Wohlfühlen Wenn ich alles in Marineblau kriege Ich bin natürlich geil Kann ich auch die Mütze komplett Weglassen Ah ja Das ist natürlich noch besser Das ist natürlich noch besser Das ist natürlich noch Wesentlich besser Eine Poképuppe Sie ermöglicht Die Flucht aus dem Kämpfen Also ich sehe jetzt schon deutlich geiler aus Ich habe halt nur noch diesen Rucksack Und ich habe irgendwie nichts von Gucci Das ist nicht gut Da gucken wir mal Was gibt es hier Hallo wie wäre es denn ein paar Frisch gepflückten Beeren Ich nehme mal zwei Kann ja nicht schaden Achso Chaos und Lai Sag mir mal zwei Sag mir mal zwei Namen Für Pokémon Ihr beide könnt euch Ihr beide kriegt jetzt einen Namen Für die Pokémon Für einen echten Trainer Ist die Arena Challenge Doch der eigentlich ein Muss Oder Die Arena was Du weißt nicht was die Arena Challenge ist Na das ist dieser riesige Wettbewerb Der einmal im Jahr stattfindet Der Gewinner hat gute Chancen Am Ende gegen den Champion antreten zu dürfen Aurora Okay Um sich für die Teilnahme zu qualifizieren Braucht man allerdings einen Empfehlungsbrief Delion könnte mir jederzeit einen ausstellen Aber leider stellt er sich quer Deshalb will ich jetzt die Professoren um Rat fragen Okay Die wurden am Ende von Route 2 die Professoren Da gucken wir uns da mal um Aber vorher Geheimgeschenk Neuigkeiten aus der Naturzone Per Pokéball Plus mit Pokémon ausdruckbar Ach das geht hiermit auch Alles ist cool gemacht Okay dann hat der Pokéball ja auch fast Dann hat der Pokéball ja fast einen Wert Pokédex ist auch neu Pokémon Aurora Okay dann nenne ich den Fuchs Nenne ich Aurora Achso das muss ich dann Was kann der überhaupt Bericht Er ist Unlicht Der Vogel ist Flug Und meine Arena Meine ID ist geil 983649 Meine Trainer ID So Er ist schnell Ne Doch er ist schnell Und hat schlechte Spezialverteidigung Oder andersrum Angsthase Die Flucht vor wilden Pokémon Gelingt immer Mein Dynamics Level ist 0 Was immer das bedeutet Ruckzuck Hiet Rutschlag Und Prügler Ich weiß nicht was Ruck Prügler macht Der Anwender greift zusammen mit allen Mitgliedern seines Teams das Ziel an Je mehr Pokémon sich im Team befinden Desto höher die Anzahl der Angriffe Boah das ist krass Was heißt mit 6 Pokémon mache ich auch 6 Angriffe Es ist forsch und liebt bis zu essen Es trägt keine Bänder Was für Bänder gibt es hier Gibt es hier wieder fucking Pokémon Beauty Contests Das wäre Weil die waren doch Das waren doch Bänder oder Die Beauty Sachen Damals Bei Diamant und Diamando Bei Rubin und Saphir Hmm Aurora das finde ich merkwürdiges feature das war bei pokémon let's go war das einfach im menü dass man das um nennen konnte und das haben sie jetzt wieder weggenommen jetzt muss tatsächlich zu irgendjemand hingehen der das macht das ist ein bisschen komisch weil das feature ist doch eigentlich egal wo das lauert oder das haus der professoren erkennt man vom weiten an seinem violetten dach ich wünschte es wird noch rennen geben rennen wäre noch ein geiles feature oder und nicht so wie der duo hey ostra sag mal weißt überhaupt schon wie man pokémon fängt bitte nicht sei juli gerne hier sind ein paar poké bälle verspricht mir dass du pokémon fängst 20 poké bälle die jungen haben die jungs haben zu viel geld guck dir immer noch ich komme nicht klar dass einfach seine komplett sein kompletter umhang fucking werbetafel ist das kann ich kann nicht ich kann das nicht ich kann darüber nicht reden auch seine kippie ist eine werbe ist eine werbetafel und wenn ihr nicht so ich habe übrigens das gehört habt ihr vorhin gelesen es gab im pokémon sind da gab es eine news tafel da war so ein neustes highlight pokémon tattoos das glurak von dem champion bekommt jetzt die ersten tattoos das sind werbetattoos habt ihr das vorhin gelesen ja oder wenn ihr ein pokémon fangt bekommt bekommt euer team dafür übrigens auch erfahrungspunkte ja das ist okay stellt euch stellt euch allen trainern die unterwegs trefft und euer teams zu ja 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 hätte ich mit dem zug gekommen was jetzt nur ab ich werde 0,0 nichts der allerbeste das allerbeste team der welt beisammen haben die professoren wird den mund verstauen gar nicht mehr zu kriegen die professoren kriegt bei mir wegen anderen dingen nicht und so egal was was das was das ist das dann kam ihr habt was zur hölle ist das das ist nicht so effektiv oder ist aber eine lange animation pro pokémon kriegte auf den sack ein volltreffer natürlich ein volltreffer aurora gefällt mir also vom style her gefällt mir der fuchs extrem gut und ich mag und nicht ganz gerne aber so von der stärke ist es halt wie bei jedem anderen und nicht im moment auch ich finde und nicht das einfach extrem extrem schwacher typ wir fangen das mal nicht weil ich es will nicht weil es cool aussieht einfach weil es jetzt hier rumsteht und ich es noch nicht habe ich will alle pokémon fangen die wir noch nicht haben ist ja klar nenne ich nenne ich nenne den vogel so ich nenne wir haben in diesen diesen mic mic diesen micro den haben wir dabei ich habe die die chancen sind sehr hoch dass wir das dass wir das pokémon tatsächlich auch im team behalten weil das wird so eine schwarze kreer das finde ich ganz geil wasser 85 es ist männlich weiblich was bedeutet das oder hat zwei geschlechter bedeutet das wer weiß das schon pokémon ist ein rätsel wir nehmen noch dieses wie ich mit eine raffel sind das neue das problem ist ich habe mir sitzen ich habe die letzten drei generationen übersprungen das heißt für mich sind wahrscheinlich alle pokémon neu das ist ein weibliches pokémon das ist mal was ganz neues wenn ich mal diesen micro auf der anderen seite jetzt gerade wo ich das gesehen habe so weit aber schon das ist ein weiblicher name ist ich glaube das ist bei pokémon relativ gehabt dass männliche also wenn ich jetzt extra auf ein weibliches pokémon warten soll dann mache ich das auch aber es ist überheblichkeit effektiv jeder steht daran dass es effektiv ist der anwender breit mit seiner stärkung bleibt das ziel an dieser angriff ist umso stärker je weiter die status werke des anwenders erhöht sind das weiche nicht weiter ich habe wenn er das weichhörchen haben willst du sich niemals benutzen werden das auf der bank rumgammelt dann ok ich will es nicht ich will es nicht ins team nehmen ich gucke es an und ich denke mir nein nein vielleicht finde ich ein weibliches micro zu not dann nehme ich das wenn wenn es wenn es weiblich sein muss ich bin bei pokémon macht es überhaupt keinen unterschied ob die männlich oder weiblich sind was zur hölle war das noch besser roten schlag da habe ich extra hoplo genommen weil er fucking feuer brennendes feuer unter sich hatte als er gelaufen ist und hier hat er das einfach nicht mehr voll das voll das fake pokémon es hatte brennende fußabdrücke in der in der in der vorstellung wo sind seine brennenden wo ist die brennende erde unter seinen beinen neben dem man mit der erstes weibliches pokémon ich dachte schon es gibt keine weiblichen pokémon mehr den dinge den dinge 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 leben wird so ekelhaft schnell gehen gibt es eigentlich noch dv es wird wahrscheinlich jetzt keine dv mehr geben oder das der quatsch Aktualisiert. Möchtest du einen Spitzern nehmen? Nein. Die V waren so extra Spezialpunkte, wenn man gegen bestimmte Pokémon-Typen gekämpft hat, aber das ist auch nur, wenn du im Kampf warst. Aber dadurch, dass die meisten Pokémon jetzt gar nicht mehr im Kampf sind während des Kampfes. Anspannung vom Mikro-Wirt. Das ist weiblich. Guck mal, das nehmen wir. Ich nehme Sairo, um das... um das Pokémon zu fangen. Anspannung wirkt. Ich habe es nur halb lesen können. Ich kann keine Beeren nutzen. Das ist natürlich eine geile Fähigkeit. So, dann ist das jetzt hier... Entschuldigung, ich muss mal gucken. Saiyuri. Man kann das andere... ...Klauenwetzer. Ich will das auf jeden Fall lernen. Auf seiner Weise. Ja. Jetzt habe ich Saiyuri dabei und Saiyuri. Perfekt. Kann ich das andere jetzt einfach von hier aus in die Box schicken? Ja, ne? Das ging. Ich habe ein Problem. Was heißt hier eigentlich Pokémon heilen? Was bedeutet das? Ach so, dann geht er einfach direkt in die Balltasche. Okay. Können Pokémon noch Items tragen? Item. Ah ja. Aber das Feature geht wieder. Okay, 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 cool. Okay, das ist gut. Man muss sich ja so ein bisschen mit den neuen Features vertraut machen. Was ist das? Ach, das ist so ein Volty, oder wie heißt das? Ein Voldy. Voldy, wisst ihr, wer Voldy ist? Das ist der Hund von Voldemort. Die Pokémon kriegen durch die Anspannung keine Beere runter. Das ist schon geil. Weil gerade gegen Arenaleiter und so, stelle ich mir das krass vor. Das ist nicht so effektiv. Oh nein, das ist ein Elektro-Pokémon, richtig? Ein Elektro-Korgir. Endo. Ich habe eine Frage. Gibt es eine starke Unlicht-Attacke? Knirscher, ja. Ich glaube, haben die, ähm, ich habe eine Frage. Weil das ist das zweite Mal, dass mir das einfällt. Äh, auffällt. Ähm, haben die die Wirkung und Effektivität von Statusveränderungen erhöht? Weil das ist ein normaler Tackle. Ich habe gerade Tackle abgerichtet. Ich dachte, ich verliere das bewusst. Ich dachte, ich gehe eine andere Dimension über. Hammer. Sehr gut. Wagenrubbler. Paralysiert. Aber das ist cool, dass ich mich auch langsam bewege dadurch im Kampf. Schönes, kleines, nettes Detail. Ich wollte gerade sagen, irgendwie komisch, dass sich Pokémon nichts verbessert hat. Aber ich meine, wie auch. Ähm, ich meine, stellt euch, ihr wisst, ihr kennt Pokémon Stadium. Ihr könnt höchstwahrscheinlich alle Pokémon Stadium. Ich finde, alles sieht jetzt aus wie Pokémon Stadium mit mehr Pixeln. Guten Abend, Kizumi, schön dich zu sehen. Äh, in mein Team. Bitte wähle ein Pokémon, was raus kann. Natürlich. Du mal's raus. So, was ist Klauenwetzer? Weil du hast es jetzt auch gelernt. Unlicht. Wetzt seine Klauen, um sie zu schärfen. Er wird Angriff und Genauigkeit des Anwenders. Das ist ziemlich geil. Wenn jetzt die Statusveränderungen in Sachen besser sind. Aber es scheint zumindest so, dass sie besser sind. Wie ist das neue Pokémon? Merkwürdig. War das so eine Ratte? Es ist, das neue Pokémon ist merkwürdig. Mir gefällt. Oh, das ist der erste Trainer wahrscheinlich. Guck mal, wie er da schon wartet. Der Sack. Und sein Pokéball jongliert er. Der da. Also, also, das neue Pokémon ist grafisch ein Brett. Es ist grafisch wunderschön. Unter der Haube ist es immer noch Pokémon. Gerade in den Kämpfen merkt man, dass es einfach nur Pokémon ist. Es hat sich anscheinend ein bisschen was verändert in den Kämpfen. Da müssen wir nochmal genauer drauf achten. Und die Story ist bis jetzt... Also, wir haben mir schon das legendäre Cover-Pokémon gezeigt. Das ist schon mal schlecht. Dem bin ich schon begegnet. Das finde ich kein gutes Feature. Weil das ist so, Leute, verkauft es doch als mysteriöses Pokémon und nicht als, das läuft ja einfach im Wald hier nach. Das fand ich doof. Ich finde Champion doof. Ich finde den Freund von ihm doof. Weil er ist kein Rivale, sondern ein Freund. Stellt euch vor. Ich habe ein Feuer-Pokémon gewählt. Und mein Rivale hat das Pflanzen-Pokémon gewählt. Der Depp. Ja? Wenn sich die Blicke von zwei Trainern treffen, gehört es, sich einfach zu kämpfen. Das finde ich cool gemacht. Knips-Timmy fordert dich heraus. Er hat ein Raffel. Er hat ja auch ein Raffel-T-Shirt. Er hat ja auch ein Raffel-Pokémon gewählt. Er hat ja auch ein Raffel-T-Shirt. Okay. Und sonst, wie gesagt, grafisch ist das toll. Landschaftlich gefällt mir das auch. Weil man sieht zu viel von der Landschaft. Hm. Und das macht einfach Spaß. Ich kann einfach nicht wegsehen, wenn mir ein starker Trainer über den Weg läuft. Dauer, Pokedoller. Naja. Wir laufen weg. Okay. Zwei Strenke. Wow. Hm. Aber ich verstehe noch nicht, wie das hohe Gras funktioniert. Das ist ein bisschen anders als bei anderen Pokémon spielen. Auch anders als bei Pokémon, ähm, Let's Go. Aber das finde ich auch cool. Musik. Bedrohliche, ominöse Präsenz eines anderen Trainers. Ich mag das. Wer niedlich ist, ist stark. Und wer stark ist, ist auch niedlich. Das ist mein Motto. Das heißt, wenn ich dich besiegen, findest du mich voll süß. Oh mein Gott. Göremaya. Manche Pokémon sehen auch ein bisschen komisch aus. Dieses Karma Hubs zum Beispiel. Sieht minimal beschissen aus. Entschuldigung. Aber es sieht so aus, als ob es nicht in die Welt von Pokémon passen würde. Wir machen mal Clownwetzer. Ein Volltreffer. Natürlich ist es ein Volltreffer. Schicker Haarschnitt. Leider nicht. Ich finde, es ist kein Haarschnitt. Es ist einfach nur kurz gemacht. Ich hatte der Friseurin, Friseuse gesagt, ich will gerne Frisur haben. Aber sie hat einfach Haare kurz gemacht. Was? Einfach nur kurz ist keine Frisur. Einfach nur kurz ist einfach nur kurz. Das finde ich ein bisschen schade. Aber Dankeschön. Aber es ist angenehmer als dieser Regenschirm, den ich mal vorne habe. Mir scheint echt so, dass das jetzt mehr Schaden macht. Wesentlich mehr Schaden. Und dass dieses Clownwetzer jetzt wirklich was gebracht hat. Werde ich ein Freund von statusverändernden Fähigkeiten? Finden wir jetzt bei diesem Teil Pokémon raus, oder? Vielleicht sollte ich mal Motto überdenken. Das war auf jeden Fall keine starke Leistung. Ja, von dir nicht. Aber ich bin doch jetzt süß, oder nicht? Pokémon gehören verschiedenen Typen an. Naja, okay. Erzähl mir was davon. Das solltest du dir hinter die Ohren schreiben. Sagt mir die Frau, die gerade besiegt wurde. Okay, cool. Ich schlage mich einfach an den Trainer ran. Was denkt ihr? Gegen Hopp hatte ich keine Chance, aber dich kann ich bestimmt besiegen. Wennsekt. Was zur Hölle ist das? Du siehst aus wie ein Lolli. Sind das Augen, oder ist es... Dankeschön, ich bin ja auch ein Süßer. Oh mein Gott. Dieses Insekt ist tot. Gut, dass mein Kameherbst aufgelevelt ist, was ich noch nie benutzt habe. Ein Klipp, die fuhr. Ein Klipp, die Fuchs. Nicht fuhr. Äh, ich nehme tatsächlich... Ich nehme Woldi. Mein verbrenntes Woldi, nehme ich mal. Eine Art Kampfposition aussuchen würde. Was soll Kampfposition bedeuten? Achso, du meinst eine Pose für den Kampfbildschirm. Das fände ich cool, ja. Kommt vielleicht noch. Ich kann aber auch was zeigen, was ich kann. Das war ein Volltreffer. Dann versuchen wir mal Tackle. Weil das war ja nicht wirklich geil. Ich mag das auch, dass ich volle Kanne im Lebensbalken sitze. Ich meine, ihr seht, wenn es knapp wird und ihr seht, wenn es Leben voll ist. Alles darunter ist für euch ein Rätsel. Perfekt. Dann wird es ein bisschen spannender für euch. Ich meine, ich könnte mich auf die andere Seite setzen. Wenn ihr wollt, dann gehe ich auf die andere Seite. Wenn das für euch besser ist. Wiggle, 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 wiggle. Der Kampf dauert noch Jahre, wenn es dann weitergeht. Ein Volltreffer. Nein, ein Glück. Die andere Seite ist besser. Keine Ahnung. Ich meine, ihr wollt den Lebensbalken doch gar nicht sehen von meinem Pokémon, oder? Ich meine, ihr seht die Statuseffekte, die da sind. Was ich, aber, ich dachte erst, ich mag die Musik. Ich mag die Musik tatsächlich null. Das ist mir das erste Spiel, wo ich sagen würde, ich würde tatsächlich die Musik ausmachen. Weil sie es nicht, sie ist nicht, sie ist nicht, sie ist nicht ikonisch, sie ist einfach all over, so blass. Also, mich mal, als ich mal eine vernünftige, spannende Kampensmusik zu machen, oder so. Ist im Moment ein bisschen nervig. Aber die finde ich jetzt wieder ganz angenehm. Das hier. Das ist also dieses ganz normale, du gewinnst den Kampf. Geremixed, das finde ich ganz okay. Achso, achso, ich wollte dir Asare was zeigen. Das ist leider die Pose von dem, von dem, von dem, von dem, von dem, von dem, von dem Werbe-Champion da hinten. Die macht man einfach nach, und das finde ich nicht okay. Wenn ich dafür meine eigene Pose kriegen würde, das wäre geil. Ah! Oh mein Gott, die können mir kein Karpador geben, seid ihr bescheuert? Ich meine, das kriegt die ganze Zeit Erfahrungspunkte. Ich muss es nicht mal, 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 ein weibliches Karpador gibt mir das. Ich muss es nur im Team haben, und es wird einfach zu Garados. Einfach so. Wir haben schon Angeln, ja, die Angeln war einfach vorher im Rucksack drin. Es hieß, es hieß, der Rucksack gehörte Fatty? Natürlich, wie immer bei jedem Pokémon-Game, außer bei, äh, Silber und Gold, ähm, kennst du deinen Fatty nicht, äh, ja doch, ne, das war nicht so, das war bei, äh, dem anderen Pokémon. Das war eine Generation später. Du kennst wieder deinen Fatty nicht, aber du hast deinen Rucksack bekommen, und in seinem Rucksack war eine Angel drin. Einen Trank, eine Angel und eine Karte. Er ist Hobbyfischer, und ist ja mal am tragischen Karpador-Unfall gestorben. Achso, Support ist Pokémon-Namen, das hab ich aber schon erklärt, das, das hat sich die Tage schon gesagt. Äh, jegliches Support, aber wenn ihr, wenn ihr was, wenn ihr meint, ihr müsst hosten, oder sonst irgendwas, immerher damit, Pokémon sind. Plenty o Pokémon sind da, also wenn ihr, wenn ihr sagt, ich hab jetzt grad supportet, das ist mein Support, äh, immerher damit. Wohin so ein paar Karpador-Geschickt werden, hallo. Nimm mal dieses Ding da weg, das ist gruselig. Aber Sario kann euch da mehr aufklären. Habe ich jetzt dieses Viecher, äh, das ist natürlich du. Das will ich natürlich nicht. Was ist traurig? Der, 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 der Pokémon-Unfall, ja, das ist auf jeden Fall richtig traurig. Was ist das für ein Ding? Egal. Schau mal, da ist die Professorin. Gott ist die alt. Was macht die Arbeit, Professorin? Wie ich sie kenne? Oh Gott, sie hat schon so, sie hat schon so betagte Musik, ich glaub, mit ihr geht's langsam zum Ende. Wie ich sie kenne, haben die inzwischen alle Geheimnisse des Dynamax-Phänomens gelüftet. Ha, ich fürchte davon, bin ich weit entfernt. Dynamax ist immer noch ein großes Rätsel. Ach, wenn ich nur endlich meine Enklin dazu bewegen könnte, das Projekt zu übernehmen. Oh Gott, ihr habt bestimmt Krampfadern. Oh, wie unhöflich von mir. Ich habe gar nicht bemerkt, dass wir Besuch haben. Willkommen auf meinem bescheidenen Anwesen, junge Trainer. Ich bin Professor McGonagall. Komm nur mit Hirai herein. Komm rein, komm rein. Was sehe ich da, Hopp? Dein Wuhli hat ja Gesellschaft bekommen. Wie schön. Und du musst Ostra sein. Meine Enkelin Sani... Moment. Meine Enkelin Saniya hat dir den Pokédex zukommen lassen, nicht wahr? Moment, das ist deine Enkelin? Sie sagte, sie ist selbsternannte Assistentin. Jetzt liegt es an dir, ihn zu vervollständigen. Ostra, das Dynamax-Phänomen ist dir doch sicher ein Begriff, oder? Professor McGonagall erforscht dieses Mysterium nun schon seit einiger Zeit. Erst wenn wir alles darüber wissen, werden wir das Potenzial von Dynamax vollständig ausschöpfen können. Ach, das ist mal wieder typisch, Stelion. Pokémon hier, Dynamax da. Muss sich jedes Gespräch um Pokémon drehen. Schau doch mal ein wenig über den Tellerrand und erweitere deinen Horizont. Da wäre zum Beispiel Tee. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele verschiedene Tee-Sorten es auf dieser Welt gibt. Überaus faszinierend. Tolle Pokémon-Professorin übrigens. Entschuldigen Sie, Professorin, aber können Sie uns einen Gefallen tun? Sagen Sie meinem Bruder doch mal, dass er uns einen Empfehlungsschreiben für die Arena-Challenge geben soll. Den brauchen wir, um uns für die Teilnahme zu qualifizieren. Was höre ich da? Willst du einfach nicht, dass sie daran teilnehmen, Dylion? Hopp und Ostra sind erst vor kurzem zu Pokémon-Trainern geworden. Sie sind einfach noch zu unerfahren. Ach so. Aber war es nicht auch dein Traum, dass aus Galar irgendwann einmal die Region mit den stärksten Trainern der Welt wird? Hm. Da haben sie natürlich recht. Das war ja auch der Grund, warum ich mich überhaupt dazu entschieden hatte, den beiden einen Pokémon zu schenken. Oh Gott. Na schön, ihr sollt eure Empfehlungsschreiben haben, aber nur unter einer Bedingung. Ich will, dass ihr kämpft. Alter, chill doch mal. Ohne Scheiß, er züchtet uns zu Gladiatoren heran. An jeder Gelegenheit sagt ihr, kämpft bis auf Blut. Bindet eure Handgelenke aneinander. Hier habt ihr ein Messer. Nur einer kann überleben. Ihr müsst für mich groß und stark werden, damit ich euch zerquetschen und euer Herz essen kann. Was ist denn mit dem los, Alter? Ernsthaft? Ich will, dass ihr mir in einem Kampf zeigt. Nachdem... Ich will, dass ihr mir einen Kampf zeigt, nachdem mir gar nichts anderes übrig bleibt, als euch für die Arena-Challenge zu empfehlen. Aber vorher mache ich euch natürlich eure Pokémon fit. Das ist nett. Kann ich meine Jacke haben. Es ist ein bisschen kühl. Die müsste irgendwo rumliegen. Oh, coole Sache. Ostra, ich warte draußen auf dich. Na, geh du mal. Ich rede nochmal mit Käpt'n Werbung. Oh, Käpt'n Werbung ist weg. Oh, guck mal. Es gibt auch Opa-Professor. Das ist ein Mann. Damit Pflanzen gedeihen, muss man sich ihren Bedürfnissen richten. Okay, jetzt wird mir warm. Jetzt werden meine Witze noch witziger. Und meine Laune noch launiger. So. Man darf nicht den Fehler machen, ihnen seine eigenen Wünsche aufzuzwingen. Nein, okay. Ein richtiger Kampf ist gut für eure Pokémon. Und was gut für eure Pokémon ist, ist auch gut für euch. Sehen sie das so? Nach oben sind die Bücher. Und ihr Schminktisch. Und ihr Föhn. Und ihr Vibrator. Warum? Wofür braucht ihr die Kopfhörer? Ach. Das Make-Up-Set ist gerade sehr angesagt. Die wissen schon, dass ich einen männlichen Charakter spiele. Und der sollte das nicht unbedingt wissen müssen. Ich gehe wohl mit den Trends. Neben Wissenschafts- und Modemagazin gibt es hier auch ein paar alte Bücher. Mein Kampf zum Beispiel. Dieses Make-Up-Set ist gerade sehr angesagt. Okay. Hier hängen einige Skizzen und Fotos. Was sind alte Bücher? Oh, es ist Abend geworden. Da ist eine Lampe angegangen. Guck mal. Du findest einen Super-Ball. Wie, dass wir uns auf den Tod bekämpfen, ist auch die Wahrheit. Du findest eine Flasche Tafel-Wasser. Das habe ich auch nur gefunden, weil das geglitzert hat. Oh nein, versteckte Items glitzern. Oh nein, versteckte Items glitzern. Keine Sorge, ich werde alle Geheimnisse dieses Ortes finden. Gegenstoß. Der Anwender lädt die Attacke auf. Handelt das Ziel vor dem Anwender. Verdoppelt sich die Stärke der Attacke. Oh. Was war das? Eine Kampfattacke oder Unlicht? Pokémon-Beutel. Achso, du kannst ja mal jetzt ein neues SFX. Du hast doch hier die neuen Dinger. Da kannst du auch jetzt mal was Pokémon-mäßiges. Jatar oder so kannst du mal machen. Unlicht ist das. Es ist eine Unlicht-Attacke. Was dann so gehen, oder? Oder die Mieter. Du willst diese Empfehlung von Delion doch genauso sehr wie ich oder nicht? Komm schon, kämpf gegen mich, Ostra. Ich will der allerbeste Trainer sein und überhaupt nur mit meiner... Du hast recht, die Pose ist so ein bisschen kacke, ne? Das war eine runde Bürste, die da auf dem Bett war. Ich weiß, dass das eine runde Bürste war. Das war schon okay. Das ist so eine Lockenbürste. Das ist mir schon bewusst, aber trotzdem fand ich das Witzige. Den Kampf zwischen euch zwei jungen Trainern will ich mir auf keinen Fall entgehen lassen. Für mich ist jeder Kampf eine Chance, etwas Neues zu lernen. Nur so kann ich meinen Ruf als Delion... Ja, ich weiß, wie dein Ruf ist. Als du bist in deiner Heimatstadt gegangen hast, hast du eine komische Werbepose gemacht. Liefert mir einen Kampf, der sich gewaschen hat. Lasst ständig die Fetzen fliegen. Hört ihr? Lasst anständig die Fetzen fliegen. Entschuldigung. Jetzt legt Hopp erst richtig los. Redet ihr von sich selber in der dritten Person? Geht, geht, Tancho! Kampere, Kampere, Tancho! Klapp doch. Müsste schon ein bisschen stärker geworden. Das werde ich gleich mal überprüfen. Das Level 6 mit seinem Voli. Geh weg, du Plepp. Klauenwetter. Ja, auch das Dragon, auch das. Ja, tackle mich mal mit dem Wollhaufen. Ich werde dir jetzt zeigen, was deine Hake ist. Irgendwie habe ich nämlich das Gefühl, dass die Attacken minimal stärker geworden sind durch die Effekte. Ja, mach mal wieder meine Attacke runter, dann kann ich nämlich genau sehen, ob das jetzt wirklich was gebracht hat. Seht ihr? Die Attacke steigern ist extrem effektiv. Das wäre jetzt meine normale Attacke wieder, weil ich habe sie erhöht und er hat sie wieder gesenkt. Das heißt, meine Attacke ist extrem gestiegen. Das heißt, die Statuseffekte scheinen im Moment sehr effektiv zu sein. Das ist jetzt so meine Wissenschaft am Rande. Also ich meine, wenn es so ist, ich meine, sie sagten ja, die wollen Pokémon, äh, sie wollen Pokémon, äh, PvP-Meter, also, 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 Spieler gegen Spieler besser machen. Wenn Statuseffekte wirklich ein Ding haben, dann wird das eine geile Nummer. Ja, komm ey, geh mit deinem komischen Affen weg. Das ist einfach die falsche Wahl gewesen, das musst du einfach mal einsehen. Los, Sayo! Na, Sayo konntest kaum erwarten, ihm gegen den Arsch zu treten, bis so das... Ich meine, der hat wirklich einen Stick. Ich dachte, das wäre nur Witz gewesen, dass er den Stock davon aufgehoben hat. Der hat wirklich einen Stock dabei. Wahnsinn! Ähm, du hast ja die Wechselwirkung zwischen den Typen ja schon total... Ja, okay. Du, und du nicht so. Kratzer, sagt er. Er hat dich mit dem Stock gehauen, das ist kein Kratzer. Im Kampf wird nicht geredet, im Kampf wird getötet, das habe ich dir schon mal gesagt. Hör auf. Hör auf, mit mir zu reden, du Plepp. Er hat noch eins. Oder drin? Das wird knapp, aber solche Kämpfe sind genau unser Ding. Nein, 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 wow, 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 wow. Unser Ding von deinem Team und du hast nur knappe Kämpfe, weil du ein Plepp bist? Aber es ist nicht unser Ding. Es ist nicht unser Ding. Es ist nicht unser Ding. Also zwischen ihm und mir. Wir, wir haben kein Ding. Ja? Kein gar nichts. Früher waren die, früher waren die Sachen auch extrem unnütz, die Statusveränderung. Die haben einfach gar nichts gemacht. Aber wenn die jetzt hier was bringen, deswegen, ich bin ja auch so überrascht. Das ist das, was bringt. Weil ich bin ein großer Fan von sowas gewesen wie, ähm, Schwertanz oder so. Aber es hat halt immer nur bedingt geholfen. Aber wenn es jetzt wirklich was bringt, bin ich ein Fan davon. Was für eine Enttäuschung. Aber wenigstens habe ich dir einen würdigen, habe ich in dir einen würdigen Rivalen gefunden. Nein, du hast in mir deinen Tod gefunden. Macht nichts. Eine unüberwindbare Mauer aus Frustration und Hass. Leidlosem Hass. Leidenschaftslosen Hass meine ich. Dabei hatte ich meine Würfe diesmal doch die... Dabei hatten meine Würfe diesmal doch die perfekte Kurve und alles. Okay. Kämpfe sind echt nervenaufreibend. Als Gewinner rastet man vor Glück aus und als Verlierer vor Frust. Nein, nicht so, ja. Aber das ist schon alles okay so. Denn im Endeffekt macht uns jeder Kampf stärker, oder? Dich nicht. Dich nicht. Kriege ich das Empfehlung schreiben. Oh mein Gott, das sehe ich jetzt erst. Er hat ein Schwert und ein Schild und ein Schild auf seinem Trikot. Ein rotes Schild auf seinem Trikot? Das ist voll der Werbeträger, Alter. Ohne Scheiß. Oster, hopp. Mir fehlen die Worte. Mir fehlen auch die Worte, was das für ein Plep ist. Dabei habt ihr euch meine Empfehlung für die Arena Challenge mehr als verdient. Und warum wir beide? Er hat nichts gemacht. Er hat nur da rumgestanden und getankt. Von Damage getankt. Du hältst einen Empfehlungsbrief. Du verstaust das ich mit der Basis-Item-Tasche. Ein Empfehlungsschreiben, das benötigt wird, um an der Arena Challenge teilzunehmen. Arena, 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 Pokémon Arena ist kompliziert geworden. Danke, Deleon. 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 Deleon? Wie heißt der denn jetzt? Deleon habe ich ihn genannt. Also nenne ich ihn so. Ich schwöre, ich werde bei der Pokémon Challenge voll durchstarten. Ah, ja, okay. Man merkt zwar, dass ihr noch jung und unerfahren seid, aber dieser Kampf war grandios. Zumindest von einem von beiden. Blurak und ich sind noch immer völlig begeistert. Ich habe richtig Gänsehaut bekommen. Na, das ist doch was. Hopp. Früher hatte ich oft das Gefühl, dass du dich zu sehr auf Nebensächlichkeiten konzentrierst. Wurf Techniken für Pokébälle und andere Kleinigkeiten, die mit der wahren Leistung eines Trainers nichts zu tun haben. Aber nun scheinst du einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht zu haben. Ja, anscheinend. Ja, anscheinend. Indem er darüber gesprochen hat, wie der Pokéball geflogen ist. Dein Kampfstil ist auch unglaublich mitreißen, Ustra. Davon will ich mehr sehen. Dann abonniere doch einfach mal einen YouTube-Kanal. Du Sack. Hast du das gehört, Ustra? Lass uns ab sofort trainieren. Was das Zeug hält. Versuchen wir, The Lion zu übertrumpfen, damit wir uns... Ich will nicht auf Leben und Tod kämpfen. Lass mich in Ruhe. Einer von uns. Ja, einer von uns. Ich hoffe es ist einer. Ich bin dabei. Einer von uns, ja. Klasse. Mit einem Rivalen wie dir fällt mir das Training gleich viel leichter. Was zum... Wow. Ich wünsche mir einen besseren Rivalen. Boah, war gar keine Sternschnuppe. Mist. Ein wandelnder Cringe-Werbetafel. Ja, das ist so. Der versucht seinen eigenen Bruder aufzubauen, um ihn selber zu zerstampfen. Ist wirklich die Wahrheit, ja. Hey, Ustra, schau dir das mal an. Ist das nicht ein Wunschstern? Oh Gott, bitte. Ich darf mir was wünschen. Ich wünsche mir, dass du bis zur Mitte des See schwimmst. Und diesen Stein an deine Beine bindest. Wenn du die Mitte erreicht hast. Danke. Nein, es sind sogar zwei Wunschsterne. Hier, den kannst du haben. Okay. Wunschstern. In Galar verstreute Steine, denen eine geheimnisvolle Energie inne wohnt. Es wird erzählt, Wünsche gingen in Erfüllung, wenn man sie aufsammelt. Oh Gott, ich werde alle sammeln, damit ich den loswerde. Mit so einem Wunschstern kann man Pokémon Dynamax in... Dynamax in... Dynamax in... Dynamax in... Dadurch werden sie riesengroß. Oh, bitte nicht. Tutorial-Time. Das ist ja ein Ding. Es heißt, Wunschsterne landen nur vor Menschen, die einen ungewöhnlichen starken Wunsch hegen. Ja, habe ich. Ich will den loswerden. Ich will der Allerbeste sein. Er will der Allerbeste sein. Ich hoffe, er kann zehn Minuten die Luft anhalten. Wie geil, bei Street Mode. Sonst geht er in diesem See definitiv baden. Ich will der Allerbeste sein. Auf, damit es copyrightet. So, jetzt habe ich es mir dreimal gewünscht. Jetzt geht mein Wunsch bestimmt in Erfüllung. Oder du stirbst vorher, weil mein Wunsch stärker ist. Hopp! Wunschsterne zählen zu den wertvollsten Schätzen, die man in Ghana finden kann. Und Liebe. Aber so wirst du ihnen ihre Geheimnisse und Kräfte sicher nicht entlocken. Würdet ihr beide mir die Wunschsterne für eine kurze Weile überlassen? Nein, das ist meins. Geh weg, Oma. Ach, stimmt. Sie sind ja Spezialistin in Sachen Dynamax. Ganz ehrlich. Für Ostra und mich wäre es einfach das Größte, wenn wir unsere Pokémon Dynamaximieren könnten. Das ist ein schlimmes Wort. Zuerst begegneten wir im Schlummerwald diesen merkwürdigen Pokémon und dann fallen uns zwar sogar zwei Wunschsterne direkt vor die Füße. Das waren bestimmt Vorzweichen, dass uns das ganz Großes vorsteht. Eins nach dem anderen, junger Mann. Spar dir deine Energie lieber für morgen, wenn deine große Reise beginnt. Das haben die mir schon dreimal gesagt, dass meine Reise morgen beginnt. Oh. A new challenger. Wo kommt sie her? Was ist denn hier los? Ihr seht ja vergnügt aus. Da kommt man gerne nach Hause. Oh Gott. Mit dir würde ich auch gerne nach Hause kommen. Ihr esst doch noch mit uns zu Abend, oder? Das finde ich aber eigentlich ein geiles Feature, dass wir wirklich miteinander essen. Ich meine, vorher war so Pokémon, das ist immer der hungrige Junge, der durch die Lande zieht und irgendwie an irgendwer im hohen Gras knabbert. Und jetzt ist es so, ja okay, du kannst auch mal mit mir alles mit abends... Sie spielt mit ihren Haaren, Grabwächter. Sie spielt mit ihren Haaren, sie spielt mit ihren Haaren, sie spielt mit ihren Haaren. Ich bin vor kurzem auch auf dem Curry-Trend aufgesprungen, falls ihr mal kosten wollt. Von deinem Curry will ich den ganzen Tag kosten, Baby. Und er macht sich schon wieder ein, der der komische Top, oder wie der heißt. Hop, hop, flop. Musik gefällt mir. Wie, ich kriege nicht die Kochszene? Endlich ist es morgen. Jetzt kann das Abenteuer losgehen. Boah, hab ich geschlafen? Guten Morgen, ihr Frühaufsteher. Sag mal, Hop. Du hattest doch erwähnt, dass ihr irgendeinem merkwürdigen Pokémon begegnet seid, oder? Kannst du mir etwas mehr darüber erzählen? Ostra hat im Nebel gegen irgendeinem Pokémon gekämpft, mehr weiß ich auch nicht. Ich bin nach einer Weile bewusstlos geworden und kann euch an so gut wie nichts erinnern. Na toll. Schau mal, ich habe hier etwas für dich, Ostra und Hop. Oh nein, ich will nichts, ich will keine Attacken tanzen, geh weg. Du hast ein Dynamax-Band von Professor McGonagall erhalten und ist sofort angezogen. Dynamax-Band, wenn man sich in der Nähe einer Energiequelle auffällt, leuchtet der darin eingearbeitete Wunschstern auf und ermöglicht die Dynamax-Fierung von Pokémon. Das ist Dynamax-Band, ja. Daran sind die Wunschsteine verarbeitet, die ihr gestern gefunden habt. Wow, danke, Professor. Hör auf mit dieser komischen Pose, Mann. Ich werde verrückt. Das sieht ja genauso aus wie das von meinem Bruder. Das ist wahrscheinlich auch von derselben Person, die es gebaut hat. Damit kann ich in meinem Pokémon jederzeit Dynamax-Fierung, stimmt's? Eins nach dem anderen, junger Mann. Ich kann deine Begeisterung für das Dynamax-Phänomen ja nachvollziehen. Immerhin lässt es Pokémon riesengroß werden. Ja, das habe ich schon zehnmal gehört. Ich habe jetzt immer noch nicht mehr darüber. Aber ganz so einfach ist das nicht. Erst müssen einige wichtige Voraussetzungen erfüllt werden. Zuallererst solltet ihr herumreisen und euch mit so vielen Pokémon vertraut machen wie möglich. So füllt ihr auch im Hand und Drehen den Pokédex. Ich lese deine Dialoge nicht mehr, das wird zu dumm. Ein Döner-Maximierung? Hello, schön, dich zu sehen. Komm, machen wir einen Wettrennen bis zum Bahnhof Ostra. Fertig, los. Ich... Ypsilon? Gypsy.com. Mein Gypsy.com? Was ist das? Entschuldigung, jetzt werde ich... Das ist ein böser, sarkastischer Kommentar. Hört weg, wenn ihr nicht hören wollt. Das ist mein Rumreise- und Zigeunertalisman. Was soll das? Kann ich mich nicht jetzt in den Wehrwolf verwandeln oder was? What? Das letzte Mal habe ich Gypsies gesehen bei Quest for Glory 4. Gypsy.com. Eröffnet dir jede Menge Kommunikationsmöglichkeiten mit anderen Spielern. Du kannst Pokémon tauschen, Pokémon kämpfen, teilnehmen und vieles mehr. Gypsy.com. Wenn du dich während des Abenteuers vom Gypsy.com-Sticker erreichst, bedeutet das, dass jemand über die Kommunikationsfähigkeit Funktion versucht, sich mit anderen zu verbinden. Drücke den Gypsy-Knopf-Button, der online ist. Der Gypsy-Knopf, okay, ja. Wenn du einen Sticker auswählst, auf dem die Umrisse eines Pokémon zu sehen sind, kannst du zusammen mit anderen Trainern gegen Pokémon antreten. Das ist ja geil. Zaubertausch. Ich habe einen Karpador gefangen. Ostra. Jetzt guck dir mein Gesicht an. Das ist nicht mein Gesicht. Guck dir dein Gesicht an. Das ist doch nicht mein Avatar. Das ist der Avatar von Giovanni, von Team Rocket. Als ein Jahre gekommen ist. What the fuck is this? Link-Tausch, Link-Kampf, Profil. Achso, das ist, ja, genau. Das ist, das ist, ja, die schätzen mich so ein, übrigens. So schätzen sie mich ein. Wie, wie, was ist mein Profil? Grabwächter, ich brauche ein cooles Profil. Nein. Angestellte. Ich guck dir mal den smuggigen, stereotypischen japanischen Angestellten an. Liga-Angestellter. Pokekind. Vielleicht sollte ich das nicht nehmen. Göre. Knirps. Arzt. Ärztin. Polizist. Arbeiter. Pokémon-Züchter. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass die, die Männer schleiden hier sehr schlecht ab. Ich will das nicht so sagen. Oh, ein Scheißhaufen. Ne, warte mal. Das ist Geister-Arena. Entschuldigung. Dann nehme ich den Pokémon-Züchter. Der ist einigermaßen aus wie ein normaler Mensch. Sticker-Filtern. Zaubert. Kartentausch. Was ist denn Karten? Liga-Karten. Der Zaubertausch ermöglicht es dir, Pokémon auf magischer Art zu tauschen. Du brauchst nichts weiter zu tun, als ein Pokémon zum Tausch auszuwählen. Der Rest ist Magie. Okay, nee, nee, du da weg. Ich kann einfach weiterspielen, der währenddessen. Das ist ganz cool. Okay, vielleicht ist das Online-Feature cool. Ich weiß es noch nicht, wir werden es merken. Zaubertausch vielleicht wundert, aber ja vielleicht. Hey, Ostra, ich habe einen ganz heißen Tipp für dich. Dich hat sicher auch schon im hohen Gras wieder aus dem Nichts ein Pokémon angerufen, oder? Das lässt sich vermeiden, indem du ganz leise durch das hohe Gras schleichst. Bitte zeig mir das. Wenn du das Gegenteil erreichst und unbedingt gegen wilde Pokémon kämpfen willst, dann pfeif einfach ganz laut. Linken Stick zu drücken. Jetzt zählen wir am meisten Pokémon fängt. Achso, weil du mich im Kampf nicht besiegen kannst. Musst du dir eine andere Dreck, irgendwas anderes ausdenken, hm? Vollidio, oder? Ah ja, cool. Ich weiß gar nicht, ob dieser Account mit dem Internet verbunden ist. Weil eigentlich ist Sajus Account mit dem Internet verbunden. Und dieses Profil ist einfach gar nicht mit dem Internet verbunden. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich das machen kann oder nicht. Wir werden es merken. Das ist ein echtes Pokémon. Ich dachte, es wäre... Hm. Schau mal ab. Ja, wir finden das daraus, denke ich auch. Außerdem will ja wahrscheinlich im Moment keiner Wunder tauschen. VS, was ist denn da schon wieder? Victory Station. Die Daten der Spieler, denen du in lokalen Verbindungen begegnet bist, werden ausgewertet. Lokales Turnier. Kampfstation, äh, Stadion. Eine Infobild-Verbindung wird hergestellt. Das Spiel wird gespeichert. Willst du fortfahren? Was? Ich kann eigene Turniere austragen. Wie jetzt? Bei diesem Format kannst du in Turnieren gegen andere Spieler antreten. Neben der Teilnahme an offiziellen Turnieren besteht auch die Möglichkeit, ein Freundes-Turnier zu veranstalten? Was? For real? Die so, ja, wir spielen... Wir machen Pokémon PvP-fähig. Wenn das funktioniert, ich schwöre dir, lass Pokémon mal einen Monat, einen Monat leben und lass das Spiel cool sein und lass die Pokémon cool sein in dem Game, das wird das Riesen-Feature werden. Das wird das Riesen-Feature werden an PvP-Kämpfen. Das wird mega geil. Das ist mega geil. Oh mein Gott. Da bin ich sogar hyped von. Auch wenn ich das wahrscheinlich wenig nutzen werde. Und ich habe auch keine lokalen Freude mit einer Switch, aber das macht ja nichts. Aber, boah, wird das krass. Das wird bestimmt mega geil. Endlich lohnt es sich, so eine Pokémon zu trainieren, oder? Was meint ihr? Das ist ja cool. Döner. Entschuldigung, das habe ich zu spät gelesen. Und ja, wir sind Trainer-Zigeuner. Das ist definitiv so. Genau, da hat man... Ich meine, wie gesagt, wenn das ein richtiges, echtes Online-Feature ist, ich meine, es steht da ja auch, und ich weiß ja, ein Turnier ist ja schon angekündigt im Dezember. Das fand ich eigentlich ein ganz cooles Feature, beziehungsweise eine coole Nachricht. Da haben die ja sofort gesagt, jetzt, vor zwei Wochen haben die gesagt, ja, das erste Pokémon-Turnier findet im Dezember statt. Das ist eigentlich eine richtig geile Sache. Wie gesagt, wer gerne ein Pokémon sein möchte, sagt mir, wie ihr den Channel, während wir Pokémon spielen, Supporter. Entweder ihr packt normalen Hartgeld-Supporter in irgendeiner Form rein, kauft Dinge über Humble Bundle oder sonst irgendwas, oder ihr teilt das Ganze und macht und, ja, verbreitet das einfach, dann gibt es Pokémon-Namen. Punkt. Ganz einfach. Ganz einfaches Feature für alle, die ein Pokémon sein möchten. Und dann helft ihr gleichzeitig auf dem Channel, also tut ihr damit was Gutes. Gleichzeitig. Hier gibt es jetzt keinen richtig neuen Pokémon, aber ist klar, die haben wir alle. Ich meine, das sind die ersten beiden Startrouten. Was erwarte ich, dass jetzt 20 Pokémon rumlaufen? Na. Ich habe gesehen, wie Hopp in Richtung Bahnhof geschlichen ist. Geschlichen? Dankeleih. Der Bahnhof ist da drüben, Oster... Geht man echt von Region zu Region mit Bahnhof? Das wäre eigentlich ganz cool. Hör auf zu winden, du Depp. Wow, mein Geburtstags-Horoskop für diesen Monat trifft wirklich total in Schwarze. Hm, möchtest du vielleicht auch hören, was dein Horoskop für dich bereithält? Dann verrate mir doch mal, in welchem Monat du Geburtstag hast. Und an welchem Tag? Oh Gott. Nintendo sammelt meine Daten. Ah, okay. Dein Geburtstag ist also 2012? Nein. Dann wirst du, äh, also du... Der Grimm. Hä, was steht da? Oh Mann, da habe ich wohl... Da habe ich wohl Essen auf die Stelle gekleckert. Die Seite ist so dreckig, dass ich kaum noch was lesen kann. Wo waren wir gerade? Ach ja, dein Geburtstag verspricht dir riesengroßes Megaglück. Es kann sogar sein, dass du einem legendären Pokémon begegnest. Haha, nur Spaß. Haha, nur Spaß, Grabwächter. Keine Sorge. Haha, das war nur Spaß. Versteckte Daten, sondern ja wirklich, oder nicht? Komm, wie schlimm Kappador aussieht. in der, in der, in der Frontalansicht. Huch. Wir behehren uns bald wieder. Das überlege ich mir noch. Ähm. Ich finde das mit dem Pokémon Center eigentlich ganz cool, dass wir nicht in fünf verschiedene, ähm, Geschäfte musst. Auf der anderen Seite würde das aber die Stadt etwas größer machen, wenn es fünf verschiedene, ähm, Geschäfte geben würde. Also irgendwie, dadurch wirken die, die, dadurch wirken die Städte einfach kleiner. Aber dadurch haben sie halt auch mehr Platz für anderen Grab. Mehr Platz für anderen Grab. Ach, Leute. Und, Ostra, wie viele Pokémon hast du bisher gefangen? Ich hab mir gerade ein richtig gutes geschnappt. Das wird mein neues Ass im Ärmel. Mal sehen, du hast, was? Du hast ja kein einziges Pokémon gefangen. Was ist denn los mit dir? Sternenschauer. Okay. Hier, denn diese TM. Mit der kannst du deinen Pokémon ruckzuck eine neue Attacke beibringen. Und du kannst sie sofort einsetzen, wenn du willst. Diese TM hier habe ich übrigens mal von den Laien, die Leon, geschenkt bekommen. Sie erhält die Attacke Sternenschauer. So, jetzt sollten wir uns auf den Weg nach Engine City machen. Wo die Eröffnungszeremonie der Arena-Tchannel. Bitte nicht noch mehr zum Surreal kam. Lass mich doch einfach mal gehen, Junge. Also, ich weiß, ich hab's selber nicht gespielt, Pokémon Sonne und Mond. Aber, diese ständige von Cutscene zu Cutscene-Gelaufer, das geht mir auf den Sack. Moment, ihr beiden. Ah, Mutti. Mutti ist auch schon heiß. Ausstatt die Gummistiefel, das finde ich ein bisschen merkwürdig. Mom, was machst du denn hier? Als du Chimp-Pep von den Laien geschenkt bekommen hast, dachte ich mir schon, dass du bald auf Reisen gehen würdest. Professor McGonagall hat uns verraten, dass ihr von hier aus den Zug nehmen wollt. Von, ah, okay. Hier, das habe ich euch für die lange Reise mitgebracht. Das sind Camping-Sets. Goal. Mit diesem Set ist es möglich, in der Naturzone sowie ihr an anderen bestimmten Orten ein Zelt aufzuschlagen, um dort zu kochen. Mit euren Partner-Pokémon an eurer Seite gibt es nichts, wovor ihr Angst haben müsst. Danke, Mom. Freu dich schon mal auf den Tag, an dem ich der nächste Champ werde. Dann sind deine Kinder beide echte Champs. Stell dir das mal vor, das gab es noch nie. Wenn du das sagst, hopp, dann kann ich euch nur eine gute Reise wünschen. Macht euch keine Sorgen um uns. Okay, dann mal los. Der eine wird... Ab jetzt treffen wir bestimmt an jeder Ecke richtig starke Trainer und noch stärkere Pokémons. Ich habe das Gefühl, jetzt geht es so richtig los. Wenn du mir endlich aufhören würdest, im Ohr zu liegen und in der Tasche und mich aufhören würdest, mit deinen Armen zu wedeln, dann könnte ich diese Reise auch genießen, du Sack. Kriege ich eine Zugfahrer Katzee wenigstens, bitte. Danke. Rund um Engine City erstreckt sich die Naturzone. Wusstest du das? Nein. Die Naturzone ist total cool. Da streifen die verschiedensten Pokémon durch die Gegend. Okay, cool. Außerdem kann man da auch campen und angeln und 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 total aufregend. Hm, das hast du richtig Ahnung, ne? Kann ich einen anderen Freund haben? Entschuldigung. Sind sie doch der Bahnhof... Die sind doch der Bahnhof, wo Steher oder? Wir wollen eigentlich nach Engine City. Warum halten wir am Naturzonenbahnhof? Tut mir leid, Jungs. Eine Herde Wuli blockiert gerade die Gleise. Dann schieß die weg. Fahr doch einfach. Hier ist erstmal Endstation. Verstehe. Glück und Unglück, würde ich sagen. Wie meinst du das? Warum sind unsere Jackenärmel so kurz? Damit man besser das Armband sieht. Na, die Naturzone ist riesengroß. Da kann man die unterschiedlichsten Pokémon fangen. Okay. Alles klar. Ich werde Pokémon fangen. Geh weg. Danke. Na nun, sag mal. Kann es sein, dass du kürzlich mit einem bestimmten Evoli auf Reisen warst? Ich wusste es. Du hast mit Evoli als Partner ein Let's-Go-Abenteuer bestritten, oder? Ich hoffe, du nimmst auch dieses Evoli mit auf dein Abenteuer. Das war einfach. Du hättest lieber Evoli heißen. Möchtest du lieber, dass das Evoli-Sago heißt? Nur wenn du überlegst, es im Team zu behalten. Wenn nicht, dann nicht. Ich denke schon, dass ich es behalten werde. Im Team. Weil ich kann es ja zu dem machen, was ich brauche. Ich nehme das Eichhörnchen raus mit den dicken Backen. Das dicke Backenhörnchen. Das Evoli, das ich dir gegeben habe, ist etwas ganz Besonderes. Oh nein. Versuche es mal zu Dynamaximieren. Oh nein. Oh nein. Das ist ein ganz besonderes Pikachu. Pokecamping. Neu. Wie? Jetzt habe ich im Bahnhof mein Zelt aufgeschlagen? Was? Beim Pokecamping kannst du bei deinem Pokémon spielen und mit Essen bewerfen. Um so die Freundschaft zu vertiefen. Spiele mit den Joy-Con-Kontrollern. Okay. Willkommen beim Pokémon-Supermarkt. Kann nämlich etwas für sie tun. Ach cool, man kann wirklich mit dem Zug dann fahren. Je weiter du in die Naturzone vordringst, desto stärker werden die Pokémon, denen du dort begegnest. Wenn du im Kampf Schwierigkeiten hast, dann benutze einfach eine Poké-Puppe. Habe ich, habe ich kein Ding. Nummer 5, Dankeschön. Durchquere die Naturzone um... Es ist Nacht, das ist ja mega geil. Was sind diese roten Dinger? Sind das... Braid-Pokémon? Wenn du wieder irgendwas sagst. Okay. Soll ich deine Pokémon wieder fit machen? Ja. Schau mal! Bitte geh mir nicht auf den Sack. Kannst du die Stadt da hinten sehen? Das ist Engine City. Okay, da will ich hin. Ist noch ein ganz schönes Stück bis dahin. Da geht eigentlich. Wie viele Pokémon wir wohl entdecken werden, bevor wir die Stadt erreichen? Hey, da ist ja Sanja. Bei demselben Zug. Meine Oma hat mir vorhin ziemlich die Meinung gegeigt. Nimm dir ein Beispiel an den beiden, hat sie gesagt. Voller Tatendrang gehen sie auf die Reise. Und was stellst du mit deinem Leben an? Wow, ganz schön stressig. War ganz schön streng. Ja, aber das macht euch deshalb keinen Kopf. Das ist mein Problem. Das Pokémon, dem ihr im Wald begegnet seid, geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Du gehst mir auch nicht mehr aus dem Kopf, Ostra. Ich könnte versuchen, der Sache ein wenig auf den Grund zu gehen. Vielleicht sieht mich Oma ja in einem anderen Licht, wenn ich etwas herausfände. Als Erwachsener hat man es echt nicht leicht, wie es aussieht. Wie gesagt, macht euch deshalb keinen Kopf. So, komm, ich wenigstens ein bisschen an die frische Luft. Das ist eine gute Gelegenheit, um mal wieder zu angeln und zu campen. So, ich grase jetzt erstmal diese rote leuchtenden Pokémon-Neste ab. Oh ja. Geh mal weg. Wir haben Erwachsenen-Dinge zu besprechen. Ich hoffe, ob man weiß, worauf er sich da einnäht. Dynamax-Pokémon sind extrem stark. Um gegen Pokémon von dieser Größenordnung zu gewinnen, muss man auf jeden Fall selbst ein Pokémon-Dynamaximieren. Vergiss das nicht. Ich hab ja Evoli, ist ja kein Ding. In der Naturzone findest du hier und da Stellen, an denen ein rotes Leuchten auf den Boden dringt. Trotz halten sich Dynamax-Pokémon auf so einem zusammencampen gehen, sanieren. Aber bevor du deine Nase in eines dieser Löcher steckst... Wir sprechen eine Sprache. Solltest du dir absolut sicher sein, dass du es will, dass du wirklich bereit bist. Oh. Oh, ich bin so bereit. So, und zum Abschluss bekommst du jetzt noch etwas Tolles von mir geschenkt. Spandex. Eine Pokémon-Box? Achso. Oh, ja, okay. Jetzt kann ich jederzeit auf die Box zugreifen. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Praktisch, oder? Schnappst du so viele Pokémon, wie du kannst. Yes. Aber jetzt ab mit der Naturzone mit dir. Wieso? Wie lange hast du dich nicht rasiert? Hm? 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 Baby. Hier kann ich sogar ein bisschen die Karte drin. Was hatte ich mit dem Onix? Du findest eine Notiz. Die großen Pokémon, die deine Naturzone rumstreuen, sind äußerst stark. Wow, es wirkt ziemlich stark. Es regnet. Es ist Level 26. Lauf. Okay. Ich meine, woher soll ich wissen, welches Level ein Pokémon hat? Die sagten große Pokémon, toll. Du findest eine Notiz. Die Kapitel an der Pokémon werden aufgefüllt, wenn du kämpfst und für sie kochst. Okay. Auch die AP. Rückliff weiß ich am Beerenbaum und sammeln ganz viele Beeren. Okay. Passt schon. Okay. Winguhl. Ach. Sei ernst. Also es gibt versteckte Pokémon und es gibt sichtbare Pokémon. Okay. Das heißt, es gibt so eine Art Random Encounter. Ich gehe mal hinten zu dem roten Licht, das null luminös aussieht. Ich kenne die Kamera hier bewegen. Ja, ja. Das ist mir schon aufgefallen. Ein Skoppel. Welches Level ist dieses Skoppel? Level 8. Okay. Dann fangen wir das mal. Ich glaube, das ist ein Boden oder so. Kann auf jeden Fall Lehmschäde. Aber es kann mich nicht treffen mit diesem... Blemms. Das ist wenigstens... Ich kenne dieses Pokémon tatsächlich nur... ...wegen dem Anime. Wegen XY Anime Pokémon. Aber es macht ja nichts. Es reicht uns hier. Zack. Ich finde die Wurfbewegung von dem Charakter sehr angenehm. Das sieht sehr cool aus. Das ist ein Permanente Alarm. Das ist ein Permanente Alarm-Bereitschaft in die Box. Was ist das? Ein Pokémon-Nest. Ich halte 50 Watt. Aha. Zum Glück habe ich nicht gelesen, was dieser Tipp dazu war. Dünar Raid. Wenn du ein Dünamax Pokémon besiegst, hast du die Möglichkeit, es zu fangen. Außerdem kann es sein, dass du seltene Items ergatterst, die du sonst nirgendwo findest. Wilde Dünamax Pokémon sind unvorstellbar stark. Mitunter feuern sie mehrere Attacken in Volk ab und ergreifen zu anderen, unmöglichen Maßnahmen. Ungewöhnliche Maßnahmen. Wenn du gegen solche Pokémon bestehen willst, liegt der Schlüssel zum Erfolg in Zusammenarbeit mit anderen Trainern. Käfer-Fee. Was ist denn ein Käfer-Fee-Pokémon? Bommel. Bommel. Das ist Level... Es hat gar kein Level. Okay. Es ist einfach nur da. Ich kann mein Pokémon Dünar maximieren. Ich kann mal Pokémon tatsächlich wechseln, ja, das mach ich aber nicht. Ah, ich kann mal Pokémon nicht wechseln, oder? Wir machen mal Piksen. Pikser. Natürlich am Gegnerruf. Dünerzauber. Feuerpeitsche. Sehr effektiv. Pikser. Okay, das ist sehr effektiv. Feuerpeitsche. Wow. Das ist sehr effektiv. Cannon ein. Johnny kann das Dynamax-Phänomen auslösen. Ah, das sammelt sich langsam. Okay. Ich hab keine Ahnung, was hier passiert übrigens. Und wir wurden von dem Nebel geschützt, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen. Oh, nicht ihn töten, oder? Vielleicht doch. Vielleicht doch, töten wir den. Dann fangt ein Evoli Kanon, was soll das sein überhaupt? Kanon. Wommel ist geschwächt, das ist deine Chance, ein Fangversuch zu starten. Fangen. Big Boy, Pokéball, go! Gib mir dieses Riech. Meine Co-Trainer scheinen sehr, sehr stark zu sein übrigens. Okay, das war, hoffentlich, Tutorial. Ich habe 5xS-XP-Bonbons-Gericht. Dynamax-Bonbon. Irgendeine Beere, irgendein Mini-Pilz, irgendein Zauberschein. Zauberschein als TM? Das ist eine Feen-Attacke, die ist extrem krass. Wollt ihr mich verarschen? Wommel. Jetzt möchte ich gerne mein Team schicken. Und zwar gegen... gegen Woldi. Gegen Woldi-Mord. Das war cool, ich fand das merkwürdig. Ich weiß noch nicht, ob ich das cool fand. Keine Ahnung. Ich kann es tatsächlich nicht sagen. Wommelbericht. Es ist Level 17. Es kann Absorber, Feenbrise, Lock, Duft und Stachelspore. Es prügelt sich gerne, es hat keine Bänder. Was ist das? Das ist Kiggly? Mini-Kiggly? Drabauts, ja. So, was wird das nochmal? Wird das nicht zu Kiggly? Und Nocchan? Auf jeden Fall ist das ein Kampf-Pokémon, meine ich. Das wird zu Kiggly, Nocchan oder Capoeira. Ich weiß noch nicht, was ich mache. Das ist ja richtig geil. Ich würde dann, äh... Oh mein Gott, Kiggly, Nocchan oder Capoeira? Was denkt ihr? Capoeira? Capoeira ist, glaube ich, ganz cool. Aber ich finde, das ist auch cool. Aber ich finde Nocchan auch cool. Capoeira reicht. Ich tausche das, glaube ich, mal gegen meinen Wommel, weil das ist Level 17. Es fühlt sich nicht richtig an, wenn ich Level 17 Pokémon dabei habe. Glaube ich. Also das hier finde ich schon ganz cool eigentlich, weil das ist halt ein Feature, das lädt halt dazu ein, dass du den ganzen Tag hier rumrennst und Pokémon suchst, so. Das ist ein geiles Feature. Was ist das? Oh, das ist dieser größere Hase. Was ist das? Guck mal. Warum leuchtet das so golden? Ich fang das mal. Warum leuchtet das so gold? Wisst ihr das? Skoppel schärft seine Sinne. Das ist mir gerade sowas von egal. Oder ist es nicht das Skoppel, was ich... Ist es das aus dem Gras, was mich jetzt angegriffen hat? Oder ist es einfach, weil es ein höheres Level hatte? Jetzt... Jetzt wird es langsam sehr interessant. Biblibi. Ach, es hatte Watt dabei, okay. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber es hatte Watt dabei. Warte, wie viele Wingenghul hier rumfliegen. Ich muss die Suche abbrechen. Was ist das für eine Zaube? Keine Ahnung. Taubetchan kann... Taubetchan lebt an anderen. Lebt einen weiteren Tag. Ach, da geht es zurück, okay. Wieder 50. Ich weiß nicht, wofür ich Watt brauche, aber ich nehme das mal mit. Das wäre so eine Zaube. Noch mehr Skoppels. Boah. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich jetzt eine weitere... ...Groß-Pokémon erledigen kann. Ah, das ist nochmal ein Kapurira. Das ist ein Saftkon da hinten. Seht ihr das? Was da? Ein Saftkon. Gib mir das. Gib mir deinen Saft. Also gerade genieße ich auch, ganz ehrlich, dass ich nicht alle 50 Kunden mit irgendeiner Story vollgequatscht werde, sondern gerade... Oh, sehr gut gemacht, Vogelchan. Gerade genieße ich tatsächlich einfach mal ein bisschen das Fangen und Rumlaufen durch diese wunderbar große... Durch diese wunderbar große Gegend. Und ich hoffe, ihr seid so ein bisschen dabei und hyped und hofft auf coole Pokémon, die man hier sehen kann. Und finden kann und fangen kann. Ob ich das direkt ins Team packe? Ich weiß nicht, irgendwas. Das war so Doppelkick zu lernen. Das ist besser als... Das ist besser als Tackle, ja. Und passt irgendwie zu dem Hasen. Wenn man das Saftkon mit reinpacken, wäre natürlich geil. Kukula war natürlich besser, stimmt schon. Na, ich packe es erstmal auf die Bank. Da man sowieso immer mit allen Pokémon Erfahrungen kriegt, ist es nicht so wichtig, das dabei zu haben. Du findest einen Minipilz. Heißt das Pansier oder so, dieses Viech? Ach, Pam Pam. Stimmt. Ist meiner Meinung nach auch Kampf? Oder Pflanze? Oder beides? Nee, Pam 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 das Kampf. Pam Pam das Kampf. Glaube ich. Ich nehme die alle mit. Kostet uns nix. Aua. Stopp. Und gleich für den nächsten Dyna-Max-Kampf packen wir tatsächlich mal Evoli nach vorne, glaube ich. Oder Sayo. Sayo kann auch was machen. Sie steht nur hinten im Team rum, weißt du? Ich hoffe einfach, dass wir so eine Art Tutorial fangen und nicht, dass ich einfach jetzt jedes Dyna-Max-Pokémon fangen kann, was hier rumrennt. Das finde ich nämlich ein bisschen doof. Das finde ich nämlich ein bisschen doof. Ach, du bist der Back-Up. Ach so. Natürlich bist du das, Sayo. Furien-Schlag. Im Moment besser als Silberblick. Außerdem kann man hier alle Attacken wieder lernen, die man mal verlernt hat. Das ist eigentlich auch ein gutes Feature bei diesem Pokémon. Deswegen mache ich mir auch darum, keine Sorgen. Pampam ist Kampf. Muss ich ein Spitznamen geben? Nein. Fahr ja ab und die Front, finde ich auch. Kann ich Pokémon rauslassen aus der Tasche? Naja, okay. Wir holen mal hier vorne noch mehr Watt. Ich weiß nicht, wofür dieses Watt sein soll. Ich habe einfach weggeklickt. Okay, also da darf man nicht zu gierig sein bei dem Feature, gut. Wippe-Scheinwall, die Naturzone, okay. Ah, ein Hut-Hut! Oh, eine Myra-Plage! Yay! Nimm mich auch mit! Ich hoffe, du überlebst das! Good luck! Das sah cool aus, der Lock-Duft, oder? Dsch, dsch, dsch! Nun habe ich genug Poké-Bälle. Ich will das Hut-Hut haben. Oh! Das erste Mal, dass ich ein Pokémon befreit habe. Ich dachte schon, das fangen wir einfacher geworden. Es hat sogar Pflaster unter den Füßen, unser Hase. Nicht sehr geschickt. Hey! Stopp! Sayo! Du musst durchhalten! Tank das jetzt! Hm. Sayo, denk das! Du tankst das jetzt! Alles gut! Wir schaffen das! Komm schon! I won it! So bad! Ich möchte dieses Pokémon haben! Wow! Mega-Sauge! Schlecht! Wow! Karpador, go! Oh Gott, das sagt Evoy. Ja, Evoy und Pikachu haben jetzt kein Pokémon schreiben, die sagen jetzt immer ihren Namen. Okay, dann gehe ich gleich mal mit Sayo wieder beleben. Aber ich hole mir erst gleich, der ist Hut-Hut. Ich will unbedingt Hut-Hut haben. Aber das ist natürlich sehr, 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 sehr schade. Schade, Hext, dann halt nicht. Karpador erreicht Level 8. Ja! Dann danke für deinen Support bis hierhin und danke, dass du da warst. Das ist noch für dich. Ah, Hut-Hut, ich liebe Hut-Hut. Das ist so ein cooler Vogel. Oh, ich habe voll das falsche Pokémon gegen dieses Pokémon. Egal, Rabouts! Mogelieb! Das ist so ein cooler Vogel-Hut, ich liebe Hut-Hut. Was ist Psy-Bann? Das ist keine krasse Attacken auf einmal. Hut-Hut war vorher nicht so stark. Okay, ich hoffe, dass Psy-Bann fehlschlägt. Das hört sich sehr gefährlich an. Ich meine, das ist Level 15, okay. Wir werden jetzt ein bisschen Pokémon hier loswerden. Das ist aber nicht so schlimm. Opfer müssen gebracht werden, so sieht es mich aus. Außerdem ist unser E-Bulli was ganz Besonderes. Offensichtlich. Aber es kriegt normalen Schaden, also. Wenn es mit dem Poké-Ball nicht geht, nehme ich einen Super-Ball. Oh! Das kann krasse Attacken. Für ein bisschen Eule. Nicht töten, bitte. Es ist fast das letzte Pokémon, was wir überhaupt fangen können, bevor wir... Also wir gehen jetzt so wieder so zurück. Und holen uns mal eben neue Lebensenergie. Gerade mit Sayo. Jetzt ein bisschen hinter sich. Ich liebe Hut-Hut. Noctur so ein cooler Vogel. Okay. Luxus-Äpfel, okay. Ich wünschte, ich könnte rennen. Ja, genau. Das ist nämlich das Problem. Dieses Profil hat überhaupt keine Internetverbindung. Dieses Profil hat überhaupt keine Internetverbindung. Nur Sayos Profil hat immer mit einer Internetverbindung. Deswegen können wir keine Online-Features nutzen. Wollen wir die Online-Features nutzen, Grabwächter. Was ist das? Was ist das? Wo bin ich? Wo bin ich? Ach, da oben ist das Center. Okay. Das ist Madbow. What? What? Ziemlich cool. Wir haben uns doch nicht verlaufen. Wir machen einmal die Pokémon wieder fit. Gehen wir mal eben rein und holen nochmal neue Poké-Bälle. No. 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 noch mal 20 stück das sollte erreichen wir wollen ja nicht übertreiben wir können nicht alle pokémon von ich meine da war noch ein dick da und ich meine ich kann nur sechs pokémon mitnehmen so langsam wird so ein bisschen also ich weiß nicht wie verbindet man seine switch mit dem internet weil dann würde ich das mal eben machen mit dem account wenn ihr sagt die online features interessieren euch mich selber hat mit meinem account die online sache nie interessiert weil ich ja immer mit zahlreicher konnte online feature mache aber zur not können wir das natürlich auch machen ninka da wort oder ninjas oder wie das heißt wobei natürlich nicht weiß wie man das verbindet also das müsste ich dann so wirklich eine längerfristige suche das habe ich fast gehört dass den schrei okay wir gehen noch mal dünner max machen ach ja stimmt man weiß ja nicht mal die online verbindung braucht also dieses online abo meinst das weiß ich natürlich auch nicht gute frage wenn man hier wirklich das online feature hallo ich habe etwas angezogen und zwar etwas unglaublich tolles für nur 100 watt drei perlen ok cool ich mag das mit diesem random seltenen gelegenheiten wo man dann irgendwie leute findet die man nicht die ganze zeit da sind sondern halt nur für das mini pils und man kann luxus bälle kaufen wunschbrocken mit dem metronomen trickbetrug aurafähre was aber das ist schmarotzer und erdbeben kommen bald wieder alter als ob ich nicht wieder kommen würde schüttel mal am bärenbusch ok sowie das war aber ein kurzes dann wiedersehen und danke dass du hier warst schade dass die interesse an pokémon nicht so gering ist dann dann denke ich wir machen heute auch noch einen ganz normalen stream dann und gehen dann irgendwie dann gleich wieder offline weil dann halt nicht also ich also ich spiele es gerade wirklich gerne aber wenn es halt dann spiele ich halt für mich gerne alleine sondern dann 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 störe ich euch nicht weiter mit meiner anwesenheit was ist das an der turz und das ding ist riesen raub hier ist mega geil oh a devastating blow das ist ein esel der esel hat Schaden abgekickt aber alle kriegen Fadenschuss ab wahrscheinlich Spezialangriff der Mitstreiter Donnerblitz das ist nicht so effektiv Felsgraf wohin genau setzt Konter ein es schlägt fehl sehr gut ich mache es selbst wer jetzt level dieses Raupi wohl hat Raupi sitzt Käferbiss an das schlägt fehl what wir wollen ja auch schon jetzt Bodyguard ein das war clever das war es für ihn ich habe es selber erledigt boom vor allem es sieht irgendwie so aus als ob Raupi nicht geschwächt ist als ob Raupi explodiert die 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 dann man hat wahrscheinlich wirklich nur eine Chance oder was und wenn es klappt dann klappt und wenn nicht dann nicht Blutsauger wieder ein TM kriege ich von jedem Pokémon eine TM gibt es jetzt von jeder Attacke auch eine TM es ist an Level 16 es ist an Level 16 Raupi ok jetzt muss ich mal in meine Tasche gucken das sind tatsächlich jetzt TM's für immer oder können wir die nur einmal benutzen hier Sternschauer Zauberschein der Anwender feuert einen mächtigen Lichtblitz ab die gegnerischen Pokémon Schaden zufügen und Blutsauger Käferattacke die Hälfte des zugefügten Schadens wird beim Anwender gut geschrieben das sind krasse Attacken Was ist das? Pädobär! Oh nö! Bündel Vitaminkraut Vitalkraut ok Pfff Lothurzel weiß ich nicht Pfff Hm Hm Das weiß ich ja deshalb hab ich keinen Bock drauf irgendwie das muss ja nicht sein Guck was ist hier hier gibt es auch die ganzen Weiterentwicklungen der Pokémon das ist schon krass Wollen wir noch ein bisschen was sammeln Das find's auch cool dass die Beeren wieder da sind weil die waren auch eine Zeit lang weg oder? Kraftwurzel bittere Wurzeln jam 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 Da liegt auch ein Item Weitere Luxus Äpfel gib mir das eh die Wachtturm Ruine hier wird jetzt schneit's auf einmal gib mir das Blattscholkraut Item zum Tragen es hebt einmalig jede negative Statusveränderung auf was Mini Builds Who the fuck are you? Hallöchen ich hab hier etwas seltenes das ist die Naturzone gefunden 100 Watt meins EP Bonbons Was sind das für Viecher Geh weg ok Was ist das? Ein Zwirlicht soll er wie die heißen ne? No Ey du flibblige Fehl kommt Du hast dich wegfliegen, du sollst herkommen dreckige scheiß bräder maus und ein psycho pokémon was dies was ist das das sieht schrecklich süß aus ob ich das jetzt auch mache ich mache düner brand kommen wir machen mal was cooles und wir machen mal was cooles grabwächter aber das sammeln das arme joltion ein schlag blitzer weg alter renne im feuer der rechtschaften oh mein gott das ist nicht gewesen gewesen das sonnenlicht wird stärker feuer tanken so verstärkt okay cool ich bleib jetzt einfach in dieser riesengestalt ja dann Oh Okay Aha. Ah ja. Ich, ich, Banjo! Gumbare, Gumbare, Danjo! Okay. Uuuuh, One-Shotted, Alter. Wow, Volltreffer. Kann ich das fangen? Das ist hier auch? Komm, wir machen aber einen gigantischen Superball. Ja, ich glaube, da sind jetzt diese Premiere-Bälle dann, ne? So vom Aussehen her. Komm, ich habe eine Chance. Dafür habe ich einen Superball. Der will 50 Piau. Und dann hat's geklappt. Zen-Kopfstoß, Mangobeere und Erfahrungspunkte. Also, um Erfahrungspunkte muss man sich hier keine Sorgen machen, also. Das ist ein Psycho-Pokémon. Hm. Welches Level hat das Ding? Level 16 auch, okay. Hat Adler-Auge gemacht. Sein scharfer Blick verhindert Angriffe darin, seiner Genauigkeit zu senken. Danke, danke. Ist hinterhältig. Das habe ich gemerkt. Wie geht's? Wie geht's? Einen Lebenspunkt, okay. Dann heilen wir dich mal durch. So. Ein Botogel. What? Botogel ist ja witzig, oder? Top-Beleber. Ich könnte auch campen, um meine Pokémon wieder zu heilen. Geistflug. Das ist so'n Ding hier, oder was? Ich weiß nicht, was es macht, deswegen lass ich das mal. Was ist das? Ein Gelatini. Okay. Es hagelt. Wollen wir mal gucken. Wollen wir mal gucken. Ich bin erstaunt. Hagehörner machen mir Schaden, okay. Hm. Also bis jetzt scheint es einfach nur eine große Pokémon-Sefari hier zu sein. Das Gelatini gab's ja schon ab. Ich glaube auch auf XY gibt's das. Carpador Level 9. Meine Macht ist nicht mehr aufzuhalten. Der unvorstellbare Platscher. Was ist das für ein Viech? Ja. Ein Schallquap. Was zur Hölle? Also manche Dinger sehen einfach nicht mehr aus wie Pokémon. Was ist das? Doppelkick. Sie haben zumindest Säure. Das ist schon mal schlecht. Aber es wird auch von der... vom... Also es ist kein Eis... Es ist kein Eis-Typ. Es ist... Vielleicht ein Wasser-Typ? Wasser... Schall? Gibt es Schall neuerdings als Pokémon-Typ? Schall ist ein legiter Pokémon-Typ, oder? Tschuldigung, Sayo. Säure ist unser Tank. Säure ist unser Tank. Ich meine, der Fuchs sieht auch cool aus. Und ich weiß nicht, was das für ein Pokémon ist. Und der Vogel auch, aber... Das ist einfach so undefiniert. Das Spermium. Es ist einfach ein Wasser-Pokémon. Okay. Dann kannst du einfach auf die Bank verschwinden. Und tschüss. Eh. Ah! Dann Finilu. Sieht doch undlicht aus, oder? Sieht doch undlicht aus, oder? Unbelieb. Schöner Volltreffer. Ich bin das langsamer als wir. Und es ist deutlich langsamer als wir. Und es ist deutlich langsamer als wir. Ne, ich will nicht Pokémon. Ich will das da. Ich will das da. Ich will Pokémon... Pokémon werfen, nicht Pokémon rufen. Ich meine, das ist einfach wirklich eine riesige Pokémon-Safari gerade. Ich meine, das ist okay und das ist cool und so. Aber ich mag richtige Routen doch ein bisschen mehr dann irgendwie. Weil da scheint die einfach eine Fülle an Pokémon zu geben. Und ich meine, klar ist es cool, dass ich direkt am Anfang mal... Das ist ja auch ein Unlicht-Pokémon, okay. Es ist cool, dass ich direkt am Anfang schon mal ein Team definieren kann. Mit so vielen verschiedenen Pokémon. Aber es hat auch irgendwie den Nachteil, dass du einfach nichts mehr entdeckst. Oder sehe ich das falsch? Na, geh weg! Da hätten wir nochmal ein... Aussagekräftiges Pokémon. Der Zerstörung des Todes. Ich lauf mal weg. Das muss ja nicht unbedingt sein. Ich meine, wir wissen, dass es existiert. Das ist ja schon mal schön. Aber es ist jetzt nicht das interessanteste à la Pokémon, wenn ich das so sagen darf. Das ist ein Gyarados einfach in dem See. What the fuck? Da haben wir noch was. Also der Wahnsinn, ey. Also was die hier besser gemacht haben als bei Pokémon... Wasserboden. Was ist das? Wasserboden. Was ist das? Haben wir da was gegen? Was ist das? Wir sollen das Dünamaxen. Also machen wir das. Und können das gleich untersuchen ja das Ganze. wasserboden ist das dieses welts ding was ist das da hinten für eine blume hat sie gesehen ein makramba noch ein eboli giga gekuschelt was macht es gegnerisches pokémon verliebt sich okay das hört sich zu uns ob ich das definitiv machen möchte ich möchte dass ich das gegnerin polische pokémon verliebt auf geht's das sieht so verstörend aus das ist definitiv verlieben ich verliebe mich auch immer während die erde unter mir aufreißt solarstrahl dünamax erdstoß gegen die pflanze da kuscheln wir mal weiter vor allem was passiert wenn ich es nicht fange das ist doch so viel größer also es ist halt blöd wir haben jetzt noch keines doppelt gefunden aber was passiert wenn ich es nicht fange und einfach nur zerklatschen kriegst dann fünf mal so viel erfahrungspunkte was ist der plan hier vor allem ich frage mich dann wie es im echten multiplayer spiel aussieht weil das kann dann kann kann das nur einer fangen und alle anderen kriegen nur erfahrung fürs teilnehmen wie viel der plan also ich bin so ein bisschen interessiert daran wie das dann aussehen sollte kaskade gelernt okay ich denke übrigens morgen werden wir dann ganz normal morgen werden wir dann morgen 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 wenn wir dann kein pokémon mehr machen irgendwas anderes und dann und dann einfach nur ganz normal rune factory weil ich glaube einfach dass das spiel überhaupt auf das nie mal auf pokémon lust hat anscheinend wie gesagt gerade nicht die leute die man wieder bei discord fragt gefragt hat dass sie sich das angucken wollen na und eure und euer support gerade was verbreitung und wohlfühlen und so betrifft ist auch wieder so ein bisschen kellerig das ist halt was sehr schade muss ich einfach sagen noch mal ich kann hier sitzen und spaß mit dem game haben und das habe ich und ich glaube das hat man auch gemerkt wo ich viel mit den leuten geredet habe also eben mit dem ganzen game aber es ist einfach das ist einfach es ist ja auch nicht der einzelne ich meine es ist aber die allgemeinheit ich muss die das einfach jeder hält die schnauze und jeder keiner wenn man wächst einfach nicht zusammen das ist einfach super traurig und das finde ich super schade ich weiß manche gucken gerne zu manche möchten dass ich den kanal aufgebe wir haben ja solche leute im chat da sind halt so die unterschiede die irgendwann mal gesagt haben ja wenn ich könnte wirklich supporten und so ja bitte macht den kanal zu und ich würde auf keinen fall supporten komisch aber aber zugucken das sind mir die richtigen haben wir alles hier ist alles vorhanden und gg dafür übrigens das ist nicht vergessen keine sorge um meine aussage zu solchen leuten kennt er auch mit f an und danach kommen sternchen möchte ich das entscheiden zu machen ja es wird aber passieren wir sind unter die 20 unter die 20 supporter gerutscht discord stirbt ich bin auch nicht mehr auf discord weil es einfach tot ist kanal technisch ist es einfach keiner bock keiner will ich will ich dieses komische fokon haben das will ich nicht wie groß dieses showzone ist what the fuck ich könnte stundenlang hier weiter rumrennen was ist das was ist das und es will sich einfach keine community mehr finden und ihr wollt das auch einfach nicht ihr sagt einzeln das ist wollte wir sagen das nicht gemeinschaftlich und viel zu wenig viel zu wenige sind so wie leider oder so die haben wir auch fähig sind dazu sagen ja ich möchte das und ja viel fähig dazu sind zu sagen ja ich finde das cool hier ja dankeschön das ist einfach nicht mehr was ist das für ein ding ich kann ja weglaufen wie heißt das eine wo eine voltula wenn wir 46 ok 46 46 ok mascholo sind mir egal bist du auf dem weg nach engine city ich weiß es noch nicht wo ich hin will keine ahnung es ist so groß hier richtig ich guck mal vielleicht will ich noch ein gutes pokémon also ich kämpfe mal übrigens ostra kämpft jetzt ja danke danke game der beste mal im team kochen kochen bereite ein leckeres gericht mit zutaten und beeren deiner wahl vor kochen nutze das nutze den fächer um das feuer zu regulieren kochen bitte wieder die zutaten luxus apfel und diese beere doch du hast gesagt ich soll nicht dazu machen aber jeder so wie er so machen wie sie jeder so wie es in seiner situation gerade haben will ich weiß ich habe keinen fächern sie kann ich fächern der aromapfel macht unser curry los geht's achso ich kann A drücken ok ach guck mal da kommt das feuer ja irgendwann zumindest sehr unstabiles feuer gut umrühren aber das ist so es ist so so pokémon stadium mäßig da ist irgendwann löcher in der hände mein kollega hat mal löcher in der hände keine sorge das wäre liebe habe ich nicht verstanden aber wir haben auch das gemacht guten appetit da haben sie sich so ein bisschen an final fantasy 15 orientiert was ich ganz gerne mag und die augen von evo lieren gute klasse wukum was wohnungulus alle kp wurden wieder hergestellt und schadensprobleme geworden dein team pokémon deine team pokémon haben viele erfahrungspunkte erhalten warum wie erfahrungspunkte wasch gegnerische pokémon mit einer ausführlichen standpauk in den kopf und senkt dabei den spezialangriff ja ich wünsche dass wir im echten leben so das ist ja das ist nicht effektiv und licht attacken es gibt extrem interessante neue und licht attacken kann das sein da ich habe von dem ganzen kram nie was gehört jetzt waren wir kämpfen es gibt erfahrungspunkte school alles voller ok was habe ich noch das habt ihr habt ihr das curry bild gesehen das ist mega gruselig also ich kann wieder tanken hallo kalibs wahrscheinlich zu sehen guck dir das curry bild an ach du meine fris ist das gruselig holy oh gott marscholo was war das da was ist das ah ok das ist so ein stinktier pokémon ok ich weiß nicht wie das heißt das ist die vorentwicklung von dem ding will ich auch nicht haben das ist merkwürdig und kingler krebschor und krabbis und wingo offensichtlich und krabbi wäre eine geile sache oder shiny krabbi fragezeichen das shiny krabbi ist übrigens immer noch auf also ich habe das nicht vergessen dass ihr dafür dass wir dafür euer leben gegeben haben und support aber pokémon let's go hat mich tatsächlich dann damals wirklich sehr verlassen weil es wirklich dann irgendwie zur quälerei wurde oh gott fire du wirst sterben again ich glaube ich nehme hopplo aus dem team weil team ist einfach zu klein ich brauche mehr pokémon mehr 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 gürtelplätze wir haben wegen dass ich wie also das ist halt ich glaube das ist das schwierigste an dem game jetzt gerade ich kann die ganze zeit durch diese zone laufen und pokémon fangen das wollen die mir das wollen die mir tatsächlich erzählen dass ich das kann dass ich das tatsächlich machen kann wie soll ich mich am anfang des spiels entscheiden welche pokémon ich mitnehmen will wie soll das funktionieren das kann ich gar nicht das ist unmöglich vorher war so ja du kommst auf irgendeine route dann kriegst du halt ein oder zwei pokémon dazu und dann so ja geil du kriegst halt zwei pokémon dazu und jetzt diesen platz die magst du nicht und hier so du kannst dir alle pokémon aussuchen was soll ich machen was soll das war's für dich herrsetzt hätten ein und hier geht noch Komm schon Sayo! Anfeuerungshase! Oh oh! Metallklaue setzt Krabbi ein! Ja, das war's! Ich kratze das noch mal! Es ist halt super schwierig! Apropos! Ich hab vorhin ein neues Feature auf YouTube vorgeschaltet, wer also keine Lust hat für alle Nachschauer, die ich immer wieder anmerke. Wer wirklich was dazu geben will und nicht von seiner YouTube-Plattform runtergehen möchte, der kann jetzt tatsächlich Kanalmitglied werden. Viel Spaß damit! Ist wie das Twitch-Abo, ist genauso wie das Twitch-Abo, um genau zu sein. Was ist das ein Capscore? Und ja, unterstützt natürlich den Channel im gleichen Maße wie auf Twitch und da müsst ihr von eurer Plattform gar nicht runter. Ihr müsst also nicht irgendwelchen Links folgen in der Videobeschreibung, die manche Leute nicht finden oder sowas oder sagen, dass sie sie finden, aber eigentlich nicht wirklich finden und so. Also ganz einfach. Brandstempel, Feuer. Rempel-Attacke mit brennendem Körper. Je schwerer der Anwender im Vergleich zum Ziel ist, desto stärker die Attacke. Hm. Aber ja, dieses Feature ist tatsächlich freigeschaltet worden. Ist ganz cool, eigentlich dieses Feature zu sehen. Weil das sieht man normalerweise nur auf so großen Kanälen. Und das ist ganz cool, dass ich das auch machen darf. Guck mal, wie soll ich mich jemals entscheiden für irgendein Pokémon, Leute? Das ist... Soll ich nicht einfach in die Stadt gehen und der Story weiter folgen? Das ist einfach... Ich bin gerade extrem Pokémon überfordert. Das ist unfassbar. Ich bin so Pokémon überfordert. TM81 Dampfwalze. Hm. Was ist das? Ein Chesurio. Level 52. Erlecken Sie mich doch am Arsch. Wow. Ah, dann mach ich mich jetzt auf dem Weg zur Stadt, wenn... Wenn Story... Ich meine, wie gesagt, ich bin so überfordert, ich weiß nicht mal... Ich würde rumrennen... Ah, da hinten ist noch ein Pokéball, der nimmt noch mit. Ich würde rumrennen und einfach irgendwas finden, was mir halt gefällt, aber ich weiß nicht mal, was mir gef... Ich weiß halt nicht mal, was mir gefällt an Pokémon. Weil es einfach so viele sind. Überreste, das ist natürlich geil. Aber da vorne komme ich gleich wieder zur Stadt, dann kann ich da von da aus direkt zur Stadt gehen. Melotiksee. Achso, da in dieses Viech entwickelt sich der Rabe übrigens. Mann, ist das groß. Du bist leicht verwirrt. Das ist so eine Art... Die nenne ich dieses... Das ist so eine Art Safari-Zone. Das ist eine offene Zone, wo man Pokémon fangen kann, je nach Wetterlage. Aber offensichtlich hat die... Haben die jeweiligen Zonen eine eigene Wetterlage, beziehungsweise ist gerade irgendein Wetter. Ich bin auch noch nicht so richtig... Was ist das? Ist das eine Schnecke? Ein Einsiedler-Krebs? Warum gibt es so viele Krebs-Pokémon? Seit wann das? Oh! Wollt ihr mich verarschen? Wow, es wirkt extrem stark. Das ist level 27, okay. Das wirkt nicht so stark, das ist stark. Aber es gibt Foucano, okay, das ist gut. Vielleicht gibt es hier auch Sichlor. Okay, ich gehe in die Stadt, komm. Ist gut, ihr habt recht. Ah, guck mal, das ist die Weiterentwicklung von dieser Katze, die wir vorhin gefunden haben. Vielleicht gibt es hier auch neue Klamotten, deswegen. Können wir jetzt hier alle unser Geld in Pokémon. Milzahnsee. Was ist das denn für... Guck mal, was ist das denn? Was ist das? Was ist das für ein Müllhaufen? Die Naturzone quillt geradezu über von Energie, die man als Watt bezeichnet. Komisch. Also nicht, dass das Pokémon Müll ist im Sinne von, ich... Es sieht, es sieht merkwürdig aus. So irgendwie, er sieht aus, als ob es so ein Schlauch hat aus, aus irgendwelchen zusammengeklebten Sachen. Sind das schon wieder eine Angelstelle? Okay. Wir haben eine ganze Menge Pokémon gefangen. Ähm, ich gehe nochmal eben hier rüber. Und schaue nochmal eben, was es da gibt. Das ist meins. Ähm. Da hat ich wieder irgendwas für Watt. Uferkraut. Spezielles Aroma. U-U-Uferbraut. Pam, pam, pam. Was bist du? Ein Züchter. Ich bin ziemlich stark und steinreich noch dazu. Wie wäre es mit einem Pokémon-Kampf? Äh, nee. Ich bin ziemlich stark, ist schon sehr abschreckend. Gerade für meine jetzige Situation. Hallöchen-Trainer. Man nennt mich übrigens den Camping-King. Zeltfarbe ändern. Uh. Currydecks bewerten. Okay. Drei Packungen Würstchen erhalten. Oh, wisst ihr, wem ich die Packungen Würstchen schenke? Wisst ihr, wem ich die schenke? Das ist eine von vielen der Naturzone. Die Naturzone geht noch weiter. Also die Naturzone ist in der Mitte von der Galaga-Region. Drumherum sind Routen. Okay. Hm. Interessant. Habt ihr gesehen, da war eine Boutique. Ich gehe als erstes in die Boutique. Hey, hallo! Du hast es durch die Naturzone geschafft. Nicht schlecht. Dein Team ist jetzt sicher ziemlich erschöpft. Los, gehen wir ins Poké Center. Wenn du kurz Zeit hast, zeige ich dir da auch etwas, was dich als Trainer bestimmt interessiert. Mich interessiert ziemlich vieles. Nicht nur als Trainer, sondern auch als Mann. Oh, schau mal. Rotomina ist gerade frei. Rotomina ist eine Kurzform für Rotom Terminal. Das ist ein nützliches Gerät für Trainer. Das Design deiner Ligakarte individualisieren. Liga-Karte also. Du hältst die Liga-Karte von The Lion. Das ist nicht The Lion. Das ist definitiv Saniya. Und nicht der komische Werbeträger. Hm. Du satierst die Liga-Karte in dein Album. Design der Liga-Karte. Jeder Trainer besitzt seine eigene Liga-Karte, die er über die Kommunikationsfunktion mit anderen Trainern tauschen kann. Oh. Die Stadt ist ziemlich groß. Wenn ihr wieder draußen sind, erkläre ich dir mal, wo was ist. Vergiss nicht vorher dein Team zu heilen. Die Eröffnungszeremonie. Das weckt Erinnerungen. Als ihr zum ersten Mal am Kampfplatz an das Stadions betreten habt. Man fühlt sich überwältigt. Okay, ja, okay. Kribbeln im Bauch. Das habe ich bei dir auch jedes Mal, Saniya. Hm. Pokéjobs. Pokéjobs. In Gala suchen zahlreiche Firmen nach Pokémon, die ihnen bei bestimmten Aufgaben helfen können. Und du kannst diesen Firmen unter die Arme greifen, indem du die Pokémon zu ihnen schickst, nach denen sie suchen. Wenn sie zurückkommen, haben deine Pokémon sicher einiges dazugelernt. Die Auswahl an Pokéjobs wird einmal am Tag aktualisiert. Je öfter du deine Pokémon aushelfen lässt und je mehr von ihnen du losschickst, desto mehr Belohnungen warten auf dich. Sie suchen Normal-Pokémon. Das kann ich geben. Skoppel kann ich nehmen. Und mein Hut-Hut. Ganzer Tag, halber Tag, sehr lang. Lang, kurz, extrem kurz. Ganzer Tag. Ich zähle auf euch. Auf Wiedersehen. Die 2D-Welt wird besser für euch sein. Bis bald. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade gemacht. Der Kartomat. Neue Liga-Karte. Liga-Karte aktualisieren. Ich nehme das. Und das. Und das. Gesichtsausdruck ändert mit X. What the fuck? Ich sehe so besorgt aus. Ich nehme das. Ah, okay. Pose ändern. Bo-ha-ha-ha-ha. The fuck? Okay. Mal, wie findet ihr, wie findet ihr, wie findet ihr meine neue Karte? Ist die cool oder was? Was denkt ihr? Die ist cool, oder? Keine Ahnung, ob die cool ist. Mega cool sogar. Ja, super. Was ein merkwürdiges Feature. Aber so speichern mich dann meine Online-Freunde, die ich nicht habe, weil ich das Online-Feature nicht habe, dann ab. Okay, cool. Kann ich das auch in meinem Inventar sehen, tatsächlich, oder? Ah ja, da, Liga-Karte. Oh, what? Ich habe diese Laien-Liga-Karte. Kartencode. Eine Internetverbindung wiederhergestellt. Und das habe ich nicht. Gewinnpunkte. Dir gehorchen alle Pokémon aus Level 20. Du kannst Pokémon aus Level 20 fangen. Ah, das wusste ich nicht. Sorry, ich weiß, dass das der Pokémon-Supermarkt ist. Und ich weiß, dass das dann Zwilling ist. Aber eine andere Sache. Ich muss gleich shoppen. Also, ich habe keine Zeit für Kram von euch. Oh. Es gibt auch die Poké-Bälle wieder. Ah, cool. Hey, du, wenn du ein Skoppel dabei hast, würde ich gerne gegen meinen Raffel tauschen. Du kannst mich gerne mal haben. Die beiden Verkäufer drüben bieten ganz unterschiedliche Waren an. Dabei sehen die sich so ähnlich. Ja, das ist auch wahr. Dass du es durch die Naturzune geschafft hast, ist ein gutes Zeichen. Aber weißt du auch noch, was dein Ziel in Engine City ist? Die Challenge-Arena. Andersrum. Genau. Als nächstes solltest du zur Eröffnungszeremonie der Arena gehen. Kann ich erst da hinten lassen? Laden zum Shoppen? Kann ich da kurz? Ich brauche nur neue Klamotten. Nur ganz kurz. Sie finden, sie findet morgen im Engine-Stadion statt. Nutze einfach den Lift an in der Straße, um zum Stadion zu kommen. Das ist ein Lift? Okay. Ich werde mir in der Zwischenzeit mal die Boutique ansehen, wenn ich schon mal hier bin. Vergiss ja nicht, dich im Stadion anzumelden. Boutique, 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 Boutique. Haare, Make-up. 3000 Pokodollar für Haare? Fuck it. Dann muss ich gleich noch mal so eine neue Pokémon-Karte machen. Das ist ja doof. Platinblond. Beigeblond. Golden. Oh, oh, oh. Leider ist das aber schon die beste Frisur. Ich lasse mir nur die Haare färben. Für 3000 Pokodollar. Ach, du kannst direkt deine Liga-Karte aktualisieren. Das ist ja geil. Ja, Mann. Das sieht doch schon mehr nach mir aus, oder? Was meint ihr? So langsam werde ich ja noch traurig im Game. Cool. Boutique, Boutique, Boutique. Die Umkleide ist frei. Ich bin auf Wunsch meiner Großmutter zu dieser Reise aufgebrochen, aber ich möchte dabei auch ein bisschen Spaß haben. Bist du auch gerade am shoppen? Vergiss bloß nicht. Ja, 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 ja. Ein Quapsel-Shirt. Luxus. Ein See-Igel. Polo-Hemd. Ah. Ah, eine Barine-Blau. Ah, guck mal, das ist schon besser, oder? Mit Knöpfen so. 6.000 Poké-Dollar. Ja, wir gucken uns erstmal weiter um. Trainingsjacke, Kapuzenjacke. Eine College-Jacke? Die habe ich im College auch getragen. Trainingshose. Designer-Jeans. Blau-Grün. Wo ist denn Grün? Ach, oben, ja. Oh. Oh. Schuka-Schuhe. Kann ich aber... Kriege ich nicht eine kleinere Tasche von Gucci oder so? Ey, was ist denn das? Boah, wie viele Sachen die haben. Das ist der Wahnsinn. Also ich denke mal, das Polo-Hemd in blau ist schon ganz... Also in Marine-Blau ist schon ganz geil, weil das cool da drunter passt so. Ja, da habe ich noch meine alten Klamotten an. Das heißt, ich doof. Nein, geil. Ich lebe wieder ein bisschen cooler aus. Das ist doch schon mal was. TP-13 Energie-Fokus. Anwenderart mit einem Bündel Kraft. Die Folter-Aquate erhöht sich. Ja, ja, ja. Technische Platten oder kurz TP's sind echte Antiquitäten, mit denen man Pokémon seltene Attacken beibringen kann. Das ist nach einmaligem Brauch schon... Ah, okay. Okay, das sind wirklich Sachen, die man nur einmal nutzen kann. Okay, das finde ich cool. Super Trank. Finde ich super. Top-Ohrenstöpsel. Mit diesen rätselhaften Ohrenstöpseln kann man die Lautstärke verschiedener Geräuschquellen regulieren. For real? Ne, meine Basistasche. Was ist meine Basistasche? Ach da. Okay. Damit kann ich die verschiedenen Geräusche regulieren. Anscheinend nicht. Keine Ahnung. Hm. Liga-Präsident Rose. Okay. Und das ist also ein Aufzug, ja. Oh nein. Oh nein, Misserwerbung. Oh, ohne dich würde ich den Weg zum Stadion nie finden, Glurak. Beim Orientierung sind das echt zu wünschen übrig. Ja, du gehst in die Stadt und du guckst auf den Aufzug. Wie konnte ich nur diesen riesigen Lift übersehen? Gute Frage. Oh, hallo Oster. Das ist, weil er auch die ganze Zeit Werbung vor den Augen hat, dann wahrscheinlich. Wie ich sehe, hast du bereits ordentlich an deine Fähigkeiten als Trainer gefeilt. Es war also die richtige Entscheidung, dir einen Empfehlungsbrief ausgestellt zu haben. Ich habe da etwas, was du sicher gut gebrauchen kannst. Hier gibt es ein Pokémon. Hier gibt es ein Pokémon zu tragen. Ein Stück Holzkohle. Ja, gibt das. Du verstaust das in der Trainingsfasche. Guckt euch das an. Jetzt haben wir mal das im Nahkampf hier. Jetzt haben wir mal seinen Umhang hier im Nahkampf. Das ist so hier Buff-Eichhörnchen. Hast du hier als Werbung. Ja, dann hast du unten irgendwas mit Schallplatten. Warum ist dein komplettes Ding mit Werbung zugepflastert? Das ist so krass. Du bist fast da. Wenn du den Lift hier nimmst, kannst du das Stadion gar nicht verfehlen. Ja, ich weiß. Warum sagen wir das zehn Leute zehnmal? Du kannst hier natürlich auch noch etwas in den Engine umsehen bestellten Stadion gehst. Pass auf, dass du es nicht verläufst. Ja, ja, ja. Was auch immer. Gibt es noch mehr, was man entdecken kann außer diese geradlinige Superstraße hier? Was ist das? Ist das ein Laden? For real? Hut, Hut. Ich mag bittere Sachen, aber ich habe eher die Vorliebe für Süßes. Willkommen im Kampfcafé. Du kannst bei uns einmal pro Tag kämpfen. Gewinnst du? Gibt es zur Belohnung etwas Süßes auf Kosten des Hauses? Na, willst du es probieren? Ich habe das Gefühl, ich kriege gleich etwas Süßes, Grabwächter. Ich habe das Gefühl, ich kriege gleich etwas Süßes. Die H-Farbe steht dem Charakter übrigens. 800 pokodollar kriegt man auch hier pro tag okay das ist noch nicht schlecht du erhältst ein sonderbonbon okay fürs nichts tun nehme ich das auf jeden fall mit guck dir ich hasse meinen rucksack kann ich das so sagen ich hasse meinen riesigen 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 rucksack ich hätte gerne in der gucci-tasch ender city ist groß und klasse wusstest du dass der obere und untere bereich der stadt durch einen lift verbunden ich glaube ich kann da nur nicht lang gehen solange ich nicht benutzt habe ich benutze aber was anderes und zwar nutze ich meine ep bonbons xs aber nur so 20 stück auf kein ding nitro ladung zu lernen möchtest du das machen ja das ist das nitro ladung an wenn er höhlt sich in flammen und greift das ziel an sammelt die energie und höhlt dadurch die eigene initiative was hat sich auch so mann das ist der entwicklungs dance mix kickeroll kickerlo hoplo zu kickerlo es pflückt bären von ästen ohne seine hände zu benutzen und jongliert sie mit den füßen damit trainiert es seine fußfertigkeit die exp bonbons sind extrem krass ihr versucht pflücker zu lernen was ist das für ein rampe anwender pickt das ziel nimmt die bären falls das ziel eine trägt und erhält ihren effekt das ist ziemlich geil da können wir was das macht 60 der mensch da kann das weg kein dägen entwicklungs stream heute jeder denkt der dance mix okay das ist schon mal eine coole krähe was gibt es was gibt es dazu zu sagen es hat viele heftige kämpfe überstanden und dabei gelernt die stärke seines gegners steht stets korrekt einzuschätzen geht das für jedes pokémon dieser art oder nur für dieses pokémon dieser art das hört sich ein bisschen sehr speziell an dynamax bonbon ein bonbon das voller energie steckt beim verzehr steigt der dynamax level eines pokémon eine stufe dies erhöht das seine kp nach der dynamaximierung nach der ok hier es erhöht das level dauerhaft um ein naja alles richtig gemacht ich mach mal die arme zusammen beim laufen das ist dann da los big buff big buff und geil so dann sind wir hoch wenn wir nicht anderswo wenn wir nicht anders hin dürfen okay das ist passiert die öffnungszeremonie der arena ist jedes jahr ein absolutes highlight dann darf ich da auch nicht lang weil die darum reden und ich habe angst vor leute die reden anscheinend und da habe ich angst vor der krähe oder was wenn ich nicht zu schade tun für mich anzusprechen dafür will ich dir was feines geben ruhe ein pokéball aber manchmal so unter uns ich bin in wahrheit gar kein pokéball da wirst du hast du eine idee wer ich bin also gut ich verrat's dir man nennt mich baldwin alles klar ja natürlich da bist du ja das ist das engine stadion hier wird die eröffnungszereomie abgehalten stell dir nur mal vor die eröffnungstereomie schauen sich nicht nur unsere mütter an das ist nicht schlecht ich zittere schon total ach was rede ich da das ist keine nervosität das ist pures adrenalin bin so ausgeregt jetzt wird rangeklotzt ustra die ganze welt soll unseren namen kennen ich bin nur neidisch auf seine kleinere tasche und auf ihre t-post bin ich auch ein bisschen interessiert wir liege angestellten sorgen dafür dass die diversen kämpfe bei der arena challenge alle reibnungslos über die bühne gehen schiedsrichter nimmt man sowas im echten leben da liegt das sprühdose schutz wert wilde pokémon ab alle teilnehmer der arena channel sind herzlich eingeladen die nacht im knospi in zu verbringen drei feuer heiler ok die verschiedenen arena 1 2 3 4 und hier sind auch noch 4 1 2 3 4 sind im moment sind immer nur acht ordentlich ich dachte es ist waren 16 ordnen wir werden es merken aber wir melden uns mal hier an wow schau dich nur mal um überall arena challenger egal wo man hinsieht gegen all die müssen wir als uns also durchsetzen komm melden wir uns an oh god besser nicht hat er dich angerempelt was geht denn mit dem ab wenn ihr zwei hier euch anzumelden dann zeigt mir bitte euer empfehlungsbrief oh eine empfehlung von champ persönlich sowas sehe ich zum ersten mal meine empfehlung schreiben auch vom champ wie bitte der lion hat euch beide als teilnehmer der arena champion empfohlen da müsst ihr wirklich großes talent haben scharf beobachtet ja oder auch einfach nur familiärer hintergrund egal vor ihnen steht ja sag ihm das einfach dass du der kleine bruder bist du spack ey ich trete in seine fußstab und werde neue zämpfchen was wie wo wo aber ein moment bitte in ordnung ich habe euch beide angemeldet jetzt müsst ihr euch bitte nur noch eine trikot nummer aussuchen ihr habt freie wahl oh mein gott ich habe eine ich kann eine dreistellige trikot nummer wählen okay ihr dürft mir ihr dürft mir bei meiner trikot nummer helfen was für eine trikot nummer soll ich haben ich habe keine ahnung übrigens in drei zahlen darf ich haben ich habe eine 6 dabei haben okay das hat sie auch schon gesagt ja nein 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 was machen wir schon so viele mit der 666 wirklich okay kommt eben auf geht's bin ich ja sowieso schon für die meisten also von daher ist ja egal guckt ja sowieso keiner mehr zu bitte sagt immer dieses challenge band damit du alle wissen dass du ein arena challenger bist deswegen sind die jacken einfach so kurz hat mein anderes armband auch noch mal ein armband das hotel befindet sich ganz in der nähe wir checken gleich das knospe in aus wer redet so wer bitte rede nicht so du machst vielleicht große augen ich werde das ist dein erster besuch in einer großstadt ich weiß genau wie dich das anfühlt ich bin nämlich auch an land auch wenn es so viele teilnehmer sind werden sich nur wenige bis zum ende durchsetzen das ist die gäste toilette sehr gut meine empfehlung stammt vom liga präsidenten höchstpersönlich weißt du was das bedeutet das bedeutet ich gehöre zur absoluten elite also geh mir aus den augen und verschwinde nicht länger meine kostbare zeit hat sie mich schon die haare gemacht er hast du schon gehört dass bei dem turnier auch trainer mitmachen die eine empfehlung von champ ja und von rose haben mir anscheinend ich meine klar du kannst den präsidenten geld geben und dann gibt er dir wahrscheinlich auch eine empfehlung dem ist es doch egal du bist arena challenger ustra habe ich recht nein ich bin pharao ustra zum knospe in geht es hier entlang wenn sie mir bitte folgen würden ja bitte spiel nämlich an die hand und lass nicht los kann ich irgendwann mal irgendwo hin alleine gehen und irgendein pinsel irgendwie sagt dies ist das knospe in oster tritt ein und ruhig aus du wirst all deine kräfte brauchen das ist die labras garage also ist eine frachtfirma wahrscheinlich pimpio labras als die feuerwehr sehe ich direkt hier gibt es noch mal pokes hinter für die plebs die nicht nach unten laufen wollen eine pokepuppe nice ein seiten schal cool wir haben schon viele so coole sachen gewonnen das ist wirklich die feuerwehr lol okay das ist eine train station oder was das ist eine trainierende die 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 ich denke mal ich kann jetzt eh nicht mit dem zug weg fahren deswegen lassen wir das marla cool das hat auch nichts man kann also überall mit dem zug hinfahren das finde ich ganz geil dann kannst du einfach von super schnell von a nach b wenn du das willst praktisch praktisch also von den features her bis jetzt gefällt mir eigentlich alles ganz gut wenn ich das ehrlich sagen darf er lässt mich nicht raus von den features her war von allem was so ist also dieses dynamax system ist mir egal das sind halt große pokémon von mir aus es ist es ist okay dass es da ist weil es ist nicht so wie wenn ich es nicht wie attacken tanzen also ist alles nicht so schlimm und der rest ist okay bis jetzt solide das storytelling ist halt super langsam und ich wünschte einfach wirklich die würden mich nicht so hart an die hand nehmen so weißt du wie ich meine sie können ja sagen ja hier du kannst uns knospe in der ganze pennen das ist ja auch okay aber nicht nicht hier kommen ich zeig dir wo das ist und ich halte eine hand tm2 kommen wieder wenn du champion geworden bist der hinterhof typ sagt mich kommen wieder wenn ich was gibt es hier ok ich sehe schon los zeig uns deine neue macht das hoppelt nicht mehr so lustig wie vorher die animation sind irgendwie schlechter geworden kann das sein hoppelt war so süß es fühlt sich so steif an schade das ist der edge laut hase ja so ein bisschen wippen halt ne ihr wisst schon wie eben wie immer so der disco tanzen den kopf leicht nicken den fuß leicht bewegen einmal der kippe ziehen ausatmen wieder der kippe ziehen fuß nicht bewegen links und rechts kennt das aus aus park ihr wisst genau wie das funktioniert tut nicht so als ob ihr das nicht wisst geile statu die will ich auch haben warum hat schwert und schild das ist ja ich dachte jetzt läuft das bei uns wie es aussieht habt ihr die anmeldung schon mal erfolgreich erledigt ja ja was warst du hier im hotel ich stelle nachforschung über das rätselhafte pokémon aus dem schlummerwald an ich dachte mir das ist vielleicht irgendwie mit der legende der gala region zusammenhängt wo ihr schon mal da seid können wir uns auch gleich zusammen den kopf zerbrechen diese statu wer soll das seien das ist der held der überlieferung zu folge eins die gala region gerettet hat wenn ihr mehr über ihn wissen wollt erzähle ich euch gerne seine geschichte habt ihr interesse ja ja klar warum nicht vor langer langer zeit erschienen am himmel von gala ein schwarzer wirbel die leute nannten ihn die finstere nacht gleichzeitig tauchten überall gigantische pokémon auf die die region unsicher machten doch dann erschien ein tapferer jüngling gewappnet mit schwert und schild bot er ihnen die stirn bis er sie bezwungen hatte diese statu stellt angeblich jenen heldenhaften jüngling aus der legende da die legende wir viele fragen aus hier zum beispiel den namen von dem typen was hat es zum beispiel mit dem schwert und schild des helden auf sich und was steckt hinter den in die hinter diesem schwarzen wirbel der name finstere nacht kommt wahrscheinlich daher dafür die ganzen himmel bedeckt hat das klingt als wäre der held ungefähr so stark gewesen wie meinem bruder ja er hat die ganze gegend gerettet und dein bruder ist einfach nur der werbeträger dieser region es ist bestimmt ja es ist ja ja einfach okay ja wenn du herausfinden willst was denn was hinter dem schwert und dem schild und dem wirbel steckt hast du auf jeden fall eine menge arbeit vor dir sanier schafft das schon danke ja ich krieg das schon irgendwie hin irgendwo werde ich eine heiße spur finden bei mir im schlafzimmer findest du eine heiße spur sag mal sollt ihr nicht langsam einchecken wenn ihr hier übernachten wollt an der reposition scheint viel los zu sein bitte passt gut auf hop auf ja ja ah das rivalenteam ole 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 meine kollegen vom team jell jell und ich sind extra angreist um unseren lieblingstrainer bei der arena challenge anzufeuern wenn du uns dabei in die quere kommst müssen wir leider deine pokémon platt machen mal sehen wer je wen platt macht oh mein gott du legst es echt drauf an was wie du willst ich hab dich gewarnt team jell besteht nur aus echten freaks und echte freaks schrecken vor nichts zurück mit ihrem um ihrem star zum sieg zu verhelfen du wirst es das wirst du gleich sehen jampt der gerade ab handbank der gerade die mucke ist aber ziemlich geil muss ich zugeben das ist gefällt mir von den kampfen von der kampfmusik bis jetzt am besten oh wow one shot oh wow one shot oh wow one shot oh wow one shot er spreche ich dir einen streit vorm zaun und dann verliere ich auch noch was ne blamage hey leute da streiten einer revanche zeigt ihm dass team jell immer zusammenhält könnte jemand bitte gibt's kein sicherheitspersonal in dem hotel alter ernsthaft ich brauche hier mal einen erwachsenen irgendjemand der die kinder mal ordentlich ohr feikt geh weg die mucke ist ganz geil aber dieser hase ist sehr stark ja ist 8 level über den gegnern und sehr unbeweglich sorry dieses schicke diese schicke micke atmosphäre hier hat mir wohl das hirn vernebelt ja daran liegt's ich fühle mich ich fühle mich in diesem nobel schuppen einfach nicht wohl sonst hätte ich nie verloren hast du die ganze zeit gekämpft keine schlechte idee pass auf ich steig mit ein das ist schon ein gutes training nein doppelkämpfe vor euch steht arena ständische hopp und der nächste champion der galaregion achta sicherheitspersonal jubeln wir ole wenn wir mit euch fertig sind jubeln wir ole ihr wimmert dann maximal noch ohne help ach muss es immer dieses voodoo sein hol doch mal den tot oder so raus mach doch mal ein vernünftiges pokémon da alter und scheiß was sollen das weg geht's mit dem ding da level 10 ist deine wolle gewurst bin fort mit dem ein tritt ins genick und gut ist ein igler ja genau so wirst du den kampf gewinnen junge lass mich das mal machen lass mich das mal machen jetzt habe ich schon gegen mich fehl hm ok wer hat den kampf gelöst denkst du das ist luft die du atmest alter ernsthaft hey was ist denn hier los miss mary wir äh also wir verstehen ja dass ihr mit den anderen arena challengern auf kiksburg steht aber müsst ihr wirklich so grob mit ihnen umgehen nehmt es diesem haufen bitte nicht übel das sind meine freaks sie nennen sich team yell und feuern mich bei der arena challenge an aber wie es aussieht übertreiben sie das mit dem unterstützen ein bisschen na los ab mit euch geht nach hause sicherheitspersonal irren anstalts einweisungs personal team yell will um jeden preis dass ich gewinne deshalb behandeln sie andere challenger oder meh tut mir echt leid wenn sie euch schwierigkeit bereitet haben du hast einen eigenen freak club die ist auch süß oder die ist ein bisschen flach aber flat ist justice ne und dann sind sie sich mit dem körper die ist mit dem lösung die 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 Einzelzimmer haben. Unangenehme Situation, ach was. Unangenehm war nur der Typ neben mir, der ein Igler genutzt hat. Vollidiot, ey. Er wird bestimmt ein klasse Baseballspieler, aber richtig, aber richtig, ne ist egal. Guten Morgen. Ab heute wird es endlich ernst. Dieser Tag wird ein wichtiges Kapitel in der Legende von Hopp. Komm Ostra, machen wir ein Wettrennen bis... Ohne Scheiß, kann nämlich jemand mal die Beine brechen oder so? Von dem Challenger, der das... Den Sieg werde ich nämlich nach Hause tragen. Ja, genau. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. Ich hab ne andere Idee. Weißt du, ich hab überhaupt keine Ahnung von Pokémon. Bitte werd doch Arena Champion für mich. Okay. Ist doch jetzt schon mal nicht schlecht. Du bist Ostra, richtig? Bei Veranstaltungen, die zur Arena Challenge gehören, musst du deine Uniform tragen. Ich schlage vor, dass du dich umziehst. Was? Es gibt Arbeitsbekleidung für Arena. 666 steht da drauf. Und auch mit so geilen Zahlen. Oh mein Gott. Toll, die Uniform steht hier ausgezeichnet. Die Trikot Nummer 66. Das ist aber auch ein bisschen, das ist auch ein bisschen, ich glaub, da musst du mal ein bisschen aufpassen. Vielleicht soll ich diese Zahlen nicht nehmen. Rundet das Gesamtbild wirklich sehr elegant ab. Na ja, es geht so. Also gut, es ist soweit. Die Eröffnungszeremonie beginnt gleich. Na ja, ist nicht so schlimm. Das haben wir aber schon geil gemacht. Guckt euch das mal an. Wer ist das? Die ist ja heiß. Meine Damen und Herren. Ich bin Rose, der Präsident der Pokémon Liga. Vielen Dank, dass Sie alle heute hier blablab. Die Zeit des Wartens ist vorbei. Bye, bye. Es ist mir eine Freude, das große Spektakel der Galerie und zu eröffnen. Die Arena Challenge. Jawohl, die Arena Challenge. Ihre Teilnehmer müssen sich dagegen acht Arena Leiter behaupten. Nur wer sie besiegt und alle acht Arena Orden ergattert, darf am Champ Cup teilnehmen. Ah ja. Und hat somit die Ehre, sich dem allerbesten Pokémon Trainer entgegenzustellen. Dem Champ, unserem Werbeträger. Jetzt bitte um einen tosen Applaus für unsere Arena Leiter. Ach, die werden einfach direkt alle vorgestellt. Das ist natürlich geil. Das mag ich, das Feature. Ich mag auch so dieses olympische Symbol mag ich sehr gerne von dem, von dem Arena Ding. Slow-Mo Einlauf, der Arena Leiter. Schon eine geile Nummer. Okay. Jaro, der Fluminante Farmer und Experte im Moment Pflanzen Pokémon ohne Nase. Kate, die Sturmwelle und Meisterin des Wasser Pokémon. Nicht nur die Wasser Pokémon sind nass. Und der unauslöschliche Feuer-Veteran, Kabu. Der sieht cool aus. Galas Experte für Geister Pokémon, Neo, der schweigsame. Ist das ein Typ? Von mir aus. Papella, Meisterin Fantastische, Meisterin Fantastischen Theaters und Fantastische Feen. Ewige Eis, Mel. Okay. Warum hat es den Bogner an? Egal. Und der Stärkste aller Arena Leiter, Roy. Schon wieder ein Drachen. Hör auf, na. Dein Scheiß-Hinny weg, Mann. Du bist... Guck mal, die hat Füße. Und die sind sie. Der ganze stolze Gala von Galas. Unsere Arena Leiter. Die sind alle geil. Das ist eine geile Szene übrigens. Guten Abend, Maika. Das ist eine mega geile Szene. Und wie ist es? Ich hätte die Nummer 666. Das ist ganz cool. Ich durfte nur meine Trikot-Nummer aussuchen. Das ist cool. Ich bin der einzige Herausforderer. Niemand anders kommt da. Ach doch, fuck. Hatte sie auch 666? Ne, die hat 960. Okay. Wie, das war's? Dafür musste ich meine Arbeitskleidung anziehen? Ich fass es nicht. Vor ein paar Minuten standen wir mitten auf dem Kampfplatz eines echten Arena-Stadions. Ich zitter immer noch vor lauter Aufregung. Dieses Gefühl ist unbeschreiblich. Geh einfach weg. Na, ihr beiden? Endlich ist es soweit. Was? Sieh an, wenn das mal nicht die beiden Schützlinge des Champs sind, darf ich mich vorstellen. Rose ist mein Name. Schön, eure Bekanntschaft zu machen. Ich rede gleich kurz darüber, wie ich's finde. Aber Moment. Was sehen meine Augen da? Ihr habt ja schon eigene Dynamax-Bänder. Dann hat euch bestimmt ein Wunschstern heute hierher geführt. Die Technologie, die mit euren Dynamax-Bändern, die in euren Dynamax-Bändern steckt, wurde übrigens von meiner überragenden Firma entwickelt. Überragend. Hm, ich habe das Gefühl, dieses Jahr erwarten uns eine besondere, spannende Arena-Challenge. Sehr schön. Die Bewohner der Galaregion werden übersprudeln vor Begeisterung. Ja, Brot und Spiele. Die Arena-Challenge ist eine tolle Gelegenheit, um das Dynamax-Phänomen zur Schau zu stellen. So, jetzt muss ich mich aber entschuldigen. Ich habe nämlich noch einen dringenden Termin. Mach's gut. Mein Friseur. Da ist wieder unser Werbebanner. Liga-Präsident Rose scheint ja wirklich bester Laune zu sein. Also, aber zurück zu euch. Hört gut zu, ihr zwei. Ihr habt erst vor kurzem damit begonnen, Pokémon zu trainieren. Das Wichtigste für euch ist jetzt erstmal, dass ihr fleißig Erfahrung sammelt. Steckt euch Ziele. Nicht nur für eure Pokémon, sondern auch für euch selbst. Lass es uns gleich angehen, Ostra. Die Arena-Leiter von Galar müssen in einer bestimmten Reihenfolge herausgefordert werden. Die erste von ihnen erwartet uns ein To-To-To-Num egal, da. Da kommt man über Route 3 hin. Wie convenient, dass die nacheinander... Arena-Challenge. Bei der Arena-Challenge geht es darum, die acht Arena-Stadien von Galar nacheinander aufzusuchen und sich ihrer jeweiligen Arena-Leiter zu verkämpfen. Gut, dass du mehr kässt, wie Arena funktioniert bei Pokémon. Um einen Arena-Orden zu erhalten, musst du die dazugehörige Arena-Mission bestehen. Und im Anschluss den Arena-Leiter im Kampf bezwingen. What? Wie? Ich muss erst ein Postbote sein und dann muss ich ihn kaputt machen? Na, von mir aus. So, wie finde ich das Spiel? Das war gerade nur eine kurze Frage. Ähm, ja, 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 das war mal. Ähm, bitte keine Cutscenes mehr. Wenn es jetzt mal ganz kurz gehen würde. Das wäre perfekt. Ein Geschenk ist immer gut. Da sage ich mal nicht nein. Ich dachte, du willst mich jetzt auf Route 3 bringen. Einen Dauerpass für die Flugtaxis. Okay. Wenn du in die Dienste des Luft- des Flugtaxis nutzt, wirst du von einem Kraremor schnurstracks an dein Ziel gebracht. Öffne über der Spiegel die Karte und wähle, wo die Reise hingehen soll. Das ist ja krass. Okay, ja, ja, das hat er gerade gesagt. Das hat er mir zweimal die Erklärung gegeben. Okay, cool. Ähm. Während mich die Leute hier anfeuern, kann ich dann mal eben drüber reden. Ähm, ich finde das Storytelling ist total kaputt. Entschuldigung. Also, es wird so ein bisschen auf Klischees gebaut. Ich meine, der Anfang ist ganz cool. Man sieht halt diesen Rose, diesen Präsidenten von der Pokémon-Liga in dieser Region. Und der quatscht so ein bisschen. Und dann siehst du den Champion. Und der macht so eine coole Heldenpose. Er macht diese Heldenpose. Pass auf. Er macht diese Heldenpose. Ja, super. Und, ähm, und, ähm, dann, ähm, ja, ist er halt der Champion. Und du wachst auf in deinem Haus. Und das ist auch komischerweise der Bruder von deinem besten Freund. Schrägstrich, keine Ahnung was. Und auf einmal heißt es, ja, wir müssen ihn vom Bahnhof abholen, denn der verläuft sich immer. Und der kann überhaupt nicht Richtungen. Und dann geht es zum Bahnhof. Und er ist einfach, er ist in seiner Heimatstadt. Er ist da aufgewachsen. Kommt da raus mit, was soll ich noch mal machen? Mit dieser Pose kommt er aus dem Bahnhof raus. Und sagt so, ja, es geht, Leute. Und einfach, er ist in seiner Heimatstadt. Und so, es ist so cringe einfach. Es ist ein kompletter, hundertprozentiger Cringe. Ich meine, geh doch mal nach deiner Familie. Und sei mal, sei mal, denk mal, du wirst jetzt Millionär. Oder denk mal, du entwickelst ein neues, du entwickelst irgendwas, bist auf einmal der Präsident von irgendeiner Firma. Und du kommst nach Hause, hey, Mutti, alles klar? So, ne, warum? Ja, es ist, aber egal. Und außerdem, er hat einen Umhang. Und ich dachte, oh geil, er hat einen Umhang. Du hast ihn nur von vorne gesehen. Und du stellst dich raus, sein ganzer Umhang, seine Cappy, sein ganzer Anzug, alles ist voller Werbesticker. Alles ist voller Werbesticker. Und er ist einfach nur eine laufende Werbetafel. Und total der Cringe. Also der Typ ist hundertprozentig einfach nur dämlich und überhaupt kein guter Champion. Nicht so was wie, weiß ich nicht, wie Siegfried oder so, wo du denkst, boah, das ist voll der, das ist voll der Hardcore-Typ. Das ist einfach nur so, einfach nur ein Plepp. Und dein bester Freund hat erst mal das falsche Startup-Pokémon gewählt, weil er nimmt nicht das, 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 das Typ-Stärkere, sondern das Typ-Schwächere-Pokémon und geht mir die ganze Zeit auf den Sack und er macht immer so eine, so eine Jubel-Pose und geht dabei in die Knie und das denkt, das sieht so aus, als ob er, keine Ahnung, als ob er sich gerne in die Hose macht. Dann habe ich gerade Team Yell habe ich das erste Mal gesehen, die finde ich, die finde ich halt merkwürdig, aber die Kampfmusik ist ganz gut, ist die beste Musik, die ich bis jetzt im Spiel hatte. Ich war in der Naturzone, die hat mir sehr gut gefallen. Also mechanikmäßig ist das Spiel sehr gut und ich mag es sehr, sehr gerne und es ist ein tolles Pokémon-Spiel von den Mechaniken her. Die Story ist mir völlig egal. Völlig egal. Die haben mir in den ersten fünf Minuten Gameplay übrigens, bin ich in so einen dreckigen Wald gelaufen, da haben die mir einfach direkt dieses Pokémon gezeigt im Nebel und das musste sein. Fand ich doof. Aber na gut, also Story ist doof, meiner Meinung nach, weil es einfach nicht irgendwie, es ist nicht so richtig, es ist irgendwie, alle sind voll nett zu dir, es gibt keine Rivalität und es ist irgendwie, alle sind Poké-Freunde und ich kriege die Pokken davon. Das ist alles, was da passiert, aber ein cooles Team habe ich auch nicht, weil ich habe eine Milliarde Pokémon. Ich habe eine Milliarde Pokémon. Ja. Drei Stück habe ich. Achso, es gibt ein cooles Feature, es gibt Pokémon-Aufträge, das heißt, du kannst deine Pokémon wegschicken und die können Aufträge für dich machen. Das ist ganz nett. Das heißt, die arbeiten jetzt für mich tatsächlich, diese drei Lücken, die du hier siehst, die arbeiten für mich. Ähm, dieses komische Riesen-Feature, dieses Dynamax-Feature, Sajos, der Starter, dieses Dynamax-Feature ist cool, aber auch nicht wirklich bahnbrechend. Es ist besser als Attacken tanzen, sagen wir, wie es ist. Es ist besser als Attacken tanzen und das ist doch schon mal viel wert. Und ja, ich habe ganz viele Pokémon schon gefangen und ganz viele verschiedene wegen dieser Naturzone, wo man auch campen kann. Campen ist ein tolles Feature. Wie gesagt, gameplaytechnisch ist es ein tolles Pokémon. Storytechnisch ist es ... Ich würde nicht sagen, es ist kindlich, es ist einfach nur nervig. Für ein Kind wäre es süß oder es wäre nett oder so. Es ist einfach nur nervig. Und vor allen Dingen, wie gerade, ja hier, du kannst damit fliegen, dann kommt der fucking Screen, wie du das benutzt und wie das funktioniert und danach sagt dir das einer. Und wenn ich jetzt irgendwo hingehe, dann sagt mir das nochmal einer. Und das ist bei jeder Sache so. Ja, du kannst laufen, ja, du kannst Pokémon Center benutzen. Fünfmal, erklär mir das doch. Also so ein bisschen, bisschen doof einfach. Und das hat nichts mit, das ist, wie gesagt, als ob man denkt, dass alle Kinder beschränkt sind so. Also, aber sonst, also gameplaytechnisch ist ein geiles Ding. Und ich glaube, die Online-Feature machen auch Spaß, aber die habe ich nicht, weil das ist der falsche Account. Sayos, der Online-Account. Ich habe nur den lokalen. Und, man kann original Turniere selber veranstalten. Mega geil. Man kann Turniere selber veranstalten. Das ist ein cooles Feature. Also alles an Features und alles, was Pokémon macht, ist eine geile Sache. Ähm, also vom Game, von den Mechaniken her. Und, ähm, alles andere ist, das ignorieren wir einfach. Sagen wir, wie es ist. Ich ignoriere die Story so ein bisschen. Ich lese das gerne vor und ich mache mich über die Charaktere lustig. Nicht, weil ich es so blöd finde oder so, aber weil sie einfach blöd dargestellt sind. Und das ist die Wahrheit. Aber so auch, die Grafik ist toll, ähm, die mich, also nachher, wie gesagt, die Grafik ist toll, es spielt sich super, ja, und die Stadt sieht toll aus, die Features sind, naja. Ich wünsche, ich wünsche dir keine andere Pose, ähm, die man kaufen könnte. Oh, alles ist cool soweit. Was halt fehlt, ist eine interessantere Story als das, was es im Moment gibt. Du übst dir seine Wurf-Technik? Ah ja, gut, ich meine, das ist okay, das ist gut erklärt. Nicht deine Wurf-Technik, um Pokémon freizulassen, sondern deine Wurf-Technik, damit dein Pokémon, damit du den Pokémon fangen kannst. Ich meine, alle Pokémon-Trainer müssen ja unglaublich, unglaublich, unglaublich gute Pitcher sein im Baseball, dass die alles treffen, auch während des Fluges und während des Laufens und während der Bewegung. Was ist das für ein Ding? Und es gibt überall versteckte Items, was ich ganz cool finde. Das macht sehr viel Spaß, Items in jedem Winkel zu suchen. Und auch Pokémon in jedem Winkel zu suchen. Ich könnte hier noch angeln, aber... Und man kriegt sofort am Anfang gespürzt eine Angel, was ich auch cool finde. Muss man die Pokémon wieder wie bei Let's Go Evoli fangen? Nein. Nein, nein, nein. Wir fangen Pokémon, wie man Pokémon fängt. Man macht die kaputt. Oder kann man Ball werfen, ganz normal. Du klickst drauf, er wirft den Ball. Das Schöne daran ist, es gibt aber Erfahrungspunkte fürs Fangen. Zwar für das ganze Team, was blöd ist, was ich nicht mag. Ich mag halt keinen EP-Teiler. Ich bin einfach dafür, dass jedes Pokémon seinen eigenen Kampf kämpfen muss. Aber es gibt Erfahrungspunkte fürs Fangen. Das finde ich ganz gut. Was ist das? Willkommen in Uniformsladen. Suchst du was Bestimmtes? Oh mein Gott. Oh, was? Ich habe nicht genug Geld. Ah, da kannst du dein Lieblingselement als Uniform tragen. Das ist ja geil gemacht. Okay, cool. Cool. Deswegen durfte ich ja vorher nicht lang, weil ich nicht wusste, weil die für die Anfangs-Cutscene gerne den Standard-Skin haben wollten. Okay, cool. Cool. Kleidung gefällt mir gut. Wie man seinen Charakter gestalten kann, gefällt mir gut. Wie gesagt, campen ist geil. Die Gift-Uniform sah schon geil aus, ja? Und es ist auch alles relativ nahtlos. Ich meine, es gibt es gibt schon Ladezonen wie hier, aber ich meine, guck dir mal das Gebiet an. Hallo, was warst du? Dich habe ich vorher nicht gesehen. Hydro-Pumpe für 8000. Holy fucking shit. Okay. Wie ist denn das Wetter gerade? Kann ich gucken? Schnee, Schnee. Was hier oben ist die Sonne? Gewitter. Ich weiß nicht, ob ich da hinten hin kann. Ich versuche mal da hin zu gehen. Also diese komische, diese Safari-Gegend hier ist mega geil. Also es ist ein tolles Feature. Da ist schon wieder dieses Pokémon. Das ist dasselbe wie vorhin und so. Auch an derselben Stelle. Und die Sachen, die ich gefarmt habe, sind auch weg. Die sind einmal am Tag wohl wirklich zu erobern. Wir gehen mal über die Brücke, falls ich darf. Wenn du über die Brücke gehst, wird es krass, sage ich dir. Egal. Oh, eine Riesenperle. Stimmt, ich könnte die Sachen verkaufen. Dann könnte ich natürlich wieder mehr Geld. Oh, ich sehe. Oh, ich sehe. Was ist das denn? Ding. Keine Ahnung. Darum liegt was, das hole ich mir mal eben. Feuerstein. Hm. Ich könnte, ich könnte mein Starte tauschen und ein Flammara machen. Außer dieses Ebolie, was ich bekommen habe, lässt sich nicht entwickeln. Okay. Ich will eigentlich nicht weiter Pokémon hier suchen in dieser Safari Zone, weil ich meine, alles was ich so haben wollte, habe ich jetzt mein Pokémon. Das ist das auch das Problem. Da sowieso, oh, da ist das ein Ding, das, das, das und das und das und das und das. Das ist ein Dynamax-Ding. Weil alle meine Pokémon Erfahrungen bekommen, finde ich irgendwie, ich habe überhaupt keine Bindung zu irgendeinem meiner Pokémon. und ich, es ist so, ja, ich, ich würde gerne alles austauschen, weil ich hänge an keinem Pokémon einfach. Das ist so schade. Normalerweise, ich hänge nicht mal am Starter. Das ist so, das ist so eine Änderung vom Kopf her, die ich halt nicht mag. Du kriegst halt am Anfang super schnell, super viele Pokémon und es ist einfach so, ja, okay, willst du jetzt nicht irgendwann irgendwas tauschen, sondern mach mal weg. Das ist mir zu schnell lebe ich. Ich mag eine Bindung mit meinen Pokémon. Mal gucken, was es hier zu kämpfen gibt, wenn es hier wieder Dings ist. Ja, es ist wieder ein Felino, da habe ich keinen Bock drauf. Ich weiß, die Hälfte der Pokémon, da kenne ich nicht mal die Namen. Die kenne ich alle gar nicht mehr. Oder die kenne ich, gar nicht, weil ich die Edition nie hatte. Das zum Beispiel. Eine Schnäppke. Das ist eine Schnäppke. Level 7. Ich weiß nur, das krieg ich jetzt auf den Sack. So, wir gehen mal, wir gehen mal, wir nutzen jetzt mal unser Flugschein. Karte öffnen. Karte öffnen. Und da kann ich jetzt einfach was ich meine. Oh ja. Okay. Da bist du, ich habe die Idee, wie wäre es mit einem Trainingskampf? du gegen mich? Okay. Seht ihr, was ich meine mit dieser komischen Kackpose? Na geht, auf geht's. Er hat drei Stück. Er hat immer noch nicht mehr Pokémon. Er hat immer noch Geh weg. Der sagt das mit der Wechselwirkung bei jedem Mal, wo ich das bis jetzt gemacht habe. Das ist ein Witz. Das kann ich wechseln. Ich könnte ihn wahrscheinlich sogar mit Carpador besiegen. Ich meine, das ist cool, dass diese Attacke eine Animation hat. Doppelkickert einfach keine. Level 18. Ich und in der Klemme, nix da. So ein Sieg mit dem Rücken zur Wand fehlt gleich doppelt. Ich weiß nicht mal, wie Sieg geschrieben wird. Ich wünsche, er hätte irgendwas Rivalitätenmäßiges an sich. Da war wohl noch viel Luft nach oben. Naja, ein gutes Training war es alle Male. Oder auch nicht. Nicht schlecht, Rivale. Du hast ordentlich was drauf. Das muss ich dir lassen. Hier hast du meine Liga-Karte. Ach nö. Oh nö. Du sortierst die Liga-Karte in deinem Album. Gut, gut, gut. Guter Tipps. Erstmal gucken, ob ich nicht die gleiche so ist Posa-Abwehr auf meiner Liga-Karte. Okay, kein Ding. Die Baby-Boy-Pose, die habe ich nicht. Da möchtest du mir noch irgendwas auf den Weg geben. Okay. Okay. Natürlich läuft die Focano einfach um. Warum nicht? Guckt nicht an, wie viel Elan dieser Hase Doppelkick macht, oder? Kaum auszuhalten. So, Pokemon Go. Wollen wir gleich kriegen, ich habe den Hunger. Ich habe den Hunger. Danke. Ich weiß noch nicht, wie lange ich heute mache. Also bis Nullo mache ich auf jeden Fall. Und dann schauen wir mal. Was mache ich noch? Vielleicht mache ich nicht. Ich habe mich, ich habe keine Ahnung. Also mir persönlich macht es Spaß von der Mechanik mehr. Ich mag das EP-Teiler-Feature einfach nicht, aber dafür alle anderen umso mehr. Und da kann ich darüber hinwegsehen. Hm. Joa. Feuerfänger. Versteckt Feuertag noch. Ja, ja. Hm. Flammenrad kann es schon. Boah. Ist dickköpfig. Es trägt keine Bänder. Weiß jemand, ob es tatsächlich wieder irgendwie Schönheitswettbewerber oder so gibt wegen den Bändern? Das fände ich interessant. Ah, das sind diese Alola-Zickzacks. Guck mal, ja. Da Alola sage ich schon. Äh, Galat-Zickzacks. Ich glaube, sie sind auch Unlicht. Vieles in dieser, vieles hier in der Region ist tatsächlich Unlicht. Okay, ich muss ein anderes Pokémon nehmen zum Fang. Das weise ich jetzt auch. Dankeschön, Leute. Dankeschön. Ich versuche mein Bestes. Ich muss nur mal gucken, welches Pokémon ich nehme. Ich packe dich mal nach vorne. Brauche ich dich denn. Da. Die gute Sayuri. Wie gesagt, Maika, für dich auch, wenn du ein Pokémon haben willst. Da standen die Bedingungen. Öffnungszeremonie. Na klar. Dieses ganze Spektakel. Bla, bla, bla. Ich brauche hierfür echt eine Pose. Das wäre geil. So eine Battle-Pose. Wulpix? Uh. Das Fell gefällt mir. Wir versuchen es mal mit Pflücker. Okay, cool. Den Kampf habe ich verloren. Aber die Lust am Kämpfen nicht. 1000 Pokerollern, das geht. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ein Cotini? Was zur Hölle? Was ist das? Hat das coole Entwicklungen? Turbodreher. Ist das neu? Oder kommt das aus alten Dingern? Das ist süß, oder? Das ist aus dem älteren Teil, okay. Viele Leute werden ihre Trainer, viele Leute werden ihre Trainer, weil sie es niedlich finden, wie diese Pokémon in sanften Briesen herumwirbeln und voller Freude singen. Ja, das kann ich mir auch vorstellen, dass das mitzunehmen tatsächlich, einfach weil es so süß aussieht. Was kann das denn so? Kennst du das? Komisch, ne? Belebekraft. Wird das Pokémon ausgewechselt, regeneriert es eine kleine Menge an KP. Das ist ja cool. Es ist kühn. Und ist hinterhältig. Dann geht das auf die Bank. Hinterhältige, hinterhältige Pokémon gehen auf die Bank. Was? Es ist eine coole Pflanze, mag ich. Es ist kein Miracle. Was war das? Was war das? War das ein Pokémon? Geh weg. Ach so, man kann pfeifen. Das ist auch ein gutes Feature. Man kann wirklich... Ich lerne gerade alles über Fremdsprachen, Computer und Pokémon. Und über den Verlust. Und über Verluste. Schülerin Laura. Setz Pampam ein. Gut. Oh! Hm? Was ist passiert? Ach so, ich habe mich da außerdem, Fahre hat mir wieder Peppys gegeben. Die werde ich natürlich nicht essen. Feuerheiler, okay. Ich kann auch hier auf roten Pokémon campen. Cool. Guck mal, der Trainer bewegt sich. Gab es das vorher schon mal? Cool. Ich glaube, der ist tot. Man wird ja richtig gejagt von dem Pokémon. Hm. Die haben... Die haben wohl verschiedene Persönlichkeiten. Also auf der Karte. Da gibt es Pokémon, die weglaufen vor dir. Die haben Angst. Das haben wir ja gerade auch gesehen. Hm. Es gibt Pokémon, die sind neugierig. Die kommen dann so angeschlichen. Und es gibt auch Pokémon, die tatsächlich auf dich zu laufen. So, danke schön für dein Haus. So, alle Alerts sind heute in Pokémon-Optik. Alle. Und auch unsere coolen Sanddinger sind alle in Pokémon-Optik. Zum Beispiel, was haben wir denn? Anfeuern ist ganz cool, glaube ich, oder? Trucks. Oh, seht ihr, was ich meine? Ich kann keine fünf Meter laufen. Ah, da kommt unser Arena-Challenger. Dein großer Auftritt bei der Öffnungszeremonie war echt cool, Glückwunsch. Hä? Huch! Wo hast du den Hopp gelassen? Der ist schon vorgegangen. Typisch Hopp, er kann einfach nicht stillstehen. Aber so kenne ich ihn. Er will so schnell wie möglich in die Fußstapfen seines Bruders treten. Wo du gerade hier bist, ich kann dir etwas Interessantes erzählen. Siehst du diese Gebäude da drüben? Hier, das gehört dem Liga-Präsidenten Rose. Oder genauer gesagt, seiner Firma. Am Ende von Route 3 gibt es eine Mine. Die Firma von Rose nutzt das Erz, das dort abgebaut wird, um Energie zu gewinnen. Okay. Rose spielt also eine wichtige Rolle bei der Energieversorgung der Galarienregion. Okay. Ich kann es nicht sagen. Ich kann nicht sagen, dass ich ihn wirklich verstehe. Aber er ist schon ein bewundernswerter Typ. Puh, jetzt habe ich dich aber ganz schön zugequatscht. Danke, dass du mir geduldig zugehört hast. Hier, dieses Fluchtseil. Und meine Telefonnummer. Komm schon. Oh, und seine Pokémon kann ich bei der Gelegenheit auch gleich wieder fit machen. Das ist so ein Rip-Off, Alter. Jeden, den ich treffe, der hat einfach alles dabei, um mich zu heilen. Lass mich mal in Ruhe. Ich will verlieren. Ich will in Frust und Blute möchte ich in mein Camp gehen und ich möchte meine Pokémon irgendwas amputieren müssen. Sania ist super süß, ja. Fand ich ein bisschen verwirrend. Am Anfang wurde gesagt, sie ist die selbsternannte Assistentin der Professorin. Stellt sich raus. Das ist ein einratiges Motorrad. Mit bösem Auge. Was ist... Kennt ihr das Pokémon? Ist das neu? Das frage ich mich übrigens hier bei jedem Pokémon. Macht euch keine Sorgen. Das letzte Pokémon, was ich gespielt habe, war... Hier, Rubin und Saphir. Also für mich sind alle Pokémon hier neu. Katapult! Sajugo ist herabgestürzt. Ja, auch das. Ach so, jetzt kann er wahrscheinlich Bodenattacken gegen mich machen, Mann. Das ist eine fiese Nummer. Turbodreher. Trotzdem mag ich die Musik... Irgendwie mag ich diese Musik gegen wilde Pokémon. Die ist zu aufregend. Die kann ruhig ein bisschen ruhiger sein. Wo ist das Pokémon? Ja. Ja. Auch auf steinigen, schlecht befahrbaren Wegen fährt es problemlos, als wäre es ein Einrad. Es verbrennt Steinkohle, um zu überleben. Kohle-Pokémon. Bist du neu? Ich hab dich noch nie gesehen. Seine hitzeabweisender Körper halbiert ihn durch Feuerattacken erlittenen Schaden. Da kriegt er gar keinen Schaden als Gestein-Pokémon, ja? Ach, shit. Okay. Wolltest du dich etwa an mir vorbeischleichen, ohne vorher meine Pokémon zu bewundern? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Da ist mich viel zu bewundern. Nicht so ganz. Solche Peperoni essen Grabwächer. Wollt ihr das sehen? Wollt ihr sehen, wie ich Peperoni esse? Da ist nichts zu bewundern. Ich meine, oben, oben mein ganzer Sub-Kram, der gefällt mir echt gut übrigens. Ach so, du musst gleich noch einen einschleimt, der ist ja wieder oben links, ne? Bauch. Achso. Achso, das kann ich gerade nicht abziehen. Sorry. Ich muss so irgendwie textlich aufsitzen. Raffel ist niedlich, finde ich nicht. Sieht merkwürdig aus. Oh, ein Bärenbaum. Gib mir das. Aber es ist schon nett. Es sieht ein bisschen aus wie Peripherie-Chu, nur ohne Chu. Also ohne Elektro. Ich habe auch, bevor wieder irgendein Pokémon vom Baum fällt oder so, wenn man mir meinen Loot nimmt. TM37 Prügler. Okay, cool. Ich habe auch das Gefühl, es gibt viel mehr Attacken als damals. Es gibt ein arisch mehr Attacken als vorher. Na komm, Pokémon. Polizistpostbote. Ich stelle sowohl Briefe als auch Niederlagen zu. Hat er das gesagt? Er stellt Niederlagen zu. Peter. Postbote Peter. Hat Protogel dabei. Macht Sinn als Postbote. Jemand mit einem großen Sasa-Sasack. Na, Geschenk. Das ist doch nicht nötig. Keiner will, dass ich Peperonis erste. Das ist gut. Hat mich wirklich geheilt, ja dem. Okay. Das ist wenigstens noch ein Pokémon, was ich kenne. Motogel. Da habe ich wohl aus Versehen den Sieg geliefert. Das ist das Pokémon-Camp von Leia. Möchtest du dich dazu gesellen? Ja. Ich meine, wenn ich schon gefragt werde, mit dem gleichen Zelt zu wohnen. Was macht ihr da? Was macht ihr da? Was ist das denn? Leias Pokémon, hä? Ah ja. Dann koche ich mal für Leias Pokémon. Ich will kochen. Möchtest du mit Leia kochen? Ja. Worum nicht. Oh, ich darf nur Beeren dazu tun. Dann packe ich so eine dazu. Und eine Sinelbeere dazu. Und eine Mamoria-Beere dazu. Und eine Amarina-Beere. Mehr gibt es nicht. Sie gibt eine Sinelbeere dazu. Trigadell? Gut rekt! Ah, es muss richtig umgerührt werden. Da sagt mir das doch einer. Und es muss im richtigen Moment Liebe dazu gepackt werden. Okay, 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 okay. Frikadellen-Curry, da nehme ich mir auch noch mal eine Frikadelle. Geil. Mh. Mh. Worin genau qualität? Mit Trainer reden. Konntag! Dein Sayuri ist ja total allerliebst. Und zwar war nett. Das war aber freundlich. Ein freundliches Gespräch. Oh ja. Warum nicht? Das fand ich cool. Und jetzt töten wir diesen Jungen. Schüler Finn. Ein Thermopod. Ah, das ist dieses neue Insekt. Oh, für mich neue Insekt. Das ist ein Käfer-Feuer-Pokémon. Ganz interessant. Das ist das erste Käfer-Feuer-Pokémon, was ich je gesehen habe. Oh. Evo-Lie versucht, coole Augen zu leeren. Nö. Keradra. Was ist denn das wieder für ein Viech? Ähm, machen wir mal Aurora. Was ist das? Was ist das? Ist das wirklich ein Pokémon? Aurora sitzt Prügler in 1. 1. 3 attacken. Ha ha ha. 4 attacken. Ha ha ha. 5 attacken. Ha ha ha. 6. 6 attacken. Ha 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 ha. Aua. Komisch, dass beide Attacken aufeinander als sehr effektiv wirken, oder? Das habe ich auch noch nicht oft gesehen. Das heißt, wenn ich irgendwie was habe, wie Gift, während der Runde schon Schaden genommen, wird die Stärke der Attacke verdoppelt. Oh mein Gott. Unlichtattacken sind krass geworden. Das heißt, wenn ich irgendwie was habe wie Gift, während der Runde schon Schaden genommen. Ja genau, wenn es... Im Doppelkampf ist das vielleicht ganz gut. Was ist dies? Eingang zur Gala-Mine 1. Heißt das eigentlich Gala oder Galar? Hallo, meine kleine Schwester und ich betreiben hier ein eigenes mobiles Pokécenter. Natürlich werden meine Pokémon wieder aufgepäppelt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist das? Hier geblieben, du Maulwurf! Wie das aussieht. Guck mal, wie geil das aussieht. Was ist das? Was ist dies? Was ist dies? Fleck 9! Wer geht's Level denn? 14, oh Gott! Eine Herausforderung auf einem ganz neuen Level. Notsituation. Okay. Ich dachte wirklich, ich wollte, dass ich eine Peperoni esse. Und nicht. Dann esse ich eine Off-Kamera. Pech. Hm. 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 Psycho-Zubat, okay. Was bist du? Bonbon. Ein Kießling. Irgendwie muss ich ja Interaktion mit euch rauskitzeln. Und wenn es immer Peperoni ist, es ist aber nicht mal das klappt. Nicht mal mich leiden zu sehen klappt. Was wollt ihr hier? Was wollt ihr genau hier? Nichts mit mir zu tun haben. Einfach nur nutzen. So ist es nun mal. Schlimme Sache. Schlimm ist die Welt geworden. Community! Yay! You win! Perfekt! Kießlinges gesteilen. Ja, das habe ich mir gedacht. Jetzt ist es mein. Ja. Hat schutz gegen die oberka. Wieder ein pokémon was mir einfach nicht sagt Die papp video auf den schienen laufen ist richtig eine gute idee wer auf der arbeit ordentlich was schaffen will muss regelmäßig trainieren das ist ein mädel werk arbeiterin arbeiterin larissa ist ja süß die zugezwinkert du siehst aus den kampf pokémon du bist sehr tot habe ich gewarnt ja das war das holz fallen doch lassen sie das holz sofort fallen guck mal wie sie da steht fassungslos fassungs- und regungslos wie gelebt diese frau ist die feuer der pokémon nicht mal an kamen dass ich stirb dieser vogel ist übrigens sehr stark vom stärkelevel wenn ich es einschätzen müsste ist er jetzt schon ist er jetzt schon so stark voll auf steroide sehr gut also ich meine ich finde dieses 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 weiß ich nicht was ich habe dieses rabe der ist jetzt schon so stark wie wie taubos sofort vom rein auftreten was küssen tm 26 die masse ein säckchen sternstaub oh ja ich weiß nicht wo ich lang muss das problem ist ich weiß einfach nicht ich trainiere im moment keinen anderen pokémon weil ich einfach effektiv nicht weiß was für pokémon ich in meinem team haben will von daher ist es einfach so ja ich mache jetzt einfach die kämpfe und gehe in der story weiter aber da ich so viele pokémon habe und ich gar nicht weiß welche ich nutzen soll das ist einfach so ja okay ich habe kein pokémon team punkt also es ist wirklich so im moment ich kann mich gar nicht entscheiden stein stein so das je weiter die statuswerte des anwenders erhöht sind was gehen wir doch hin ich bin so die habe ich vier statuswerte erhöht jetzt müsste diese tag jetzt müsste diese attacke ein bisschen reinhauen ja ungefähr so habe ich mir das vorgestellt volltreffer ok ja das war schon okay ich nicht ganz so traumhaft der pokémon team er hat auch pokémon team gesagt das besteht doch mehr als aus einem ist doch keine ich gesellschaft fast wie meine community 1 an alle einzelkämpfer feldwurf von hier oben kein ding so weit so cool wie groß die frau ist oder luisa die gute dikter arbeiterin das sehr effektiv gegen boden ich kann mir das nie merken wie rum was ist ja irgendwie so nicht mal sehr effektiv das ist einfach nur das ist einfach nur zwölf was für ihn was ist das maulwurf wohl wahrscheinlich sehr anstrengend die ganze zeit die arme so ausgebreitet zu haben naja sagte sie und trat team rocket by deine pokémon würden sie super im im team machen also so ja da 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 m ja auch wenn ich so dann gute nacht dir Bye-bye. Aber der Emil. Der Gute. Der Gute. Kein Ding. Plateauschuhe. Ja. Der Träger wird nicht mehr durch Fallen und andere Objekte beeinträchtigt, die auf dem Boden liegen. Achso, ja, okay. Ja, ja, ja. Das gibt es ja heutzutage auch. Im Pokémon-Kampf gibt es ja jetzt auch Fallen. Boah, wie die ganzen Edelsteine leuchten, dass du das alles liegen lassen. Das ist unvorstellbar. Oh nein, dieser Typ. Okay, warte mal. Okay, warte mal. Okay, warte mal. Das würde ich mir an deiner Stelle nochmal gut überlegen. An mir kommt kein Trainer, der im Besitz eines Wunschsterns ist, ungeschoren vorbei. Geh mir mal aus dem Licht, du Lappen. Du bist doch derjenige, der vom Champ für die Arena-Challenge empfohlen wurde. Habe ich recht oder habe ich recht? Hm, wie armselig. Jetzt hör mir mal gut zu. Der Liga-Präsident ist tausendmal wichtiger als der Champ. Kapiert? Ich habe dir eine Empfehlung vom Liga-Präsidenten. Das heißt, ich bin auch tausendmal wichtiger als du. Falls dir das gerade zu hoch war, demonstriere ich dir meine Überlegenheit jetzt im Kampf. Ich habe das Gefühl, der redet viel. Pokémon-Rinner Betsy. Äh, Betis, Entschuldigung, Betis. Betsy war okay, ja. Was ist das denn für ein Ding? Das ist ja kein Pokémon, das hast du gerade gepopelt. Das darf nicht kämpfen, das zählt nicht. Ich muss deinem Pokémon ja auch die Gelegenheit geben sein könnten, sozusagen. Hm, interessant. Diese Notsituation scheint ein krasser, scheint eine krasse Attacke zu sein. Molly Morba. Was ist ein Molly Morba? Ey. Das ist wie eine Random Challenge. Ich weiß nie, was kommt. Sayo, go. Ach, das ist Molly Morba. Ich weiß nicht, was es ist. Es sieht süß aus. Und es darf nicht existieren in einer Welt. Spaßkanone. Angriff und Verteidigung sinkt, dann aber ich meine Initiative ist hoch. Man hat schon gesehen, dass der Lebensverhältnis deutlich langsamer zurückgeht. Also das bringt langsam echt was mit den Startsdingern. Das merke ich mir. Kappador Level 15. Let's checkl. Brem Mova. Was ist Brem Mova? Ha. Das habe ich mir nur gedacht. Lass mich die Sache, was auch immer. Was ist das? Die werden immer niedlicher. Kofusium. Kofusium. Okay. Ich schätze, es war Psycho? Betsy besiegt. Verstehe. Na was soll's? Ich habe auch nicht ernst gemacht. Natürlich ist das nicht. Erstaunlich. Ich hätte nicht gedacht, dass du überhaupt dazu fähig wärst, dich zu wehren. Aber jetzt kenne ich deine Tricks und Strategien und ich vergesse nichts. Sollten wir uns je in einem offiziellen Kampf begegnen, hast du keine Chance gegen mich. Das war kein offizieller Kampf. Wie dem auch sei, ich habe alle Wunschsterne, die es hier drin gab, bereits eingesammelt. Höchste Zeit, dieses Loch zu verlassen. Hm, das dachte ich bei meiner Geburt auch. Höchste Zeit, das dachte ich immer nicht. Bis zum nächsten Mal.